Willkommen zum dritten Teil von diesem Stream-Projekt zusammen mit Zub. Wir spielen Pokémon Hardgold Soul Silver in der Randomizer Soul Lock und wir haben schon sieben Orden und heute geht es daran, den achten Orden zu schaffen, das Legi zu holen und zur Siegesstraße zu kommen und dann hoffentlich die Liga abzuschließen. Aber das wird wahrscheinlich heute eher weniger der Fall sein, sondern wir werden es maximal bis zur Siegesstraße schaffen. Aber mal gucken, wir haben ja Zeit bis zum Umfallen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall. Jawohl. Beißer hätte ich es nicht sagen können. Herzlich willkommen auch von mir, Freunde. Was geht, was geht. Weißt du zufällig, wo man V1 Fliegen kriegt? Ja, das bekommst du doch in der Stadt mit der hier mit der Verkirchen-Arena. Ach, stimmt. Ja, ich bin lost. Wie immer. Die hast du eigentlich schon, glaube ich. Bin lost wie immer. Alles gut. Das hat mir, glaube ich, im letzten Jahr auch schon geschaut gehabt, glaube ich. Fünf, sechs. Und wenn es jetzt noch eine siebte gibt, dann fehlt mir nur noch die siebte. Äh, eins, zwei. Warte, welche ist denn da Nummer sechs denn bei dir? Eins, zwei. Äh, Zertrümmerer ist Nummer sechs. Die kriegst du von einem NPC. Die habe ich gar nicht lost. Brauche ich es? Ich glaube nicht, oder? Nein, ich glaube nicht. Kracksler! Ich glaube, Kracksler ist das, was mir fehlt. Kracksler kriegen wir aber noch. Genau, die kommen wir später. All right, all right. Wie sieht unser Team aus? Ich habe vergessen, wie mein Team aussieht. Ah! Ja, meins ist noch nicht ganz perfekt. Wir haben auch immer noch Dummiesel, leider. Und wenn ich einen Glattschall endlich finde, kriege ich vielleicht mal hier einen G-Floor. Aber bis dahin habe ich bloß fucking G-Floor. Death is of 43, Landflamm ebenfalls. Ich würde die anderen dann nochmal hochziehen, oder? Ja, kannst du machen. Bei mir sind sie schon auf 46, Death auch. Das dauert noch, Alter. Bis sich Death entwickelt bei mir, das ist, äh... Das kann noch dauern. Und ich werde dann einscheißen oder so, irgendein random Vieh kann irgendeine Kampfattacke machen, crit, und dann sind sie wahrscheinlich instant dead, oder so. Ich sehe es schon kommen. Ich sehe es schon sowas von kommen. Lake! So. La Prise versucht, Larkes und Lake zu erlernen. Hat der Gegner die Hälfte oder weniger seiner Maxi K-P trifft? Diese Attacke mit tröppelter Kraft? Oh, let's fucking go! Damn, okay. Okay. Das klingt krass. Aber wollen wir das austauschen? Labras hat Eisstrahl abgesagt, Confusedstrahl und, ja... Surfer kann man halt nicht mehr verlieren, ne? Hm. Ist auch ein bisschen steil, weil das brauchst du ja noch. So wie es der Schneider oder so, hätte ich das eher verlieren können, aber Surfer ist kein da, kein Important. Und Eisstrahl, ganz ehrlich, 95 versus 65, also... Hm, ne. Das ist alles 95! Ja, okay, dann nein, dann nein. Dann nein, dann nein, dann nein. Dann nein, dann nein. dass Death noch lebt. Mhm. Also, Lapras war echt ein Player letztes Mal. Generell war ja so viel los beim letzten Mal. Einfach drei Mal eine Klatsche gekriegt. Ja, sowas von. Und auch hier fucking Landtoren neben Death das einzige Vier, was überlebt hat bei mir und das ganze Ding gerettet hat mit Shelterra und allem, Alter. Das ist ungelogen. Das ist eine Geschichte. Da hatte ich legit Angst. That's crazy, Alter. Generell, letztes Mal war es so hart, Alter. Ich hatte legit Angst um Death, weil ich so lange einen Trussler auf einer anderen Route gefunden habe, es nicht fangen durfte. Ich glaube, das war sogar die erste Höhle, wo wir dann durch mussten. Und dann später auf der Wasserroute einfach einen Trussler nochmal zu kriegen. Ich wollte dieses Trussler haben. Ja. Wie ich mit meinem Kani-Mani Tyrek-Krock in Bagato-Shit irgendwann nochmal. Aber jetzt noch nicht. Vielleicht in der Chaos- Chaos-Version. Vielleicht da. Maybe. Ah, okay, okay. Jetzt schauen, wo sind wir hier? Take, haben wir doch schon... Nahkampf! Mal rap on. Das ist nicht so geil. Ja. Aber es ist stärker als Horn-Attacke. Dann, let's go. Ich schau grad, weiß doch, welche Encounter wir noch offen haben eigentlich. Also wo? Alles jenseits von der Eis-Arena. Also nicht ist, äh, nicht See des Zorns, sondern Genau, alles rechts davon. Alles rechts davon. Ist noch offen. Plus Kanto. Genau, plus Kanto und da, wo es zur Safari-Zone ging. Die Route davor. Genau, aber da hab ich gesagt, nehmen wir nur im absoluten Notfall. Ah, ganz genau, ja. Okay. Okay, 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 okay. Ich würde sagen, ich wandere schon mal nach, nach rechts weiter, hier wieder zur Eis-Arena. Yo, kannst du machen. Ich bin noch in Ducatia City. Yo, yo. Wenn es da wenigstens was Cooles zu kaufen gäbe, aber nee, die haben wir nicht mal Entwicklungssteine. Fucking Bullshit. Welche Attacke soll vergessen werden? Ich glaube, das ist größter Scam ever. Richtet mehr Schaden an, wenn seine eigene KP niedlich sind. Ja, fucking die Bälder. Hey! Oder fucking die Bälder hier am See. Das wäre auch cool gewesen. Soll ich Nahkampf durch Gegenschlag tauschen? Hätte ich nicht gesagt, ehrlich gesagt. Ich glaube, Gegenschlag ist halt... Sonst hätte ich hier noch Areroas. Weil Nahkampf ist schon ziemlich geil, auf jeden Fall. Areroas ist auch gut. Wenn es dir an der Flugattacke mangelt. Äh, ich habe hier... Also, ich habe hier Gegenschlag. Richtet mehr Schaden an, wenn die eigenen KP niedrig sind. Ja, aber an dem Punkt... Das Ding ist mit Gegenschlag. An dem Punkt willst du eigentlich gar nicht kommen, dass deine KP niedrig sind. Ja, fair. Weil dann... Da heilst du eigentlich schon eher. Und es ist halt sehr spezifisch, wenn du halt wirklich in so einer Situation mal drinnen steckst. Weil ansonsten eigentlich ist Nahkampf, glaube ich, deutlich geiler. It's my opinion. Gegenstoß. Kann Anwender wie diese Attacke nach einer eigenen Attacke gegen... Was? Kann Anwender diese Attacke nach einer Attacke eines gegnerischen Pokémon ausfüllen, wird die Kraft verdoppelt? Wie geil, Walschal. Naja. Wir haben auch keinen Blattsteiner, aber ich meine... Na, lass mal. Schwuppdiwupp, zack, und hier rüber. Nanana, hallo Freunde, was geht? Wie war das schon? Konnte man Fully Purva schon mit einem Blatt... Nee, konnte man schon immer mit einem Blattstein, oder? Nein, du musst den bestimmten Stein finden, der auf der Map rumsteht. Und da Level abkriegen. Ah. Also, den gibt's, glaube ich, in Yoto gar nicht, oder? Den musst du in Kanto, glaube ich, kriegen. Indeed. Du musstest du... Nein, nicht in Kanto. Nicht in Kanto. Diesen Mosigen Stein. Du musstest ein... Du musstest das Evoli damals kriegen, dann auf Diamant, Pearl oder Platin rüber tauschen, nach Blizzard gehen, da, wo der Stein steht, deinen Glaziola dort entwickeln und es wieder zurück tauschen, um mit Glaziola ein Hardgold zur Silber zu bekommen. Glaziola? Ich dachte, wir reden da über Fully Purva eigentlich. Und auch Fully Purva. Aber die gibt's... Aber das Prozedere kenne ich schon mit Glaziola. Okay. Ja, genau das Gleiche. Und ich werd's am besten wissen, weil... Ich hab ne Killermaschine ins Hardgold zur Silber mit meinem Evoli gemacht. Ein Glaziola. Dann... Sag ich nix weiter. Sagst du eigentlich mein Bester. Oh, so, ob du einen Wutkeks haben kannst. Willst du einen abkaufen? Sehr schön. 300. Das ist, äh... Das sind ja fast schon Pokémon-Kekspreise hier. Nehme ich. Reinko schön für den Wutkeks. Der Höhner legt den Neger rein, kann zwei Euro ein bisschen nur noch angreifen. Da kommt man leider in der Flage an. Das ist Gewissen. Okay, was macht einfach der Wutkeks eigentlich? An der die fucking Basis-Item-Tasche kommt. Vielleicht kann der importen Wutkeks. Eine Spezialität aus Maragonia City. Sie wird gerne als Souvenir verkauft. Wow. Das ist... Okay. Dankeschön, I guess. Oh, Sturifien, plötzlich ist das schon der nächste Shit. Ja, warte. Bei mir dauert noch ein bisschen. Jojo. Ach ja, Chat, wie geht's? Wie steht's? Bei mir ist der Chat noch so ziemlich tot. Ja, bei mir auch habe ich Retro-Zinn. Heute am wunderschönen, wunderschönen Feiertag, gelobt seit der Feiertag. Christi Himmelfahrt und Vatertag. Hell yeah. Christi Himmelfahrt und ich krieg'n Vesprit im Nationalpark. Alright. Casually. Tschüssi, Vesprit. Ach, sagst du Landwirt. Landflamme sitzt ganz schnell und start nach unten. Okay. Ach, man, fucking... Alter, mein Team ist noch so mit irgendwie. Er hat drei sehr coole und drei, die eher meh sind. Ja, Magnein ist jetzt auch eher so meh, als das ich dachte. Mhm. Encounter in drei, zwei, eins. Wo bist du jetzt gerade? Äh, kurz vor Teak. Ach so, okay. Also das letzte Grasbüschel da vorne. Alright. Ich glaub' Dummisel hat bei mir im Team glaub' ich noch... Wurde doch kein einziges mal eingesetzt. Immer nur mitgelevelt, aber... Naja, okay. Müsst' ich mal probieren, aber ich hab' Angst irgendwie, weil wenn der Lurebriest stirbt, stirbt bei dir dein Labras auch und das will ich dir nicht antun eigentlich. Ja. Ist im Markt nur Eis, ist auch noch gut. Verhindert Schaden und Rückstoß entsteht. Okay. Ist auch ganz gut. Dummanda! Okay, nice. Schau' mir doch eigentlich auf, dass die noch haben. Ich kann zugeben, im schlimmsten Fall, falls was passiert, ich hätte immer noch Palki auf der Box, also das ist auch gut. Mhm. Ich hab' schon noch paar coole Optionen, Friomi-Karpels, Liebren ist auch noch sehr nice, aber da ist Wasser leider, genauso wie Palki auch noch. Sonst'n Sichler hat man auch noch hier, Sejong auch generell sehr cool. Und Evoli natürlich, könnten wir auch beide noch machen, die sind ja gepaart miteinander mit Evolis. Ja. Evie-Lotion. Ja, genau. Einfach die doppelten Evies. Okay, ich bin jetzt auch in dem Dorf, aber ich geh' vorher mal ins Pokémon Center. Einfach... Tu das, tu das. Ja. Du das. Du das. Du das. So. Zack. Okay. Und ich renne direkt in den Trainer rein. Okay. Na, 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 na. Psycho René. Was im Psycho? Wow, das könnte so Vanilla sein. Ja, das sieht ja echt Vanilla aus. Wtf. Einfach random Pikachu gekriegt. Und fucking dead. Fucking dead. Fucking dead. Fucking dead. Fucking Knogger. Let's fucking go. Knogger Riff. Knogger. Das ist ein richtig, das ist ein richtig harte Knogger, Alter. Knogger, Knogger, Knogger. Knogger! Nicht so lecker wie unser Magnum Eis, das im Team hockt. good fuck. W-will ich meinen rechten Stick nach oben bewegt? Das ist Y und dann hol ich mein Fahrrad einfach raus, yo. Hahaha, wie geil. What the fuck? What the fuck? For some reason, hä? Ich bin rechts, normalerweise bewege ich den Mauszeiger. Links, rechts, unten passiert nix, aber nach oben hast du irgendein rotes Fahrrad, hä? Hahaha, was? Ist aber voll der übelste geilen Hotkick hier einfach. Und fertig. Und wieder rauf und zack. Ich hab das auf normalem Y. Also du bist schon auf Route 44, oder? Ich bin schon auf der Route, ja. Jetzt rennt ihr auch in den Trainer rein, geil. Dann mach ich den auch mal kurz. Such du schon mal den ersten Encounter, wo er ist. Oh, Knilz, hallo Knilz. Knilz, Knilz. Ich bin schon wieder in den Trainer rein. Das sind aber auch nur Trainer irgendwie, what the fuck. Äh, Lapris mal ausprobieren. Hat halt nicht so viel. Ähm, hier. Hakira! Gastrodon! Gastrodon. Stier! Und Gift Heal, let's go. Putz und weg. Fuck! Alter, fick dich. Oh oh. Fucking Paralyse einfach. Eagle Lava. Okay. Jetzt kann der Priest ja nicht mal was machen. Ähm. Ähm. Bis. Komm her. Ja. Psycho René. All right. Eagle Lava. Let's go. Geben wir ihm mal einen, einen Gainer. Mach nur dann ein Niklas, bringt dir gar nichts, Mann. Das dumme Isel des Todes. Das wird dich vernichten, Mann. Du hast keine Chance. Dad! Ah, okay. Dann... Greif an! Nimm einfach Scheiße. Du bist jetzt... Du bist jetzt drei Runden hintereinander paralysiert. Bitte greif an. Dankeschön! Putz und weg. Nice. Let's go. Gastrodon is gone. Okay. Flottstaub. Okay. Da ist ein Item. Wiesentafel. Bischer. Gibt's irgendwo hohes Gras oder so? Noch eine Trainerin. Alternativ gäbe sie den Teich unten links auf der Route. Gut. Da könnte man noch hier... Ich habe Zauberwasser gefunden. Genau da, wo du jetzt bist. Upgrade. Upgrade habe ich gefunden. Oh, das ist für... Poregon. Poregon, glaube ich. Genau. Oh, da gibt auch noch was. Was haben wir hier? Ich hab ein Glas. Okay. Ich war eben noch auf dem Glackstein, Mann. Okay, wir müssen... Wir müssen wohl angeln, auch weil das auf der Route kein hohes Gras geht. Oder surfen. Oder surfen. Ja. Was machen wir? Surfen? Angeln? Ist ja egal. Kannst ja beides machen. Stimmt. Dann mach ich beides. Oh, hier. Wenn du surfst, gibt es auch Gras hier hinten. Okay. Warte. Warte. Warte, wo? Da, wo du jetzt bist. Ja, ja. Hier nimm... Wenn du hier einfach drüber surfst und dann gibt es die Gras. Hä? Wo, 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 wo? Sag mal, bin ich blind? Äh... Äh... Dann schau mal. Dann schau mal. Was kriegen wir? Ich darf rerollen. Du darfst rerollen. Okay. Oh shit. Oh mein Gott. Megadie. Fuck. Yeah, yeah, yeah. Let's go. Tatsächlich was Gutes. Ey. Sag mal, was du dann kriegst, wenn du... Ein Münz-Ambulett. Oh, let's go! Nice. Moneten. Das packe ich mir direkt auf, äh... Geben wir mal... Geben wir mal Donnerwelle rein. Let's go, Freunde. Megadie. Hammer. Auf Level 27. Das ist gecheatet. Aber wo, wo gives a shit? Äh... Be... Geben. Hier. So. Auf wen packe ich denn das? Normal vorsichtig mit, äh... Mit Surfer. Wir sind ja extrem überlevel für das Vieh. Tada. Ah... Okay. Ja. Haha, fuck you. So. Bam. Warte. Ich speicher mal grad. Alright. Megadie. Megadie. Ich hoffe so sehr, dass ich dir den Counter jetzt nicht verkacke. Und wir kriegen! Oder was Gutes kriegst. Und was gibt's, was gibt's? Nebulak! Trommelnwirbel. Nebulak. Okay, ist das geil. Wenn du's levelst, dann ein Polo oder so. Kann schon nice sein. Ja, Mann! Ja, Mann! Ich hab meins auf jeden Fall. Äh... Ich versuch's direkt zu fangen. Okay. Oh, es ließ sich direkt fangen! Let's go! Perfekt, das wollte gefangen werden. So, Route 44 haben wir wunderbar. Nebulak! 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 oder? oder Mega Fog? Mega Fog? Amerika! Das klingt so doof, ich mag das. Okay, Megafog. Megafog, halt. Richtiger Megafog einfach. Den Box 1 auf Bills PC. Willst du ins Team nehmen gleich? Nee, es bleibt auf der Box erstmal. Als Notfall. Okay, für mich wäre es ein cooles Pflanzen-Pokémon als Zuflo, aber ist okay, ist immer noch in Ordnung. Was hätte es noch geben können? Erstmal eine alte Blitztafel. Okay. Was hätte es noch geben können? Okay, Kremotak. Sieht cooler aus, als es ist tatsächlich. Also uninteressant. 34.080. Also nein, 3480 meine ich. Aber doch. Okay, ich hätte doch ein Carpador werden können. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist so scheiße Vanilla. Scheiße! Ja, das war ein Gras. Carpador im Gras. Schauen wir mal, ich suche ein Wasser noch. So, komm, Landtur. Ab ins Wasser mit dir. Eneko. Okay, Quiekel. Okay. Okay, ich bin schon beim Eisfahrt. Eisfahrt, ey, man. Nur Quiekel im Wasser hier, what the fuck. Und jetzt kommen wir zu der Musik, die ich in dem Spiel am meisten mag. Eisfahrt, schwupp. Hast du gleich nochmal einen neuen Encounter wahrscheinlich? Ja, Eisfahrt, tatsächlich neue Route. Perfekt. Eisfahrt, neue Route. Alright, dann Encounter. Here we go. Was gibt's, was gibt's, was gibt's? Money, 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 money. So, Encounter. Ich halte mein Shit bereit. Ah, jetzt. Fleckmon. Okay. Aber hab ich das nicht schon? Yo, Logog! Okay, wow. Damn, nice. Ich mag das Wipi nicht, aber das ist fucking gut. Sehr gut. Aber du hast schon Feuerkampf, leider. Aber egal, das ist ein gutes Backup. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Pokémon und die Entwicklungsreihe schon hab. Tatsächlich, weil ich glaube, ich hatte einen Lamus, glaube ich. Oder hab ich das? Nee, oder hab ich? Ich weiß es gar nicht. Hab ich Blackmon? Keine Ahnung. Ich würd's mal fangen und dann mal schauen, tatsächlich. Hab schon einfach mal ne Donnerwärter rein. Wie, wie hat der Turbo Ball funktioniert? Äh, der Turbo Ball. War das nicht, je länger es gebraucht hat oder so? Nee, geh halt mal drauf. Lies die Beschreibung, glaube ich. Was ist da dran? Ach, mit hohem Initiativewert. Okay. Hier, werfen Superball drauf zu passen. Suck. Ja, schmeiß mal Superball. Pfliegemon. Das Pfliegemon. Das Pfliegemon. Das ist ein alter Mann. Lalalala. Let's go. Pfliegemon. Sonst guck mal gerade in deinem Pokédex. Da müsste es ja eigentlich drin stehen. Ob du es schon mal hattest. Ich muss ihm erst einen Namen geben, tatsächlich. Äh, wie machen wir es jetzt mit dem Namen? Scheiße. Äh, ja, keine Ahnung. Wenn wir es doch haben, muss ich nochmal zum Namensänder gehen. Egal, ich mach einfach mal nein. Zack, Flegmon. Äh, Box 1. Ich schau mal kurz. Gab's das? Hatten wir das schon? Flegmon. Öffnen. Ich fass auf den Pokédex in dem Game. Der sieht so cool aus irgendwie. Ja. Das A-Druck muss zum Öffner, diese ganzen Felder. Du siehst direkt, alles klar. Äh, nee, hatte ich tatsächlich noch nicht. Wow, okay. Okay. Damn, alright. Never mind, dann passt's. Cool. Dann brauchen wir aber noch einen Namen für das Vieh. Äh, ja, wie nennen wir das Vieh? Äh. Flegmon und Lohgok. Lohfleck. Lohfleck, Alter. Fleckgok. Ich hab's jetzt noch geben können. Ich hätt auch noch mal ein Faxo kriegen können. Das wär auch schön. Hm. Ah. Äh, Fleckgok. Fleckgok. I'm beginning to feel like a Fleckgok. Okay, ich hätt auch Bidifas kriegen können. Das ist nicht so cool. Ja, ich hätt mal ein Faxo vielleicht cool gefunden. Aber ansonsten ist es eigentlich alles alright. Halt nochmal Wasser Pokémon. Ich krieg nur Wasser Pokémon. Okay. Ich hätt ein Ultrigarial kriegen können. Alright. Ich hätt auch falsch. Zack, zack, zack. Dann hier runter, hier runter, hier runter. Und... Leos. Gelült. Dann nachher. Na, okay. Schmalbini auch noch. Das wär auch schön gewesen. Dann zieht hier das Vogel Pokémon mal. Item. Item, Item, Item. Bin generell übel scharf auf die Items in der Hoffnung, dass ich irgendwann was krieg, was ich brauchen kann. Kaskade. Wow, okay. Du findest Kaskade hier drin einfach. Vm7. Wow. Was sagst du, alter Mann? So, erstmal Encounter. Was gibt's? Nochmal Bidifas. Geil. Adios. Bidifasso. Bidifas kühne. Das alte Bisse drüben da. Reine Vm. Hm, ja, geil. Keine Sorge. Hier, blablabla. Kaskade. Ich hab sie runtergeschissen. Zub, wie bist du hier runter... Durchgekommen? Äh, hoch. Ja. Links. Äh, hoch. Links. Ja. Runter. Achso, runter. Links. Wieder hoch und dann nach rechts. Och Gott, ich bin so behindert. Ja, exactly. Warum hat man da rechts, die Gerin, die Gerin, die Gerin, die Gerin, die Eisfläche runter, weil da ist die Kaskade. Aber doch nicht bei dir, Kram, Chef. Doch, doch, bei dir. Das wär auch nice gewesen. Du musst da auf das Eis runter, weil da ist, äh, da steht der Typ oben, der sagt, gut, da oben gibt die Kaskade und so, blablabla. Eispfad. Facken Stärkerätsel hier auch noch. Oh, Toheido, ist ja auch Hammer. Wobei, schon wieder Wasserpoken. Ich krieg nur Wasserpoken. Ah, doch. Vm, sieben Kaskade. Oh, Rameidon hat's auch gegeben. Damn. Kleiner Frohberg an den letzten Run. Zack. Oh, Kindwurm. Das war auch Hammer. Mashallah. Hier gibt's so viel geilen Schicht. Und ein Landturm, Leute. Kann es sein, dass die Encounter anders sind, wenn du eine Ebene nach unten gehst? Äh, ja. Ich glaub, die sind Ebene zu Ebene unterschiedlich. Yo. Wir hätten warten müssen bis zur zweiten Ebene. Hier rennt einfach fucking Knackrack rum. Alter. Knackrack, Kindwurm, whatever the fuck. Müssen wir das Stärkerätsel machen? Fuck. Yeah. Ich bin das Loch runtergefallen. Nice. Ich hab niemandem Stärke beigebracht. Äh, Stärke. So. Das ist eigentlich eine ganz... Okay, Attacke drüber. Nein. Äh. Magnum. Was geht? Trugschlag. Äh. Ist geil, los, kauf. Los, 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 go. Bada, bada, bada. Vielleicht sollten wir auch mal hier Skogronen mal einen Paraheiler fressen lassen. Bitteschön. Buon Appetit. So. Jetzt mein Knochenmann. Schieb. So. Schieb und schieb. Äh, okay. Komm mal, verspäte nochmal. Ihm wieder. So, zack. Los, Magnum, Eis. Das gute Magnum, Eis. What the fuck? Special Musik, was zur Hölle? Was? Ado? Hä? Yo! Casual Ho-Ho einfach schon vor dem Legi. Lugia! Ich mag das Film von Lugia tatsächlich mehr. Das hat ein anderes Film. Was? Das hat ein anderes Film? Ja, Lugia hat ein komplett anderes Film. Wow. Okay, da ja. Rählingkant. Was eine Kant. Geht. Ja. Ja. Das geht überhaupt. Da ja. 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 stürze ich mich ins Loch. Zack. Das Eis und Items. Äh, ne. Schade. Oh, ich weiß, was ich tun muss. Wo sind die hier? Komm, lass mich an die... an die Items. Ja, das Taugen, wo komm ich denn dahin? Spann ich, wenn ich durchs ein Loch durchfall, nehm ich an. Ach, hier sind wir wieder. Äh, die ist woanders jetzt. Wait. Der Felsen ist hier runtergefallen. Ja. Wahrscheinlich muss man die Felsen einfach runterschieben und dann, äh... Ja, genau, schiebt man die einfach hier. Jawoll. Ich schiebe die mal nach rechts rüber, I guess. Knack-knack-knack, come on. Wo da? Wurma-Damm. 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 Die sind runtergefallen. Wurma-Damm, was für ein beschissenes Pokémon. Russen- Tol. Das- loyal. Bam. Haus hier. Zack. Da-ma-ma-ma. Da 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 da. Äh... Kriegst was dann wieder hoch danach? Ne, nicht wirklich. Jetzt muss ich da rüber. Zack, zack, zack. Ja, komm, Freunde, berückt euch. Es passt. Bäm. Zack. Okay, gehen wir hier hin. Reicht, Freunde. Und da legt der nächste. Den hatten wir erfahrt. Einfach nur nicht nochmal wieder hochschieben. Zack, zack. Windwurm. Auf geht's, weg mit dir. Ich hab's jetzt fast. Nice. Oh mein Gott, komm. Lass mich in Frieden. Hauptsport ist aber noch. So, schwupp. Der ist weg. Noch eine. Ich habe mit denen es am besten. Das habe ich verschissen. Das ist easy. Nee. Das ist eigentlich easy. So, zack. Ich muss einmal über die halbe Karte laufen, aber das ist mir jetzt egal. Ich komme nicht rüber, aber ich... Extra umständlich. Ups! Nice. Zack. Und nochmal. Und da sind sie alle unten. Hup, hinunter mit uns. Bam, sehr gut. So, Item 1. Gelbe Flöte, okay. Bam. Schade, kann man nicht halten. Wahlglas. Stimmt, bald sind ja die Wahlen wieder. Ach, lol. Der hat nur schon hier... Ja, steht eigentlich in Grün. Wie war es? Die Wahlen? Wie war es mit der Wahl? Wir sind ja bald wieder. Ja, genau. Guten Europawahlen und, äh, also Europaparlament und hier. Bei mir in der Stadt wird auch der Land, äh, der, der, der Dingrad gewählt, also geil. Der Landgrad. Der Landgraben. Jetzt kommen. Ah. Ich geh schon mal weiter. Yeah. Ja, unfugil. Ich struggle hier gerade noch mit dem einen Item hier. Ah, mir ist das Item egal. Mir nicht, es könnte ein Blattstein sein. Ich brauche ihn. Wie zum Fick. Slimeok. Okay. Interessant. Ich wollte die Leiter nicht hoch. Ich bin ein bisschen behindert, glaube ich. Ganz klein wenig. Haspiro, okay. Eisentafel! Okay. Cool. Eisentafel. Äh, so meinst du? The fuck am ich drühen hier? Yo, so? What? We, it's back! The beginning is back! The megany. Komme ich da nicht hin? Ich bin zu doof. Wow, 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 wow. Jugong. Okay. So. Ah, super, okay. Es geht. Domfossil. Wie viele Fossile habe ich jetzt eigentlich schon? Gefühlt habe ich schon etliche. Wenn man die endlich mal auflösen könnte, könnte ich bestimmt 5 Pokémon kriegen. Hallo Tobias. 5 Dom, Dom, Dom. Hi Tobias, was geht? Panzerfossil habe ich einmal. Jetzt habe ich hier noch. Und Domfossil. Da gab es schon 2 Fossile einfach. Domfossil. Aha. Wie komme ich an dieses Scheiß-Item? Nach unten. Auch am struggling. Fuck. Hier brauche ich Zertrömer dafür. Scheiße, habe ich nicht. Dafür sind wir zu arm. Wow, Psyan auch einfach. Die Encounter sind einfach komplett unterschiedlich für jede Ebene hier. Ah, so komme ich dran. Feuersturm. Wie braver Dinger. Was ist bei dir da unten? Was für eine Evolution? Äh, Psyan hatte ich kurz gesehen. Cool. Leider ist sie ja scheiße vom Rufset. Völlig andere Dinger. Wahlband. Okay. Gucken wir jetzt viele von den Choice-Itens hier. Oh Gott, ist das ein weiteres Stärkerätsel? Zick, zack. Ich habe gerade versucht, die neue Pumpe anzuschließen. Die fucking Pumpe braucht einen extra Schlauch, damit sie angeschlossen werden kann. Was für eine Pumpe. Elektro-Ball. Zocken wir wieder ab. Oh, da ist noch ein Item. Oh, okay. Ich verstehe das Rätsel. Da, 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 da. Na, na, na. Das ist hierhin. So. Bäm, easy. Felsgrab, okay. Da, da ist es okay. Metbo. Eher Fettbo. Wo sind jetzt hier? Gelbstück. So, Eisbefahrt. Für den Gartenbalkon, da muss Wasser hoch. Die Stadtkasse ist zu teuer. Das Stadtwasser, so. So, aber Stärke. So, zack. Abyss-Zahn. Blö. Wilier, okay. Da ist wieder ein Kimono-Girl. Nice. Casual Kimono-Girls am rumlatschen. Kindwurm. Max, welche Überraschung darf ich mit euch, darf ich offen mit euch sein. Das Eis hat seine Sohlen am Grund festgefroren. Hat meine Sohlen am Grund festgefroren. Allein bin ich verloren. Das ist... Verloren gefroren. Das reimt sich sogar. Gib mir einen Schubs. Befreit mich aus meiner Not. Na, genau. Bin ich es auch. Nein. Oh, bitte. Seid wirklich eine gute Seele. Vielen lieben Dank. Gebt mir einen Schubs. Ihr seid doch so freundlich, oder? Nein. Oh, bitte. Seid zu grausam zu mir. Bitte gebt mir einen Schubs. Okay. Immer das Gleiche. Na, okay. Schade. Na, okay. Rums. Hier ist jetzt ein Item, was ich ungerne zurücklassen will. Ja, fühle ich. Das graben wir. So, komm mal hier raus. Okay, für dich komme ich hier. Okay, wir haben da. Oh, ich hab's. Silberstaub. Okay, ich bin raus, glaube ich. Ja, ich bin raus. Ich bin in E-Mail-City. Nice. Ich struggle mit dem Item gerade. Item. Nee, warum ich nur hier ein Hemm? Nee. So. Ach, immer diese Rutschrätsel. Immer wieder. Nee, so reicht mir gar nicht. Obwohl doch so. Zack, zack, krach. Ich hab's. Eta. Na, schade. Ich träume von einem Blattstein. Ah ja. Ab nach draußen. Eben Holz. Was zieht ihr? Man kann, kann man nicht, glaube ich, in der Arena, also nach der Arena irgendwie, nicht in der Dratini geschenkt bekommen? Warte. Dragonier ist so niedlich, aber ich hab keinen. Hast du ein Dragonier weiblich? Okay. Was? Ich weiß nicht, dass es weiblich ist. Hast du nicht der Attackenhaus der Attacken? Genau, der hat ein Pokémon Attacken. Okay. Was für einen Counter hast du verpasst? Ja, was hat Tobias für einen Counter verpasst? Du hast den Eispfad verpasst und du hast Route 44 verpasst. Ich glaub, er meint spezifisch die Pokémon. Das kann ich dir auch sagen, ich hab's nämlich notiert. Du hast einmal, ähm, Alter. Ich hasse meine Autokorrektur, sie hat aus Meganie Maggi gemacht. Hahaha. Alter. Okay, also wir haben Meganie, ich hab Meganie, Mando hat Nebulak bekommen. Und dann ist der Eispfad, ich Fleckmon und er Logok. Also beide jeweils, jeweils einen Start und ein, nicht ganz so krasses Ding, aber trotzdem. Route 54, 45. Warte, Böckle, Böckle, Böckle. Ah, genau, es war die, die mich aufgehoben haben, ganz am Anfang. Warte, war hier nicht irgendwo... Die Arena, da ist sie. Ja, genau. Kann man nicht in der Stadt vielleicht auch noch irgendwo angeln oder so? Mach mal einen Counter, rauskitzel. Ja, aber lass uns erstmal in die Arena. Ah, gut. Warte, sind meine Pokémon aufgeladen? Was ist das, die Feuer-Arena? Drachen-Arena? Was ist das? Drache, Drache. Scheiße. Ja, gut, aber es ist eh anders. Genau. Stimmt! Ja, willkommen in der Randomizer, hi. Ich vergesse das immer wieder. Der erste Kampf gegen Drachen-Pokémon. Mal schauen, ob auch wirklich ein Drachen-Pokémon hat oder ob es einfach nur gerade hier fucking anlügt. Blurak, das ist technically kein Drachen-Pokémon, my man. So, Blurak tot. Nächstes. Kingler, das ist auch kein Drachen-Pokémon. Das ist auch kein Drachen-Pokémon. Optillery ist erst recht keins. Wasserring. Ähm, 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 spust. Ich bin ein Spast. Wieso? Landflamme auf 5 HP. Schüss. Tue, das ist bei meinem Arm-Herzen nicht an. Meine Güte. Ne, warte, Storlose sind in Ordnung. Äs-Trainer. Äs-Trainer-Paul. Zack, du auch noch mal. Blablabla, Drachen-Pokémon. Blablabla. Okay. Habt ihr ein Drachen-Pokémon? Das Grundtank ist kein Drachen-Pokémon. Surfer, weg mit dir. Toxin, dankeschön, du Knecht. So, zack. Sonnenflura. Okay, das ist auch kein Drachen-Pokémon. Erst recht nicht, aber wir wechseln mal. Hier, Skorgroing darf man wieder reinballern. So, Gift-Heap. Und weg mit. Nice. Perfekt. It's Noble-Cut! Noble-Cut. Wo ist mein Gegend? Da ist es. Hier, nimm das. Lass es dir schmecken, mein Freund. Ich glaube, so rum war das. Nee, so rum. Feuerwirbel! Oder auch nicht. Nee, warte. So. 15,70. Nicht ganz. Nee, nee. So, bam. Hallöchen, Freunde. Auf Wiedersehen. Sandras, irgendwas. Okay. Meditalis. Azumaren ist auch kein Drachen-Pokémon. Meditalis ist auch kein Drachen-Pokémon. Am Anfang bei mir mit Glurak hatten sie wenigstens doch keiner einen Point. Auch wenn sie vom Typ Drache war, aber jetzt ist es dann lächerlich. War das nicht Feuerflug? Ja, ganz genau. Aber es sieht dann aus wie ein Drache. Deswegen meine ich, es hat keiner einen Point. Aber X-Bud ist auch kein Drachen-Pokémon. Außerdem fick dich, X-Bud. Komm. Horrorblick. Ja, komm. Mach hin. Dankeschön. Und tschüss. So, ganz, so schnell kann es gehen. So easy. Dann Flammen. Bam. Nice. Da, 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 da. War kein Bock, okay. Blöden. Drehen. Höher. Noch höher. So. Es ist nicht so, sondern so. Knudelduft. Hummelarsch ist kein Drachen-Pokémon. Nee. Hummel, Vieh und Knudelarsch. Was ist das? Alter. Und bin bei der Arena-Leiterin tatsächlich. Poplion ist kein Drachen-Pokémon. Ich glaube, die wissen nicht, was Drachen-Pokémon sind. Die haben das nur mal gehört irgendwo in der Serie. Und die sagen so, jawohl, Drachen-Varena, let's go. Ähm. Dad, hör auf, dich selbst umzubringen. Ich warte mir ja noch auf dich. What the fuck? Mal, mal, schau mal die Viecher wieder hoch. Zack. Ach, fühlst du dir, ob wir wieder angleichen, wie immer. Ähm. Ey, jo, was geht, Tobias? Auch willkommen hier im Chat. Zu hoff, das Empolion macht gerade extrem Probleme. Das hört man nicht so gern. Warte, warte, abgesangen, abgesangen. Oh, war das. Die Trumpfkarte, let's go. Das letzte Ars. Zack, Leopries. Bam, zack, zack. Bin gespannt, was die Drachen-Arena-Leiterin ist für Drachen-Pokémon. Oh, Erdbeben, tschüss. Tschüss. Death geht ab. Endlich weg mit fucking Sandsturm, Alter. Wenn es mir hier geben muss, guck mal, die Bantle sind ein Statusproblem. Also, bringt gar nichts. Also, weg mit Sandsturm. Bam. Fucking Erdbeben einfach. Schlimm und Speed up. Just kidding. Oh, geil. Ja, schön. Ist ja nur hier aufläufig. Ich war da gerade noch hier auf das Ding. Das ist ein Mann, du, dass er Napoleon geplättet hat. By the way, kein Bier. Das ist ein Limo. Ah. Mir fehlt es jetzt auch. Let's go. Hey, let's go. Nice. Danke. Danke, Leopries. Du hast mir nun mehr als dreimal den Arsch gerettet oder so. Das ist schon nice, ja. Nicht just kidding, so you know. Oh, yeah. Egal. Ah, diese Schmerzen, ja. Dafür wäre in der Redeleiterin kein vergegendes Speed up. Ich muss jetzt nochmal raus, meine Pokémon heilen. Okay, dann tu das. Das ist so extrem pain. Ich würde am liebsten durch einen Walkthrough Wallcheat nutzen, damit ich da wieder ankomme, wo ich vorher war. Gut, auf der gleichen Note könnte ich auch ein paar Supertränke mal kaufen. Und wenn, dann ist der Tales, kann ich nicht, let's go. Übrigens, Tobias, by the way, weil du es wahrscheinlich mitgekriegt hast, bei mir hat sich was verschoben. Das heißt, wir werden wahrscheinlich so lange streamen, bis einer von uns nicht mehr kann wahrscheinlich. Also wir haben mehr als genug Zeit heute. Planen ist auf jeden Fall, Liga und Dingen zu erreichen. Was sehr, sehr dope wäre. Das war da aber mies, glaube ich, Liga. Oh, Lul, yes. Wenn man noch braucht, mach ich mal hier mal kurz den hier. So, hier. Ich mag die Sarene immer weniger. Ilumise ist immerhin eine Erlösung. Aber auch kein Dracht-Pokémon. Ich packe mal dev nach vorne. Ich glaube, ich bin mit Abenteuern lustig. Ich glaube, ich packe... ...duben Isel nach vorne. Bist du des Ratsens. Ja. Hast du das jetzt erst herausgefunden? Nein. Ich vergewissere mich nur. Okay. Ja, das Ding. Das Rätsel ist übelst krebs. Ja, nice. Perfekt. You did it. I did it. Okay, dann... Let's go. Nein. Okay, dann... Warte. Speichern. Minatorisches Speichern. Spielt keine Rolle zu speichern, weil wenn wir sterben, ist die Runde eh vorbei. Ist mir scheißegal. Anyway. Weil ich will wissen, warum ich den Save nicht mehr angefangen habe. One. Let's go. Ich bin das Andra. Bester Drachen-Pofi. Ich bin gespannt, wie viele Drachen-Pokémon sie haben wird. Let's go. Aber kein Speed-Up mehr. Sandra, let's go. Der Fight beginnt. Let's go. Die letzte Arena. Extra ebisch mit dem Umhang hier. Vier Popern, Portroth. And Time! Was? And Time! And, and... Nein! Warum? Warum? Ähm... Warum? Wir machen mal den hier. Jetzt hat's doch lieber hier Dampfen-Förme gehabt, aber... Kann ich... Kann ich... Kann ich nicht theoretisch jetzt schon direkt Labras einsetzen dafür? Klar kannst du. Wieso war das gar nicht so effektiv, what the fuck? Hätte... Hätte es nicht gehabt. Nee, warte, 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 warte. Eis ist... Eis ist schwach. Ich kann nichts machen. Hey, Hugh, was geht? Was geht? Was geht? Willkommen. Willkommen zu unserem schönen kleinen Vatertag-Stream hier. Beziehungsweise nicht klein, sondern wir gehen verdammt nochmal ab. Okay. Ich versuche es. Psychokinese. Okay, dann weißt du was? Dann sage ich, scheiß der Hund drauf und wir... ...gehen einfach aufs Lampfen. Okay. Das war jetzt nicht so menacing. Was geht? Was geht, Hugh? Wie geht's? Entei ist weg! Entei ist weg! Ey, nice. Nice. Da braucht er gerade kurz mit Potroth, äh, Surfer. Das war gerade meine größte Sorge. Pampinella, okay, das... Okay. By the way, du zum Anmerken, Potroth ist auch kein Drachen-Pokémon, liebe Arenenreiterin. Pampinella eh so wenig, genauso wenig wie Entei. Entei aber nicht, ne. Ah, hier soll's da krieg's, äh, noch einen Surfer rein. Oh, oder sie heilt sich auch gut, umso besser, wenn sie gleich ihre Heilmittel an fucking Potroth wegschmeißt. Das ist dann voll okay für mich. Hab ich kein Problem mit. Bum, bum. Aber Tank hitter ist viel, damn. Hätte gedacht, Landflam wird sie jetzt schon weggefickt haben, aber naja. Dann jetzt eben. So, Pokémon Nummer 1 ist down. Wunderbar. Lärkt schon mal ganz okay. Die Walden drohen. Ey, wow, jetzt sieht das aber aus. Wie ist das in der Mega-Entwicklung? Das ist in der Mega-Entwicklung, das ist in der Nacht. Senko? Lydia, willkommen, was geht? Danke viel, die haben wir uns. Aber hi, hi, was geht? Wir sind ja bei der letzten Arena-Leiterin. Hi, Leute, was geht? Letzter Arena-Leiterin. Ja, außerdem wird das Stream wahrscheinlich deutlich länger gehen, als beim letzten angekündigt, weil, äh, weil mir mein Schütz nicht verschoben hat. Und deswegen habe ich jetzt doch Zeit. Deswegen Herrlier. Anyway, äh, Gewaldro. Das könnte nichts werden, aber wir haben eine Antwort darauf. Guter Score, groik. Alter, Gewaldro, das ist schon ein krasses Vier, aber 10 Level Unterschied. Sekunde, ich muss meine Hose ausziehen. Es gibt es. Alles klar. Gift, die ich überlege, ob ich einen Schwertanz absetten soll, aber ich glaube, ich... ...greif lieber an einfach. Aus, aus Angst. Ich fühlte mich so ein bisschen vor Gewalt umgegeben, weil das schon keine Krasse ist. Daher, ja, ähm... Das ist der Vorteil, meine, ihr seht nicht, was unterhalb angeht. Ihr seht hier ein bisschen meinen Oberkörper. Ihr wisst gar nicht, ob ich gerade eine Hose anhab. Ich habe eine Shorts noch unter meiner Hose angehabt. Oh, der glaubt, Klinge, damn, okay. Ah, okay, geht voll, easy. Kein Problem. Oh, der macht Setup. Alright. Waldro, bam. Ach, stimmt, ich sollte vielleicht meine Säte anziehen. Nidoqueen. Oh, Nidoqueen. Natürlich die Boden. Score, grob! Aber ich habe Angst, dass, falls Nidoqueen jetzt auch irgendwie eine Boden-Attacke wie Schaufel oder sowas kann, dass wir dann weggeballert werden. Aber war der Nidoqueen? War das Typ Boden oder hat das nur Boden-Attacken gelernt? Äh, keine Ahnung. Gute Frage. Äh, fuck, fuck, fuck. Äh, äh. Und wenn es die Boden, dann könnten wir es ganz easy, nur so oder so macht, glaube ich. Score, grob, was war das nochmal? Äh, das, was ich habe. Hier, Boden, Flug. Äh, oder? Also könnte, könnte Dämpft damit dealen, sehr gut. Bodengift, okay. Bodengift tatsächlich. Das heißt, wir könnten auch Landflamm reinschicken. Oder wir machen den Disrespect des Todes. Auf geht's, dumm Isel! Ja, haha, fuck's. Dumm Isel, der fucking Töter. Bam. Scheiße, ich habe eventuell vergessen, das ist... Uuuuh! What? Uuuuh, nein, Mann, Alter, pass auf! Nachthand, Nachtnebel oder wie auch immer das war! Oh! Die 11 KP überlebt. Holy shit, Mann, du war auch. Was? Komm her! Routenschlag, okay, macht das. Das ist gefährlich, aber passt. Siehst schon, das Nidoqueen fürchtet sich vor uns, vor unserem super tanky... EISTRAHL! Jawohl, baller das Teil weg. So, das Vieh pennt. Bäh, bäh. Respekt, Gardevoir, ja, gerade so überleben. Hol die voll. So, dumm Isel, mach das. Äh, oh, das macht's... Scheiße, nein, okay. Äh, jetzt habe ich doch ein wenig Sorge. Ich hab gewonnen. Nice. Ja, wisst ihr, was vielleicht war dumm Isel? Doch nicht, ich hab Angst, wenn das jetzt zweimal Verteidigung geschwächt hat, dann fürchte ich mich ein wenig. Wir schicken Landflamme ein. Landflamme macht das easy. Gut, zu willkommen dem Ziel, da endlich eine Nasslog abzuschließen, immer näher. Ich hab nämlich selber noch gar keine gemacht. Nice. Aber wir denken, das Spiel ist groß, die Liga ist nur noch das Ende, wir haben noch Rot zu besiegen. Doch, die Liga eigentlich schon, die Kanto ist Postgame. Echt, okay. Kanto zählt offiziell als Postgame. Ah, okay. Also, theoretisch, wir sind fertig, wir sind fertig, wenn wir die Liga geschaffen haben. Ja, den mag noch mal. Aber wir haben ja gesagt, wir möchten Kanto noch zusätzlich machen. Zug, unser Sohn bettet nach Geld in Tomodachi-Life, der Schmarotze. Alter, ey. Schick ihn zum Arbeiten in die Kohle, mean. Er weiß es gar nicht wertzuschätzen, er kriegt keinen Cent von mir. Und Schalt-Support sowieso nicht. Ah, so, wo waren wir? Ach ja, richtig Knochenkeule. Angeberei, alright. Das ist kein Abfuck. Kann ich mal aufhören, so petty zu sein? Sehr harter Abfuck. Komm, Mark, du mal is. Alter. Death. Nice. Death, ich werd dich, ich werd ein Foto von dir machen und es einrahmen. Heilige Scheiße. Mark im Eis, ballert's weg. Death, du hast jetzt, du bist jetzt so auf dem Tod von der Strippe gesprungen. What the fuck? Ich soll verloren haben, ich darf nicht glauben. Falls, ich gebe mir, ich nehme meine 5K. Nein, ich hab nicht verloren. Lüge, Bullshit, stimmt gar nicht. Alles Fake News. Die Wahl war gefaked. Okay, auf Wiedersehen. Wer ist von mir vergiftet? Ah, äh, du miesig. Jawohl, das passt aber. Oh, ich krieg ein Korkuna für das Dorf. Also warte, du, warte, 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 ich bin hier noch gar nicht. Chill, 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 chill. Also kein Dermis, weil der Encounter für dich schon mal gelaufen ist eigentlich, aber ey. Wait, lass mich gucken, was ich krieg. Erstmal kurz pfeilen, aber durch die scheiß Gifte nicht mehr nerven. Ich nenne es Kork. Ich nenne es Kork. Die Saga geht wieder weiter. Kork. Warte, wo gibt es überhaupt Pokémon hier in der Stadt? Hinter der Arena direkt. Ah, stimmt, da, in dem Teich. Der kleine Teich. Ich nenne es jetzt Kork. Was krieg ich? Eine Waumpel, Alter. Alter. Einfach beides weggeschmissen, Alter. Okay, das war's. Okay, das können wir schnell wieder vergessen. Hier, nimm einfach das hier. Ich nenne es Kork. Ich nenne es Kork. Kork. Dann mach ich auch Kork. So. Drachenhöhle. Wahrscheinlich ist es wahrscheinlich schon richtig hier, wie die Pokémon haben. Brutalander! Ey. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Bam. Wie heißt die Scheißstadt hier? Meine Notizen gehen. So. Seher. Wir haben Waumpel und Kokon. Da fieche, die wahrscheinlich nie rankommen werden. Niemals. Ist sehr gut. Nee, ne? Äh. Es ist eine Psycho-Attacke, die aber glaubt, die braucht, glaube ich, erst ein paar Runden, bis sie Schaden macht. Zwei Runden braucht sie. Ja, ja, aber vom Damage, glaube ich, hier, was hat die 70, glaube ich, pro Damage, oder? Ich weiß es nicht. Ist decent. Okay, dann würde ich Teleport dafür rausschmeißen wollen. Das kannst du machen. Das kannst du machen, ja. Das kannst du machen, ja. Jetzt Scheißstadt Ebenholz. Okay, Ebenholz-City. So, perfekt. Okay, ich habe meine Notizen gemacht. Wunderbar. Ach, hast du das Salz-Video von Sub bekommen. Das stimmt. Das habe ich hier geschickt, auf jeden Fall. Das, wo Tobias sein altes Salz weggechuckt hat, als, äh, Ding. Drachenhöhle. Let's go. Salz-Chuck-Chuck, Alter. Ja, gewohnt das Schuck-Chuck-Salz-Würfen. Bring another number one Salz-Victory. Oh, ja. Hallo? Okay, dann machen wir Trainer-Kampf. Na gut. Ja, Salz-Night. Begater-Welt-Fan. Auch einfach mit Bruderlander, damn. Goddamn, boah. Oh mein Gott, ich liebe dieses Gehäuse. Okay, bam. Gena. Und, äh, Schau, Balzer. Drachen-Schrein! Der Schrein der Erd, die Drachen-Pokémon, die früher Drachenhöhle lebten. Zack. Und ruckzuck hat das Dumm-Esel ein Bruderlander gefickt. So einfach kann's gehen. That's what she said. That's what she said. Ey, ewiges Eis. Okay, immer noch kein Blattstein. Ich warte, Chat, ich warte immer noch so desperately darauf, dass wir irgendwann einen Blattstein kriegen. Weil fucking Du-Floor einfach nutzlos ist. Cursive-Behre, dankeschön. So, welchen Encounter kriegen wir in der Drachenhöhle? Dragons-Groo. Skyrim. Ich hab den Encounter, glaub ich, verkackt, also, joa. Ich hab den Mogelbaum, also, ist eh egal. Also, das verkackt, okay, gut, dann ist, äh, dann ist sowieso vorbei, okay. Weil, weil ich dachte, ich hätt ihn schon. Ah, okay. Wo ist denn lang? Datenhöhle. Verschissen. Muss, glaub ich, nach unten zu dem kleinen Hütchen, glaub ich. Oh, leid, das heißt, kein Pokémon auf der... Oh, oh, oh. Level 5, Ente, einfach, hätt's auch, wie gefuckt. Naja. Anyway, verkau... 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 Ne, leider nicht. Bäh... Aber ich muss... Also, außenrum, okay. Los, schwimm, Fisch, schwimm. Ah, ich brauch... Oh, dann brauchen wir hier fucking... Ich brauch Wordpool. Haben wir Wordpool schon? Ja, ich hab Wordpool schon. Dann hab ich's wahrscheinlich auch schon. So, Zeit, wenn was... Oh, ich muss das Lapras weibringen. Oh, ich hab's auch, fuck. Und eine Kaskade gibt's auch noch. Und das ist sogar doch scheiße, aber... Och, Landflamm. Jetzt muss ich einen deinen guten Moves hier verschwenden. Oh, dann muss ich jetzt halt leider Wordpool rausschmeißen. Äh, äh, äh... Confusedstrahl rausschmeißen. Sorry. Weil Abgesang und Eisstrahl ist mir zu wichtig. Da ist auch noch eine Trainerin. Oh, ihr habt da ein Item. Was grell ich mir zuerst? I don't care, ob wir kämpfen müssen. Ich greif's mir auf. Okay. Austauschmeißen mit mir die Karte. Okay. Ähm... Bam, bada, bam. Das ist keiner... Kritisch, eventuell. Bin fertig. Gibt's mal... Ja, ich glaube, ich tausche dich lieber aus. Oh, bei mir ist es ein Nugget. Ein Nugget. Nagi, wagi, was? Ampel leuchtet stark, yeah, ich weiß, aber... Irgendwas muss ich jetzt raus tun. So, zack, dann darfst du jetzt einmal, äh... Na, dann machst du Ladungsschuss auf. Austauschmeißen, okay, alle, I guess. So, zack, nice. So, jetzt tausche ich mal bei dir die Attacken. Bäm, Finte, das ist egal. Und Schaufel und weg ist, nice. Und speichern. Jetzt, oh, Zwillinge besiegt. Item, was gibt's bei mir? Ich scheuche auch, okay. Ich bin ich rauch. Aber den Schuh schrauch. Ba, 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 ba. Na, 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 äh, so, zack. Gibt's... Der Stein, da sieht so aus, ob es da noch was geben würde. Oh, Kinose ist auch gegeben. Kameraden und Ergebene oder Freunde. Schuhschrauch, hier, der Schuhschrauch. Nestball, okay. Ich warte immer noch so desperately, desperately auf den Blattstein, Mann. Die Schuhschkröte. Äh, Strategie. Gegen welche Sorte Trainer von... Würdest du am liebsten kämpfe? Äh, jeden. Kinose. Worauf muss man am meisten achten, wenn man Pokémon trainiert? Ohhhh... Ich hab hier lieber harte Bandagen und Weisheit. Kann ich bitte Schokoladenschips nehmen? Und... Meine Pokémon sind für mich untergegeben. Und Freunde. Ich verstehe. Kampf zu gewinnen, äh... Fiese Tricks. Weisheit, sag ich jetzt einfach mal. Welches sind dir lieber? Starke Pokémon oder schwache Pokémon? Und beide? Wenig. Äh... Jeden. Du hast genau die richtige Einstellung. Let's go! Liebe. Stark oder... Ja, beide. Verstehe. Bin begeistert. Hier, Geisug 2. Bitteschön. Wie kann das sein? Er hat diesen Tash garantiert nicht bestanden. Ich glaub das nicht. Das ist eine Lüge. Niemals. Niemals! Ja. Bei meiner Ehre. Ich werde mich lieber selbst ins Schwert schmeißen, als das zu akzeptieren. Anyway, hier ist die Drachenordnung. Das verpiss ich. Okay, dankeschön. Ich hab sie auch lieb. Lugia, bla 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 bla. Würde ich auch, das ist ein Gefahr. Irgendein alter Mann. Okay, cool. Alright, dann Drachenhöhle geschafft. Nene, 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 nene. Gibt es hier drüben noch? Ich glaube, ob es hier unsichtbares Item geben würde. Kinoso. Oh, Lugia! Zwischen Oliviana und Anamonia City gibt es einen Ort, den man die Strudelinseln kennt. Tief unter diesen Inseln befindet sich eine Höhle, durch die ein gigantischer Wasserfall strömt. Es heißt, im Grunde dieses Wasserfalls schlummere Lugia. Aber dorthin gelangt man nur, wenn man im Besitz des Silberflügels ist. So lautet die Legende. Okay. Ich spiel's ja. Fuck. Das heißt für mich, ich kann jetzt zu Lugia. Let's go! Aber hast du die Silberschwing-Ding? Ja, ich hab die Silberschwing-Ding. Warte mal, Beutel. Silberflügel! Dann lass aber erst... Nice. Dann lass aber erst noch zu der Route unterhalb der Stadt gehen. Ja, ist doch nicht so schlimm. Ja, ja. Nur bevor du losstirbst, du eine Lugia holst. Ganz begeistert. So, zack, Whirlpool. Du weißt, wie sehr ich Lugia liebe. Deswegen meine ich auch. Halte dich. Zügel dich. Ewiges Eis hab ich gefunden. Das hab ich auch schon. Oh, hi, Sandra nochmal. Was geht? Warte! Bla, 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 bla. Ich bin entschuldigend. Hier, nehm ich diese Dereo-Random-TM. Drachen-Pools. Okay, nice. Hi, Entei. Jetzt verpiss dich. Bla, 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 bla. Niederlage. So. Wo müssen wir da draußen? Lind ruft mich an. Oh, hallo, wie steht's? Hör mal, ich hab was tolles für dich. Gelegenheit im Labor. Okay. Ergibt mir der Professor jetzt vielleicht den Schild, den ich brauch. Das kann sein. Ja, warte, warte. Komplett. Hab nicht gesagt, komplett vergessen, wie das Ganze abläuft tatsächlich. Alter, komm, lass mich doch hier an Land gehen. Baldur-Fisch, einfach. Mrs. Perth. So, zack. So, Route 45. Was ist das hier? Dunkelhöhle. Dunkelhöhle. Ich muss den Gegner kaputt machen. Oh Gott, ich mach dann schon mal mein Ding. Danke schön für... Oder weil wir machen einfach... Ja, Landflame. Kreideschrei. Sehr gut. Mietz, Mietz, Mietz. Donnerwelle. Kratzfuge. Hund-Booster. Okay. Ja, das ist mit... Genauso wie es mit Billy-Cut. Aber egal, ich hab's. Ach, lustig. Wir haben Hund und Katze einfach. Ähm, ich wurde durch Driller verjagt. Was heißt das jetzt? Verschissen, hätte ich gesagt. Okay. Eigentlich. Äh, okay. Gut, das heißt, das Ding wurde verschissen. Tief, mit kurz, bam, zack. Route 45, äh, Verschissen. Tobias, man kriegt eh so oder so keinen Drattini. So, zack. Ja, man kriegt in der Stadt, glaub ich, eins. Was soll ich ausrüsten? Erst nach der Liga, also ich weiß es gar nicht genau. So, einmal, wir müssen mal ganz kurz. Was? 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 Das fliegt jetzt ab. Digga, was? Die Anga? Das wär auch cool gewesen, muss ich sagen. Der überreagiert. Na, ich mein, die Alga ist schon keiner cool. Wir hatten es ja im ersten Run gehabt und das ist schon nicht schlecht. Und ich hatte es auf meiner ersten Route. Ja, das auch noch. So, jetzt müssen wir unseren Weg hier nach unten machen, zu unserer Hauptstadt, weil wir, äh, wir besitzen leider keinen Punkt, man das fliegen kann, deswegen müssen wir zu Fuß gehen, wie ein kleiner Plepp. Oh, fritzelblitz, bläh, 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 brützelfrische Döner. Assalamu alaikum, fünf Döner bitte, auf Wiedersehen. Ja, wohin genau? Wir wechseln einfach mal. Hier, gehen wir mal kurz, score groin, zack. Warte, welches Item habe ich denn eben gefunden? Äh, Nachti. Ewiges Eis hattest du vorhin gesagt gehabt. Nein, das war nicht das, was ich eben... Ich geh doch hoch hier, äh. Lassen wir hier mal meinen Rippen mal kurz, zack. Jeder darf einmal... Oh, ein Hydro, wie süß, ich stirb. Ich pack das einfach mal auf mein Rabor. So, bam. Bä-bä. Oh nein, Bergsteiger. Abspross, okay. Da gibt's ein Item. Das gibt's hier oben, aber... Brützelbrützel, Fritzelblitz, auf Wiedersehen. So, da ist nur Random train, I don't give a shit. Gib mir das. X-Abwehr, okay, langweilig. Boring. Mach mal Fritzelblitz. Ah, aber es geht. Strategie kenne ich nicht. Ich speede einfach und drück Knöpfe. But that's my job. That's what I do. Kaufler, zack, Schein-Existate. Dragoniere, Dragoniere. Mach mir doch nochmal ein Disrespect und lass ihn hier fucking, äh. Fucking dumm. Oh fuck, fick dich doch. Ah, Drachenboot, dankeschön. Bam, let's go. Schweins, okay. Lugia, er hat den Garten auf der ersten Route. Das ist ein gutes Omen. Ja, glaub ich auch. Was kann ich jetzt vergessen? Stalking, let's go. Also das VR. Hier in dem Nachthieb. Zack und Deckel, steck schön. Ass-Trainer. Fucking Arsch-Trainerin. Oh mein Gott, lass mich in Ruhe. Macho my day, das ist ja auch cool. Und jetzt geh ich noch Dialga. Leg jetzt mal das viermal weg, weil du nervst mich. Fucking dumm Isel, Alter. Oder to hide off. Das ist auch schon schlecht. Oh, das ist ein Item. Zwei Items sogar. Zwei Items. Fisch. Fuck. Fuck. Macho my, come on. So, bam. Lahmrauch. Okay. Ich weiß nicht mehr, was das macht, aber okay. Ah, mein Gott. Hopspross, Alter. Das könnten auch Vanillafiecher sein hier. What the fuck, weg mit euch. So, zack. Muskelband. Ich träume. Ich träume. Ich träume. Ich träume. Oh, Meisterball. Ey. Also ist das, was es ein Professor gibt wahrscheinlich? Ja. Ach so, okay. Macho my. Ei, ei, ei. Äh, sind die Pokémon alle ausgerüstet? Äh, ich glaub schon. Alter, kann ich bitte mal das Item aufheben. Scheiß Pi, warum musst du herkommen? Gehe dahin, wo du hergekommen bist. Machtkette. Ist das nicht keiner? Ist das nicht für Gen-4-Legis oder so? Ah, Route 46, okay. Gibt's Aprikokos. Ich muss nach Teak City jetzt. Äh, ich würd sagen, wir beschäftigen uns da mit der Quest um das jeweilige legendäre Pokémon, oder? Yeah, sobald ich meinen Weg zum Ding gefunden hab, auf jeden Fall. Äh, auch fickt euch doch. Ich muss nach Teak City, for fuck's sake. Wieso kann man nicht einfach den Boots nehmen in dem Spiel? Oh, ist die sind putzig. Hier, komm Kinder, ich lass mich spielen. Äh, ladung Stoß, mach dir gar nichts aus. So, bäm, du darfst dafür Stärke auf hier. Niebel machen. Oder never mind. Wir gewinnen auch so. Krebscord, zack. Bäm, 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 bäm. Und weg. Sehr schön, geschafft. Muskelband ist sehr gut, okay. Ach, schau, was macht das eigentlich? Nein, ich will nicht eure Nummern haben. Geht weg, Kinder. Sonderbombs. Einen tollen Sonderbonbon. Dankeschön. Äh, äh, was wollt mehr? Was meinst du, was? Macht, ja, ne, Muskelband. Versteckt physische Attacken mit 10%. Das ist nicht schlecht. Machtkette erhöht. Levellogic-Initiativ-Wert, okay. Drei Stütze, oh, what the fuck. Äh. Macht Lahmrauch. Äh, okay. Muskelband. Dieses Schirmer für psychische Attacken. Allguide. Okay, ich bin wieder in. Es ist diesen, in diesen Beschreibungen einfach nicht sagen, was es, wie viel es tatsächlich macht. Äh, der Scope hat ne Menge Dinge. Stafklaue, ah, weiß ich nicht. Muskelband. Okay, ich bin wieder in Seek City. Was trägst du? Machtband bereits. Keine Ahnung. Machtband, äh, okay, gut. Das ist egal. So, und wir sind wieder back. Rosarade, damn. Das wäre auch cool. Egal. Oh mein Gott, komm. Und Galoppa, damn. Wieder voll coole Viecher hier. Egal. Butter, Butter, Butter. Okay, so, zack. Nee. Ja, kommt. Wohl nur noch hier im Gras. Chillig. Let's go. Oh stimmt, das war ja, wo jeder eine Evolution hatte, oder? Die Alga. Die Alga im Gras. Wie, was meinst du? Alter, Freunde. Kamau. Meine Güte, die wilden Buben rasten aber auch wieder aus. So, Professor, was geht? Oh mein Gott, hi, du bist gekommen. Was? Acht Orden. Wow, du bist voll krass hier. Hallo, was geht? Ey, ich bin Lind. Ich bin im letzten Jahr gestorben. Der nächste Meisterball. Wiedersehen. So, Kimono Girls, weil die sind voll cool. Geh mal da hin, nach TX-City. Okay, oder? Oder auch nicht. I don't care. Du bist mir sowieso egal, Pfe. Was schönst du jetzt hier? Was Kimono Girls, wovon wir wollen? Nein, die wollen auch so nicht. Okay. Was die, wovon wir wollen? Und da. Du sollst mich heilen, Alde. Also, Schlimmes macht die gar nicht in der Generation. Fuck. Professor. Ich bin dein fucking... Wünschte, ich könnte einfach... Oh, die Battle-Transition ist super. Man battlest du grad Dickie Monos. Ja. Staraptor! Wir sind doch... Wir sind doch in der Anfangsstadt, Mann. Wenn wir nicht andauernd von wilden Pokémon aufgehalten werden würden. Verpisst euch. Ah. Pain. Ich muss ja übelst weit laufen. Holy fuck. Fällt mir grad das auf. 9000 Poké-Dollar. Wegen dem Münz-Amulett. Da ja. Big Money. Umeko. Das ist leider extrem lange dauern, bis wir uns vom Weg wieder zurück nach fucking Take-City gelaufen sind. Ich wünsche, ich hätte einen Flug-Pokémon. Aber wir haben keins. Nicht mal in der Box. Sie sind einfach aufgeschmissen. Ich hab keinen Lugia. Obwohl ich es auf der ersten Route hätte fangen können. Aber super als Faschist. Anzure Eronio, wie cool. Snibuna. Was glaub ich. Äh, ich war. Sagana-Biss. Bin ich noch gar nicht auf der Route hier. Es hat keine Wirkung. Oh fuck. Ne, Takim. Okay. Ähm. Sehr gut. Neu-Tür-A-Kog. Schmerz. Also ich sollte jetzt mindestens 10.000 Poké-Dollar haben. Wird okay, wenn du nicht im Kampf benutzt. Alright. Fangen wir in Rando fürs Fliegen. Ah, das stimmt. Aber wenn wir eins finden, natürlich. Die Viecher, die hier sind, die sind leider nicht Vanilla. Sonst hätte ich hier schon einfach einen Habitag oder so gekriegt. Skolos. Okay. Casual. Level 3. Satsuki. Hä? What the fuck? Was für Lüra? Luchstra. Junge, das sind actually starke Pokémon, die die haben. Ja, das ist cool. So, hier. Zuck. Nein. Ich will nicht Kopfnuss einsetzen. Baum. Bam. Ich vergesse andauernd, dass MyRubbin einfach existiert. Ja, ich aber auch. Ich hab das noch kein einziges Mal eingesetzt. Naja, ich auch nur mir ein oder zwei Mal. Ich schon kein. Es ist halt legit nur da als Failsafe. Naja. Naja. Ich hätt auch ein Shell Terra auf der Random Route damals kriegen können. Geil. PTSD. Hehehe. Und Empolion. Motherfuck. Oh, jetzt krieg ich. Alter. Ich hab Panferno. Ich weiß, aber ich hab das wild auf einer Route einfach Empolion und Shell Terra einfach. Warte, so nett, mir einen Schütz dazu geben. Ich war verloren, die festgefunden. Ich bin Sakura. Let's go. Sakurai, oh mein Gott. Alter. Jetzt kommt plötzlich auf den Routen all die geilen Poker. Ich schwör. Okay, nur Fenster. Den Schütz hab ich dann gekriegt. So, das ist ein Alten, doch. Jo. Sie hat... Ah, jo. Sie hat vorhin die Popa. Ey, nice. Oh mein Gott. Sehr schön. Oh mein Gott, was ist das? Okay, nee, Skorgo. Oh mein Gott. Hapfelsturm. Okay. Alter. Ja, ist gut. Schön, lass mich gehen, bitte. Ich will weg von hier. Ich hab genug. Es reicht. Das macht mich glücklich. Oh, warte. Wir können abkürzen. Wir haben einen Surfer. Let's go. Adios. Ich bin die Letzte von uns fünften. Als wir uns in der Passage von Ducatia City trafen, wirftet ihr äußerst zuverlässig auf mich. Ich bin das Kimonobe- Komomo. Ungewöhnlicher Name, hab ich noch nie gehört. Auch unter der Erde hält mich nichts vom Tanzen ab. Die durch ein Wunderachherrung der Team Rockets übliche Pläne mit dem Radioturm durchkreuzen. Das war wahrlich beeindruckend und ich möchte euch eure Stärke noch einmal selbst im Kampf erleben. Ja, ich bin einfach nur auf dem scheiß Fußweg wieder zurück in dieses Kack-Drecksding, Alter. Oh mein Gott, Alter. Jetzt kommt der Scheiß. Polypova wird nicht mal bei denen da von denen benutzt. Ja. Melothik! Ich sehe, jetzt ist das die Melothikart. Nice. Sucrine. Alles gut. Zuck. Boltaros. Äh, so. Komm, Ben. Zuck. Danke schön. Raust ihr, Zuck. Alter, ist aber so allein. B-b-b-b-b-b-b. Aber Pokémon bin ich auch noch nie benutzt. Zuck. Aus dem Weg. Ducatia City High, was geht. Gleich haben wir's. Wir haben euch nicht in... Seid fröhlich, Gys zu besitzen. Bitte beimpfangen unsere... Die Gischt-Glocke! Let's go! Nice. Nee, das ist nur Ding. Kein Item, okay. Hier durch. So, wir haben es dann auch bald mal. Wuppdiwupp. Sound kackt die dezent ab, aber egal. So, warte jetzt. Haben wir den Marathon durch die gesamte Region gelaufen. So, zack. Da-da-da-da-da-da-da. Okay. Teak City, halle Julia. Was geht, Freunde? Rumps. Warum? Die haben mich rausgeschmissen. Sie haben mich rejected. Ich wollte doch nur ihre Nummer haben. Verdammt. Die Monopilz sind eh voll scheiße. Egal. Ich hau ab. Ciao. Okay, cool. Hi, Freunde. Was geht? Ich hab heute den Spasten grad abserviert. Fund ich voll nice. Bla 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 bla. Genau. Cool. Rätsel-Ei. Jawohl. Okay. Hammer. Ja. Der Matt nur. Ne, der Mann nur Jumpscare. Wo waren die Strudelinsel nochmal? So, was haben sie bei uns? Roserade. Okay, das ist nice. Aber nicht so nice für Landflammen hier. Wir wechseln mal. Oh, ich muss nach da. Vier kleine Eilande, die man wegen des Meeresstrudels nicht erreichen kann. For fuck's sake. So, zack. Zauberplatz. Wusstest du, dass die Schrudel, die in-game platziert sind, auch in IRL an genau der Stelle existieren? Das wusste ich nicht. Weil Joto tatsächlich eine 1-zu-1-Rekreation von der Joto-Region ist. Nice. Da sind die auch nochmal fuck alle. Die haben einen Scorgon gerade richtig hart durchgefickt. Nicht cool. Ah, voll cool. Inzwischen tatsächlich. Yo, Zwürfenst! Yo, jetzt hab ich nochmal PTSD, what the fuck. Surfer, zack. Wieso? Zwürfenst ist doch super. Ich weiß, aber wegen Mystery Dungeon. PTSD. Alter, ich brenne. Mein Fisch brennt einfach, Freunde. Erklärt mir das. Zack, zack. Bitte mach, dass es endet. Ich bin gerade einmal... Oh, ich hab auch Zwürfenst! Nice. So, und weggesstack. Ich dachte gerade, mein Spiel wäre abgestürzt. Das ist eigentlich eine sehr, sehr coole Passage im Game, falls jemand das Spiel noch nicht gespielt hat. Kann ich sehr empfehlen. Aber wir speeden durch. Ey, nach Tara, lol. Yo! Lagenstoß. Zack. Okay, wow. Hab kaum Damage. Scheiß Brand. Fuck mich nicht ab. Haben wir irgendwas hier richtig hart? Nee. Dann, äh... So. So, zack. Dann macht der Surf halt. Alter, wie viel tankt das Vieh denn auch hier? Nach Tara ist stark! Langsam hab ich genug. Äh, hier. Gib mir... Ja, gib mir Death. Give me Victory or give me Death. Erdbeben. Und Gorn. Nice. So. Kimono Girls, zack. Nummer 4. Nummer 5. Bisschen. Bisschen über Joto und die, äh, die Alfruiner hast. Ach nee, und ich tatsächlich. Nee. Steht das... Aber ich hab's mir gemerkt auf jeden Fall. Ursaring. Okay. Guck dir das Video an. Danach wirst du die Joto... Wenn du die Joto-Region liebst, wirst du nach diesem Video die Joto-Region noch mehr lieben. Alright. Ich weiß, was ich zu tun hab. Schlitzer! Und ich liebe Joto. Und dieses Video... Hu, 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 hu. Oh, oh! Hu, 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 hu. Hey, das ist die Route, wo ich meinen Drassler bekommen hab! Hu, 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 hu. Fuck. Alter, Schlitzer, Brüli, was geht ab? Ja, ich glaub, ich wechsle mal lieber. Wer tankt das Vieh hier? Death. Fucking Death geht ab. Ich freue mich so, wenn Death sich entwickelt. Wir sind so nah dran. Hier, zack, gebeam. Gebeam, Erdbeben. Ja, genau. Alter, so. Geil. Oh mein Gott, geil, du hast es geschafft. Unglaublich, hier die Klaglocke. Dankeschön. Erdbeben. Hallo, Glänzmädchen. Oh mein Gott, ein Schatten eines riesigen Pokémons. Wow, das ist ein random Vogel. Ja, du musst jetzt nur 5 Meter laufen. Das stimmt, ja, du musst ja da... Jetzt kann ich wieder aufholen, wenigstens. Du musst erst hier so über den Fuck-Inseln. Aber ich muss durch den Dungeon durch, auch noch. Ich doch auch. Die Schröder-Inseln sind auch ein Dungeon. Alright. Alright, 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 alright. Dann... Ab hier nach oben. Hi, was geht, Freunde? Okay, jetzt reicht's mir. Zack, Hallöchen. Jawohl, danke schön. Geil, Hammer. Wiedersehen. Oh mein Gott. Und durch. Schwupp. So, den Encounter hier haben wir bereits abgehakt. Deswegen, das machen wir nicht. Badabada-Bada-Bada-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum. So, jetzt kommt ein lustiges Sprung-Rätsel. Bidifass. I don't give a shit. Den Kobo wird einen vorgeriegelt. Äh, nee, ich glaub, die Legis sind, glaub ich, die statischen, glaub ich, nicht gerandomized. Also, äh, Legis müssten auch normal sein, tatsächlich. Ja, also, die, 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 die müssten statisch sein. Also, ein, gescriptet. Wie man, hier, so wie im Mogelbaum und rotes Gareth. Strudelinseln. Nice. Direkt darf ich Flash einsetzen. Welches Fokon hat denn nochmal Flash? Oh, da gibt's einen alten Shit. Lass mich zurück. Na, cool, ich bin gefickt. Wow. Weil ich kein Flash habe. Nase genäht. Nase genäht. Ripp. Ups. Dann kannst du online vielleicht eine Karte angucken von dem Ding und dich so durchmanövrieren. Stimmt. Und, äh, es ist vielleicht scheiße zum Anschauen, aber, you know. I mean, yeah. Ich sehe, die Convoyorganisers diverted all die... Oh mein Gott, komm. Wenn all die Items haben Luxio, das wäre auch nice gewesen, aber naja. Den Counter gibt's leider nicht. So, Strudelinseln. Glockenturm haben wir aber gesagt, den, äh, ignorieren wir, bzw. den geben wir auf, den Ding, weil, man nur in den ersten Stock kommt, aber nur ins Erdgeschoss, meine ich. Und da halt, äh, gibt's keine wilden Pokémon. Das heißt, nur ich komm hier rein. Der kommt jetzt hier im Postgame erst hin. Und deswegen haben wir gesagt, naja, scheiße, und drauf. Ich hätte jetzt natürlich auch 10 Millionen Schutz kaufen können, wenn wir sicher durchgehen, aber, ne. Das Ding ist also, haben wir uns entschieden. Ja. Der Fairness halber, sagen wir halt scheiß drauf. Auch wenn, ganz ehrlich, Luxio halt echt cool wäre eigentlich, aber, naja. Item, gib mir alles. Zauberwasser. Okay, ich bin da auf Insel B gelandet. Komm ich dann raus. Okay, hol den so. Wohl den so. Ist hier noch was? Nee. Kann einfach überall hoch. Dann gehen wir halt hier hoch. Yo! Wo ist I? Nö. Willi, okay. Auch cool. Zack, zack. Item. So viele Items hier, aber immer nur in selben Scheiß. Okay, Jungs. Kann ich nicht mal einen Blattstein kriegen oder so? Jungs. Das sieht vielversprechend aus. Ach, das ist ein Schlappohr. Alright. Lass mir zu, Sas, hier, wir gehen wieder. Erstes Untergeschoss. Okay, ähm. So, hier sind wir. Aber wo muss ich raus? Ich muss zu H. Nase genäht. Oh, ich bin direkt richtig. Ich bin direkt richtig. Let's go. Perfekt. Ewige Traum vom Blattstein. Ja, irgendwann mal. I have a dream. That one day. I will get the Blattstein. Ja, sowas von. Also hier gibt es einfach gar nichts. Dankeschön, Spiel. Für gar nichts. Let's go. Ich bin richtig. Steinschnochen. Da waren wir schon oben. Geht es runter? Wir müssen hoch. Guck mal. Uh, das Flickering. Hä, hier gibt's. Also müssen wir doch da rüben. Aber das ist doch. Ich habe diesen Dungeon schon komplett vergessen. Yo. Knarzt, Quietsch. Ganz alten Holz zielen hier. Du, 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 du. Wunderbar. Du darfst passieren. Let's go. Ich speichere direkt erst mal. Sag, ähm. Lugia. Entschuldigung. Fuck. Nein, glaube ich falsch. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Guckt euch an, wie geil das aussieht. Heilige Scheiße. Bam. Ja, und das haben Leute, die Ho-Oh haben, nicht. Ja, das stimmt wohl. Dafür werden wir auch gleich sehen, was wir mit Ho-Oh haben. Was ich wieder vergessen habe. Wenn ich dann mal oben bin. Scheißturm. Ja, Voltenso ist gut. Wupp, schwupp, schwupp. Hip, hop, hip. Zack, 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 zack. Okay. Lugia. Here we go. All right. Wir haben einen heißen Vogel. Ja. Spicy Chicken Wings. Clownforzil. Mein drittes Fossil, Alter. Aber immer noch kein Blatt. Hey, Sub. Willst du beiwohnen? Ja. Ja, sure. Ich muss sowieso noch weiterspielen, aber ja. Oh mein Gott. Ich kann nichts drücken, ohne dass... Okay, egal. Basically Chiara. Basically Chiara. Shit, falsch. Igel Lava, lol. Bei Ho-Oh wärst du da besser dran. Schwupp. Meisterball. Casual einen zweiten Meisterball gefunden. Das ist unten auch gut. Alter, du Arschloch. Let's go. Das hier, ich glaube, ich teleportiere mich. All right. Here we go. Ich habe Angst vor dem. Dies ist der Ort, an dem wir mit Lugia in Kontakt treten werden. Wenn sich hier der Klang des Tanzes, den wir täglich proben, mit dem euer Gischglocke überlagert, wird Lugia auf seinem Schlaf tief am Grund des Wasserfalls erwachen und sich von uns erblicken lassen. Rihornio, damn. Auch nice. Ich hatte, habe ich schon mal erzählt, ich glaube, ich hatte irgendwann mal eine kleine Spielfigur von Rihornio. Keine Ahnung, woher und keine Ahnung, wo die hin ist. Aber es gab sie mal. Irgendwann vor etlichen Jahren. Evoli, hi. Was geht? Ciao. Hat sie ihn. Marasek. So, das Lied. Ja, ja. Okay. Ich glaube, ich muss es erhören. Liebren. Wir machen ganz Dinge, ich würde es erhören, wenn ich da beim André sein bin. Dance. Alright, wir machen kurz. Zack, 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 hier. Oh. Nichts mehr, bam. Item. Flat Dawn. Damn. Makago, alright. Hallo, Lugia. Hallo. Da ist es. Währenddessen, Dungeon bei mir. Lugia. Komm. Hydropi, Hallöchen. Was ihr da vor euch seht, ist Lugia. Seit Urzeiten erzählt man sich hier von ihm, dem Schutzpatronen der Meere. Von viele vor euch, schon viele vor euch haben sich daran versucht, das gleiche zu erreichen. Doch alle scheiterten sie kläglich. Max, ihr hattet endlich Erfolg damit, weil euer Herz mit der Gischglocke in Einklang stand. Seht du, Max, Lugia scheint darauf, dass jemand wie ihr in ihm erscheint, gewartet zu haben. Wenn hier gleichzeitig der Klang des Tanzes, äh, Demetik, Blablabla, das kennen wir ja schon. Klar, Glocke, genau. Himmelszelt. Let's go, Glocke. Sichern. Das ist auf jeden Fall schon ein gutes Team für Fremdner, für das Jodi hier. Also, ja, I guess. Lugia. Ja, mit den Blättern hier, nice. Lugia. Ich meine, das mit den Blättern bei euch ist auch sehr wild. Aber, jo, schauen wir bei Soup-Cutscene. Ja, aber jetzt müssen wir bei Soup still sein. Oder wie? Weißt du, wo er bei mir die ganze Zeit irgendwelche Pokémon-Namen gekackert hat in die Kack-Szene? Soll ich jetzt still sein, oder wie? Was ist das für eine unfaire Scheiße? Ich hab auch kurz Schnauze gehalten. Oh, let's go. Schau dir das an. Wunderschön, Freunde. Lugia, yes, is nice, aber... Look at that. Der fucking goldene Vogel einfach. Ah, da ist es. Ja, man kann mich aufregen. Was er vor euch sieht, ist Hoho. Seit Urzeiten erzählt man sich von ihm, der Schutzpatron der Lüfte. Nur viele vor euch haben sich daran versucht, das Gleiche zu erreichen. Doch alle scheiterten sich kläglich. Soup 2, ihr hattet endlich Erfolg damit, weil euer Herz und die Klagelocken im Einklang miteinander standen. Seht nur. Hoho, äh... Steint darauf, dass jemand wie ihr in Erscheinung tritt. Warte zu haben. Hi. Was geht? Fun fact. Ich glaube... Ich muss einen Ball raufen, hab ich's. Soweit ich weiß, ist tatsächlich SoulSilver beliebter bei Speedrunnern. Einfach, weil man schneller zu Lugia kommt. Äh, als schneller zu Hoho. Alright. Das Wasser ist tiefblau. Ich mach's sehr spannend. Möchtest du Surfer einsetzen? Wir machen uns mal kurz, äh, ganz simpel, hätte ich gesagt. Wir dürfen's fangen, oder? Ja, dürfen wir. Alright. Alright. Lugia, let's go! Ich schwöre, dass wir in uns warten haben. Alter, die hättest du auch richtig fangen können, aber hoho, is that fuck. Let's go! Und gefangen, nice. Lul, yeah, purple ball. Nice. Du, 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 du. Ich weiß nicht, wie ich mal dein Ding mal hören. Oh, ja. Das klingt dramatischer, find ich. Du, 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 du. Du, 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 du. Ja, das stimmt schon. Deins klingt bedrohlicher und dramatischer auf jeden Fall. Das muss ich ihm auf jeden Fall lassen. Zack, hier. Ich liebe Lugia. Ich, ich weiß nicht. Hoho konnte, ich konnte Hoho nie ab. Ich war immer der Lugia-Typ. Ist auch okay. Ganz ehrlich, bei mir ist es wahrscheinlich auch nur Nostalgie einfach, weil... Hartgold war halt das Ding, was ich gespielt habe. Ich hatte keine SoulCivic, hat Hartgold und deswegen Hartgold forever. Das ist einfach. Boogia oder Lu, ich, 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 ich trete die, Tobias, ah ja, weil ich sie dir gleich eintreten werde, weil du mir Schmerzen gibst. Tschüss. Warte mal kurz, wieso? Ich schau mal, weil ich hatte, ich habe eh schon fertig, deswegen warte ich noch auf dich. Wir machen den hier und dann... Yo, der Effekt vom Meisterball, ich habe vergessen, was für einen geilen Effekt der Meisterball hatte. In HGSS. Der geile Effekt ist, dass es einfach instant fängt. Nein, 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 die, die, die Partikel. Also, okay. Zack, zack, wunderbar. Psychoflug. Äh, kein Spitznamen, oder? Na doch, oder benutzen wir es, oder benutzen wir es nicht? Okay, wir können es benutzen. Ich glaube, ich warte kurz. Wir können es benutzen, okay, dann müssen wir auch einen Teamnamen geben. Lugia und Ho, das ultimative Duo. Luigi, Mario. Aber Mario mit H am Ende. Sollen wir machen? Ja. Okay. Luigi. Warte, ich schreibe es dir vor. Lui. Ja, jetzt zeig mir mal. Luigi. Lui. Du hast Lugi geschrieben, nicht Luigi, du. Lugi. Luigi. Zack. Ähm. Oh, ähm. Ha, passt nicht. Na ja, dann Luigi Mario. Dann eben Luigi Mario. No, Luigi Mario. Imagine, du bist einfach fucking legendärer Vogel, legendärer Unterwasservieh. Kommt einfach so zwei Kinder her, fang dich und dann geht einfach Luigi Mario. Ja, Mann. Ja, was sagt ihr dazu, Freunde? Ich glaube, dass mein erstes, das Lugia damals, was ich in meiner Hardgoat-Zo-Silver-Edition gefangen habe, habe ich Klexi genannt, glaube ich. Genau. Ich habe mir gar keinen Namen gegeben damals, mein Ho-O. Das war aber neben meinem Start, glaube ich, das einzige Pokémon, was ich wirklich verwendet habe, weil ich einfach rot Bieser-Floor nicht besiegen konnte mit Imperator. Und wir da einfach Feuersturm reingeknallt und dann war es das. Ah, da können wir nicht. Wir haben doch damals vor Ewigkeiten ein Ding gekauft, oder? Hier, Fluchtzeit. Bam. Endlich einmal Zeit sparen. Hurra. Könnte ich auch. X-City, we sind back. Back at it again. Nee, warte, ich setze das draußen ein, sonst lande ich vor der Höhle. Aber das ist besser. Ja, das ist definitiv besser. Luigi Mario. Amadeus, halt die Schnauze, ruf mich niemals an. Was sagst du dann, Flammen? Yay, happy. Nice. Kann ich sagen, wie sehr ich Lugia liebe. Jetzt muss ich woanders raus. Uff, das ist wiederum der Nachteil. Wenn man keinen Flugbogen hat, das sonst durch die Insel. Die kommen hier raus und zack, hi. Ich hätte Teleport nicht verlernen sollen. Oh, RIP, ja, tatsächlich. Damn. Damn, 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 damn. Deoxys. Deoxys. What? Ich habe auch schon drei verschiedene Fossil, also gut, was wir reden. Sogepi immer noch, ja, ein fucking Fleckmann und Baumpel. Und vom nächsten Shit, wer hier, Kawa, Kaka Pils. Die HK, was? Die HK haben auch, genau. Plibrin, Palkia, aber als Sichtlore, Sejong, Evoli kann cool werden. Jetzt haben wir auch noch fucking Ho-Oh, Luigi Mario, Herr Leer und Megane. Fluchtzeil. Let's go, einsetzen. Eigentlich. Sonder sind so Sonntag, Frühersturm, Läuterfeuer. Alright. Na, du? Ist auf den Gedanken. Okay, Wiesen sacht. Okay, ich würde mal kurz aufs Klo rennen. Okay. Na gut, na gut, Freunde. Und was geht bei euch so, Freunde? Alles klar bei euch? Schönen Vatertag, schönen Feiertag gehabt. Ich habe mir gerade so überlegt, wir sind tatsächlich schon extrem weit, eigentlich. Na, eigentlich nicht Pokédex, warte. Warte, 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 warte. Pokécom. Weil wir haben in sehr kurzer Zeit jetzt heute sich die 8. Arena geschafft. Wir haben das Läge geholt. Das heißt, jetzt geht es wortwörtlich bloß noch hier in unsere Heimatstadt und dann nach rechts so weiter zur Liga eigentlich. Also Siegestraße und Liga. Also wir schaffen es wahrscheinlich sowas von easy zur Liga heute. Dengue. Beides okay gewesen, I guess. Alright, ey. Das ist doch schön. Das freut mich. Das höre ich sehr gern. Ja, Mann, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag Yoto sowas von. Es war zwar nicht mein erstes Spiel, was ich gespielt habe, Part Goal. Es war Platin eigentlich, aber das war das Erste, was ich wirklich durchgespielt habe. Und auch halt schon diese Region. Ich finde es einfach so cool, wenn du hier wirklich rumcirkelst, da einmal so drum, dann deine Reise dahin machst, hier rüber, zack. Und dann hier und da wieder rauskommst du und so. Und hier rüber vor allem und oh, ja, wir sehen schon. Der Silberberg. Der kommt als nächstes. Was aber richtig ekelhaft wird, glaube ich, ist, wir müssen den ganzen Tag frei. Nice. Ich nehme mich auch gut. Was aber jetzt, glaube ich, richtig krebswürt ist, was ich an der Generation eigentlich richtig scheiße finde, dass wir einfach drei verschiedene Wasser-VMs haben. Heißt, zum Beispiel Kaskade werden wir auch noch benötigen, um zum Ding hochzukommen. Nur für dieses eine Mal. Und niemand kann es außer Landflamm. Und ja, und das Moveset wird dann einfach so aussehen. Wir werden einfach alles wegschmeißen. Es ist richtig Mülle. Nichts zu tun. Ja, uff. So, jetzt muss ich irgendwie zur Liga kommen. So, pull einfach weiter. Ich muss erst mal, ich finde es so scheiße. Aber ich habe gerade gesagt, in der Generation, wie du einfach drei verschiedene Wasser-VMs hast. Einfach Surfer, Whirlpool und Kaskade. Das muss ich mit meinem Wasser-Pokémon drei Wassermooks beibringen. Und ich habe eigentlich nur einen, den ich gebrauchen kann. Geil. Das heißt, ich schätze, Schüss-Donnerwelle. Auch wenn ich die extrem gerne genutzt habe. Aber okay, dann bye. Alter! Okay, fick dich. Junge! Ich will jetzt nicht rennen. Nach Hause. Cool. Jetzt haben wir den ganzen Weg von zu Hause hierher gelaufen. Und müssen jetzt wieder nach Hause rennen. Aber es geht natürlich nicht um Kürze. Ja, wir müssen doch von Neuburg hier aus nach rechts surfen, um zur Liga zu kommen. Oh, stimmt. Das habe ich ja komplett vergessen. Nur so kommst du auch zur Liga hin. Aber da gibt es, glaube ich, noch mal einen Counter wieder. Also, yeah, let's go. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Bewegen Oh, stimmt Ich kann fliegen mit Lugia Stimmt, können wir machen Aber was nehmen wir raus, ist die Frage Warte Könnten, wie war es mit Magnum Eis Du meintest Mag9 ist mit und Knog ist auch keiner mit Was ist mit My Reborn Also würde ich auch Raustun können, hätte ich auch kein Problem mit Okay, weil das nutze ich eher weniger Aber das ist auch geil Scaraborn ist auch voll geil, oder? Oder nicht? Ich nutze es halt nicht Alright, also wir können es klar Von mir aus, was du lieber hast, entweder hier Magnum Eis oder My Reborn Außerdem Kampftypen habe ich ja schon mit Panflam Okay, dann Pack ich My Reborn raus Okay, dann kommt My Reborn Ich sehe schon, das erste Item, was ich jetzt verkriegen werde, ist Fucking Bloodshine So was war Ich persönlich finde ehrlich, das ist das Beste, was uns neuere Generationen gebraucht haben Das entfernt von VMs sind die Yes, absolut Also jetzt geht es auch, wir haben auch schon den Attackenverlier damit, weil er reicht Das geht auf jeden Fall, aber Okay, was hast du denn für Moves? Wie siehst du denn aus? Besitzt Temperament Pfiffig Level 45 Uh, Verteidigung ist erhöht Verteidigung ist erhöht 143 Verteidigung Nice Nice Luga, du bist nice Let's go So, Luigi Mario Dankeschön, dass es dich gibt Fliegen Und wir haben uns erst mal 10 Minuten Video gespart Let's go Ja, eine VM Welche Attacke soll verlernt werden? Regentanz Uh, stimmt Sondersensor Sondersensor war so geil Ich hab das Ich hab dann immer so Uuuu, uuuu, uuuu Gemacht, wenn es die Attacke eingesetzt hat Das ist Sondersensor So eine geile Attacke Allein schon die Animation Nice So, Ballung hoch, zack 49 dürfen wir Ich würde sagen, dadurch, dass wir nichts gegen das Level machen können Oh ne, warte Ich dürfte es schon verwenden, weil Dev 47 ist Und Lugia 45 gerade mal Zack Notsituation Wieso dann ja eine Notsituation, Freunde Das reicht So, zack Perfekt Haut bitte Whirlpool raus Machen wir, sobald wir Brauchen wir das nicht vielleicht noch, wenn wir zur Liga wollen Was? Whirlpool I don't know Ich hab Whirlpool auf meinem Labras Alles gut Ja, ich hab leider nur ein Wasserfiel, deswegen Ich hab Whirlpool auch Ich hab sowohl Surfer als Whirlpool auch auf Labras Das heißt also Tolluktu Im Wasser Nebem Neuburgia War das Route 27, das ist ein neue Encounter, oder? Ja, ich glaub schon Ja, aber ich schau auf meine Liste, weil das müsste ein Encounter sein Ne, warte, 27, oder? Welche war das? Gute Ja, 27, das ist ein neues Ding, wie geil Let's go! Geil, okay, cool Dann, was kriegen wir? On the water Was gibt's für uns? Oh, ich darf rerounen, den Skogro haben wir schon Sogar im Team So, was kriegen wir? Yes! Tornoptu Level 15 Shit Okay Und ich nenn's Clara Ach nee, warte, kann ich ja gar nicht Bin ja an deinem Pantimos gebunden Ah, Tornoptu, willkommen zurück Endlich hab ich meinen Starter Ey, nice Buchschlag, zack Baller weg Ich hol mir mal grad was Ne, warte Ich warte, bis du deinen Namen hast Und dann hol ich mir was zu essen grad mal Weil ich hab noch nicht wirklich Ah, großartig gefrühstückt Ich auch noch nicht so Allee, Frühstück schon, aber Muss auch noch mehr später Egal Äh, Pantimos ist gefangen Name für Tornoptu und Pantimos Tornoptu Ich schätze irgendwelche Ideen Ich mach mich kurz meinen Tornoptu Tornoptu Ja 27, okay Können wir machen, ja Ich schätze noch irgendwelche lustigen Ideen Willkommen im Team Der gruselige Meme aus Alle Albträume Tornoptu Tornoptu Also mit zwei S am Ende Wie Tornoptu Äh, Tornup Äh Tornutas 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 Und zwei S Perfekt So Tornutas Alright Ja Naja Für mich nicht so geil Oh, der vermeint Das war mein Neuborkia Encounter Das Wasserpanel hat noch zu Neuborkia gezählt Das heißt, ich darf jetzt gleich noch mal was fangen Oh, Tornup Du bist freigelassen Alright Banty Moss Alter, dann warte ich mal auf dich noch Was du das noch kriegst Ah Ah Ähm Ah Ich würde sagen Warte, hatten wir nicht schon Neuborkia Encounter oder so? Ne, ne? Ja, die Starter Die Starter halt Ah Okay Okay Oh, na gut Luna Stein und Ding Okay Und hier schon mal So Bäm 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 Naja Naja Immerhin Immerhin Ich nenne es trotzdem Tornutas Ja, ich habe es auch schon Tornutas genannt Das passt In Gedenken an was hätte sein können Rouge Äh, es war schon zu spät Sorry Sorry, sorry Aber wie gesagt Mit dem Tornutu doch nie so ungefähr Du brauchst kein Whirlpool mehr Geil Dann, äh Oh, flieg mich the fuck out of you Blimey to the moon Wieso kann ich da nicht hinfliegen? Nein Wieso kann ich in keine Stadt fliegen, was der Hölle? Äh Weil du jetzt in Kanto bist, glaube ich Nein Ich bin noch in Hä? Oder? Warte, bin ich Gehe ich jetzt wieder in Wait Wait Jetzt Lol Tatsächlich Diese zwei Meter rüber Über die Kanto Neuborgia ist an der Grenze zu Kanto Hi Freunde Ich bin Oma Die Toyo Fälle Die Grenze zwischen Kanto und Joto Alright, mein Name heißt Tojo Fälle Oh mein Gott Wir brauchen Kaskade Ich brauche Kaskade Yes Kannst Whirlpool wegmachen und dafür Kaskade allein Kann ich das nur echt überschreiben? Äh Äh, nicht überschreiben Aber halt hier You know Entfernen lassen Ist doch Bam Weg Haben wir jetzt irgendeine geile TM oder Geilenscheid Wir könnten ihn über die Leute auch wieder hier Landflamm auch wieder hier Ding Äh Ampelleuchte leeren lassen Ist auch eine Möglichkeit Bruder, 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 Bruder Drachenpools Blitz Hm Wir machen das sogar Powerpump Gut, dann packe ich eben Kaskade auf Lugia Weil ich jetzt keinen Bock habe Irgendwo anders hinzurennen Oder Eisstrahl Attacken erlernen, Usen gar nein Yes Ob wir es weh Können wir machen Aber Eisstrahl Eisstrahl nicht keiner gut auf Äh Ding 195 Das wäre schon keiner geil eigentlich Oder Tobias Was sagt der Meister im Chat Eisstrahl auf Hier auf Landturn Ertrunde brauchst du halt Ja genau, das stimmt Können wir vielleicht mal fragen Was der hier Was der uns zumindest geben könnte Äh, hallo Kommt der Herz Okay, wir haben keinen Herzschuppen Nevermind Die Frage hat sich geklärt Eisstrahl Ist Bam Und erlernt Ähm Ich hab hier Die Eis Die Eiskehrt zurück Let's go Return Der Return Der Return auf Regi Eis Let's go Let's go So Regi Eis ist zurück Weg Schwuppdiwupp Zack Neuburg hier Ja schon Nice Yes Neuburg Ja Surfen Landturn Skorgo Weg mit dir Aber wir können jetzt wenigstens wegfrieren Das ist cool Okay Ich bleib so lange Ich warte mal Bis du da Zu den Toyofällen kommst Ich hole mir in der Zeit Was zu essen Yes Mach das Ich hab nix mal zu essen Da Ich muss tatsächlich essen kochen gehen Bam Skorgo Ja Schön Dass es dich gibt So Zack Hi Was geht's Hey Bla 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 Was sagen Erster Schritt Schaff deine Karte Egal Okay Das Ah Das Häuschen Tojo Fälle Okay Tojo Fälle Alright Das immer Bam Bam Ach ja Amandot Ist ja schon Regi Eis gekrallt Was sehr Nice Ist So kam da unten Skorgo Weil die da halt Den Counter Da halt Über Grandomise Hinten halt eben Skorgo Da reinkam Wahrscheinlich Carpador Oder was Irgendwas Sonst rum Schwimmt Mal schauen Was kriegen wir Regi Eis Bekommt Ey Mam Fuck So Ist mir nicht so Episch Wie Regi Eis Aber Mam Fuck So Wollte ich ja generell Schon lange Zeit Mal haben Also Gar nicht mal So schlecht Ich hatte natürlich Auch hier Der Donnerwelle Sobald wir Oder Geht es überhaupt Können wir aus der Liga Also wir können aus der Liga Später können wir wieder nach Joto fliegen Glaube ich Tatsächlich Oder Geht es auch einfach Wenn ich einfach nur Den hier mache Es einfach gleich fangen Ich glaube es müsste gehen Tatsächlich Knuddelig Yeah Ich habe noch nie Relaktion wirklich benutzt So Für Kriegs des Zwei Im Spiel Daher geschmissen Hier schläft Irgendwo Du kannst es fangen Popen X Und Y Gibt es ja zum Beispiel Auch Im Game Gen 1 Ding Aber ich habe es noch nie benutzt Tatsächlich Deswegen Ey Fand ich das cool Finde ich sehr gut Wie wir es wohl nennen werden Einfach Mampfeis Oder so Mampfeis Und Regifaxo Klingt Keine Ahnung mehr Aber Mampfeis Das klingt Fahne Mampfeis Mach ich ja Wenn ich es natürlich Entwickeln würde Was durch Relaxed Eis Natürlich Peppone Hat leider nichts damit Hast leider nicht Wirklich zu den beiden Aber naja Aber es ist gar kein So schlechtes Ding Wird zwar Erstmal aufs Ding kommen Mampfeis Ja ich mag Mampfeis Tatsächlich Das klingt funny Aber natürlich Wenn es sich entwickelt Dann ist es nicht mal Mampfeis So eine Relaxed So heißt Deswegen Ist dann für die Mampfeis Akurat Aber sowieso Wurst Weil der Name ist lustig Und es kommt sowieso Erstmal auf die Box Deswegen Yeah maya Die Nicht Tokio, Mann. So, Tujo. Fälle. Bam. Und dann die Pokémon hier rüber. Habe nämlich gepaart. Mampf. Hey, Super Nice. Ich habe gesehen, dass du meinen Faxen hast. Ich habe zwei Minuten Zeit. Dann ist mein Essen fertig. Mampf. Ah, jetzt bin ich okay mit. Bis später. Alles klar. Alles, was ich wissen wollte. Mampf. Eis ist funny. Mampf. Rigi Eis schreibt man nicht E-I-I-S, sondern I-C-E, oder? Äh, genau, I-C-E. Ein Englisch. Okay. Mampf. 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 Eis können wir auch sagen, Juli. Oder so. Nee, das passt schon so. Passt schon. Bam. So, Mampf, Faxo und, äh, Regie Eis. Regie Eis ist kein Scheiß. Ich würde sagen, wir gehen schon mal ein kleines Stück weiter. Man holt sowieso wie immer schnell genug auf. Ja, Funpi. Das wäre auch putzig. Aber nicht so cool wie Mampf, Faxo. Mampf Eis ist lustig. Mampf Ding ist schön. Entschuldigung, da muss ich gerade vertusen. E-C, also kommt, äh, Regie Eis zu spät. Yeah. Bananbananana. Babadabah. Funpi. So, zack. Ganz viele Funpi. Die Elefanten, die schwimmen. Keine Elefanten. Okay, cool. Ah, da oben können wir nochmal ein Item holen. Funpi. So, zack. Ui, zack. Ey, ich bin froh, dass wir Mampf, Faxo haben. Mampf, Faxo, finde ich cool, tatsächlich. Das hätte man noch hier kriegen können. Lilib, okay. Mag ich jetzt persönlich auch, aber... Mampf, Faxo, ist schon keiner nice. Ja, like the fucking gladi. Holy shit. Never mind. Das wäre so cool gewesen. Kriegen wir leider nicht. Safariball, okay. Jo, kann man den jetzt eigentlich... Kann man den jetzt benutzen, oder fickt das jetzt meine Rom, wenn ich den benutzen würde? Generell, den Jubelball haben wir auch noch, der irgendwie hier ein seltener Ball, der als... Ich habe keine Ahnung, was man Safariball benutzen kann, Sub. Ich höre dich noch nicht. Ich habe die Kopfhörer noch nicht auf. Jetzt höre ich dich. Probier es mal. Ich habe hier auch noch einen anderen komischen Ball, einen Jubelball, der irgendwie gedebugged aussieht oder so. Was sagt denn die Itembeschreibung vom Jubelball? Er sagt, ein seltener Ball, der als Reminiscenz an irgendein Ereignis hergestellt wurde. Das klingt nach einem Event-Pokéball. Hätte ich auch gesagt, ja. Soll ich mal save und mal probieren, was passiert? Warte, ich google mal, was der Jubelball ist. So, wir speichern mal. Wir testen jetzt mal vorne. Der Jubelball! Da ist ein Item, welches in Diamant und Pearl eingeführt würde. Der Jubelball bewirkt denselben Effekt wie der Pokéball. Er dient zum Fangen von Pokémon ohne eine erhöhte Fangchance. Der Jubelball ist auf legalem Weg nicht erhältnistisch. Die befinden sich oftmals Event-Pokémon in einem Jubelball. Wie ich es bereits sagte. Ich habe gesaved, ich probiere es mal. Außer habe ich gesehen, ich hätte ja auch noch Galaglad... Lol, hier gibt es Galagladio und Gardevoir. Galagladio und Gardevoir gibt es ja einfach beides. Digga, du hast die beste Route ever! Ja, schon irgendwie. Okay, dann testen wir, Freunde. Safari-Ball Nummer 1. Upp. Lol, das geht halt einfach. Okay, cool. Oh, der Safari-Ball ist eh gone. Und mal schauen, ob der Jubelball im Spiel crasht. Jubelball, let's go. Das ist bei... Jo, die Animation sah mega cool aus. Okay, es müsste, glaube ich, gehen. Also das Spiel läuft noch, aber... Hat es nicht gefangen. Okay, na gut. Ich habe genug gesehen, Gardevoir. Ciao, ciao. Let's go. Hupdiwup. So, zack. Ich bin in Kanto! Ey, nice. Route 27 wieder. Das war schon warm, genau. Yeah. Oh mein Gott, hallöchen. Hi. Ich bin so cool. Ich bin eine Ass-Trainerin. Granbull. Unser alter Staat hat er leider gestorben. Ist schon noch mehr Salz in die Wunde, Alter. Weg mit dir. Marschallallah. Marschallallah. Rosarale, da wechseln wir, oder? Leer- und Wanderreise. Aha. Das können wir jetzt auch machen, Freunde. Los. Landflam, Eisstrahl. Und Gorn. Astreina Maya. Tentoxa. Tentoxa. Ich habe vergessen, meine Assaults anzuschmeißen. Ich habe vergessen, meine Assaults anzuschmeißen. Wir können Luigi Mario mal probieren. Let's go, Hoho. Oh ja, stimmt. Luigi Mario. Noll. Ich finde, den Sprite sieht so weird aus, wenn du ihn benutzt. Guck dir Luigi Sprite an. Oh ja, das sieht normal aus, aber wenn du Hoho als Gegner hast, du siehst, einen fetten Gefieder und alles. Und jetzt guck dir Sonsor. Ah nee, warte, ich glaube, ich habe die Anhörung. Guck dir trotzdem Sondersensor an. Ja, ja, genau. Ich weiß, wie Sondersensor aussieht. Hat meins auch tatsächlich, aber ich mache mal Läuterfeuer. Der richtig geile Shit. Die sieht auch voll cool aus, die Animation. Aber ist einfach mega. Und Gorn. Weg mit dir, Bivor. Fun fact, derjenige, der Lugia designt hat, hatte Intention dazu, dass Lugia weiblich ist. Majestare. Das Problem ist dann aber, für die Synchronisation wurde dann ein männlicher Sprecher gewählt. Und in den Spielen ist Lugia geschlechtsneutral. Das alles weiß ich von DidYouKnowGaming. Alright. Die haben 37. Sandsturm. Okay, ja gut. Dankeschön. Ist das mal so, je mehr ich mich mit der Hintergrund-Story von Lugia beschäftigt habe, desto mehr habe ich Lugia angefangen zu lieben. So soll es doch sein. Und Sazen, ja. Hi, was geht? Sazen, ja. Upp. Ist eben noch dieselbe Route, drum. Langweilig. Pantimos. Ja, leider. Leider war das unser Encounter. Naja. Hallo Gras. Hallo Trainer. Hallo Welt. Ihr alle da draußen seid gegrüßt. Oh, Blubella. Eisstrahl. Wupp. 50. Perfekt. Dump your Plex. Ja, einfach lieber Shit. Oh, cool für dich. Freut mich. Ladungsstoß. Zack. Nice. Okay. Ich bin jetzt in Kanto. Yeah. Kanto. Okay, cool. Nee. Rückkehr, hat nicht viel Schaden gemacht. Alright, bye. Bye, bye. Schwupp, und hier durch. Oh, hi. Ich bin mitten reingelaufen, an sich schmelt. Hä? No. Wie? 33 Sneak Brunner, wie? No. Es war so. Nein. Was hast du gemacht, Mann? Das ist doch so. Was? What did you do? Er hat's umgebracht. Ich hab's. Also nicht er, aber you know what me, Freunde. Das ist nicht gut, schau dir das an. Nein. Death ist gestorben. Nein. No. Es blieb so gut heute. Es war so schön. Nein. Wir hätten eine desportale Liga haben können. Nein. Wir sind ein Gardewurf. Meine Trumpfkarte. Ich weine, ich weine. Fuck. Einmal krieg ich vielleicht fast ein Despoter. Ich kann den Counter auf jeden Fall hochsetzen. Jetzt steht es 4 zu 4 mit den gekillten Pokémon. Ja, ich auch. Warte. So, das Counter. Immerhin. Immerhin sind wir gleich auf. Wenigstens das. 4 zu 4. Ja. Ich muss gleich noch niegestütze machen. Eine. Ja, ich mach auch hier. Ja, ich 13. Rest in Peace, Freunde. Du musst doch keine machen. Du hast keins gekillt. Ja, aber doch für jeden Tod mach ich doch. Ach so. Okay. Für jedes... Das ist für... Fuck. Oh man, Dad. Dad war so lange mit dabei. Und so oft schon ist im Tod von der Schippe gesprungen. Wird so oft gerettet von Landflammen und von Labrads und von sonst irgendjemandem. Das ist egal, du dummes Nibuna. Du Hurensohn. Bitte, fick es einfach durch. Ich weine. Ich mach Liegestütze. Aus Trauer. Das sind meine Trauer-Legestütze. In tiefstem Respekt für Death. Wer kennst nicht erst mal Liegestütze auf der Beerdigung machen? Ja, einfach so. Ja. Ihre Großeltern sind gestorben. Oh, auf den Boden. Oh, 1, 2, 3, 4. Oh, mein Gott, Mann. Fucking hell. Rest in Peace an Death, Freunde. 13 Trauer-Legestütze. Wer mitmachen möchte, wer dem Respekt erweisen möchte, Death, darf es gerne tun. Mach ich. Ich mach das jetzt. Oh, mitten im Battle, aber ich mach es. Mitten im Battle, all right, dann. Let's go. Okay, warte. Ich stehe in Pause. Ich hab dich geliebt. 13 Trauer-Legestütze für Death. Das ist für dich, Death. Ich kann sagen, Ach, Mann, Freunde, ach, Mann. Ich kann sagen, das war gerade mein absolutes Limit. Ich mach nie wieder 13 am Stück. Bis ich fit genug bin. Oh, damn. Du musst jetzt auch keine 13 machen müssen. Ich hab die extra für Death gemacht. Erstens, weil ich dran schuld bin, dass Death gestorben ist. Und zweitens, weil das mit Abstand mein bestes Pokémon im Team war. Rest in Peace, Death. So close vor allem. So, so close. So kurz vom Deathbrook. Wir, 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 wir. Ja, Item. Glattbrocken. Oh, Mann. Level 49. Ich weiß, dass ich jetzt auch 15 hochkomme. Oh, fünf Level kurz davor. Das ist doch cool. Naja. Äh, fliege ich denn los? Was hier? Den Trainer fick ich jetzt. Lugia fickt den Trainer hart durch. Oh, warte. Ihr seht gar nichts. Die 6. Gibt's eine neue? Nee, ist noch nicht eine neue Route. Er bekommt noch eine neue Route, glaube ich. Äh. Nee, ist keine neue Route hier, oder? Ich bin nicht heim. Nee, ist... Nee, aber da kommt gleich noch hier heim. Oh, geil. Äh, hast du deine Textgeschwindigkeit schon angepasst? Yes, schon vor... Keine Ahnung, letztem Stream irgendwann. Macht Kette. Hat mir das nicht schon? Keine Ahnung. Habitaktisch schön. Ach man, Dev. Komm her, du Trainer. Hier muss mein Fursdick an dir auslassen. Wann machen wir Beerdigung für Dev? Gute Frage. Unsere längsten Teammitglied? Yeah. Weiß es nicht. Oder war Dev unser längstes Teammitglied? Ja, es hat am längsten durchgehalten. Alright. Es ist quasi seit... Seit dem Leuchtturm dabei. Ja, stimmt. Und wenn es nicht das längste ist, dann war es immer noch das bedeutendste. Weil es war fucking Dev. Das Meme war einfach so gut. Dev war einfach jedes Mal dem Tod grad zu entkommen. Immer wieder. Ein Team wurde bei mir gewiped oder so. Oder fast gewiped. Und Dev hast du überlebt. Das ist halt... Warte, bin ich auf gute 27? Ja, auf 27 hatten wir schon, ne? Ja, genau. Okay, weil ich dachte, ich hätte grad einen Lucario-Encounter verkackt. Ne, ne, alles gut. Es kommt aber später 26 noch. Deswegen, bereit halten. Magie-Mantel, okay. Blau. Oder auch nicht. Es ist viel tankt. Okay, ich werde... Ich werde Lugia... Ich werde... Ich werde... Death austauschen durch Lugia. Lugia kam und Death musste gehen. Ja. Aber was hast du jetzt alles im Team? Wenn du jetzt hier Lugia reinnehmen konntest, das war eine 2. Äh, was? Also Dev ist noch, okay. Achso, okay. Dev ist noch drin. Achso, okay, ja. Ich hab doch da... My Reborn habe ich doch ausgedacht für Lugia. Ja, ja, genau. Hab ich ja auch, genau. Passt ja. Alles cool. Weißt du, was das Lustige ist? Was? Mein Psychotyp ist trotzdem abgedeckt. Ja, immerhin. Nein, ich will deine Nummer nicht. Ich bin gerade am Trauern, okay. Ja, man kommt... Oh, okay. Ich bin mit Route 26 tatsächlich. Okay, ich noch nicht. Oh, Pummel. Alter, Pummelarsch! Pummelarsch. Weichern einfach mal. Tropschutz. Na, mit wem. Da, 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 da. Ich könnte Marko Meis nehmen. Mit Tugschlag immer noch recht nice zum Fang, tatsächlich. Ba, 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 da, 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 da. Ha, ha, ha. Schmerz. Schmerz vergeht. Was bleibt ist Schmerz. Ja. Freude ist temporär. Misere ist unendlich. Alter, guck dir meinen Lugia an. Sagst du, du zu Marko Meis. Hat neue Energie geschöpft, immerhin. Immerhin einer. Wie geht's dir, Lugia? Ah, ein Angler. Nimm eine Wetterung am Boden auf. Und? So, Ben. Ja. Noctur, okay. Hier in der Ake. Komm, nochmal. Autsch. Okay, rote 26. Ja. Erstmal kommt ein Angler im Weg. Saganabiss, da wechseln wir lieber aus. Das ist nichts für uns. Ja, Ben. So, Ladungsstoß. Zack. Ich habe erstmal Tails-Zertifizit gespeichert. Nice. Tails freut sich sehr. Hey, Rosana. Rosana, Rosana. Achso, das war das Teil. Ah, hier. Gib ihm Ladungsstoß. Baller weg. Sehr schön. Level 52. Sehr schön. Hydro-Pumpe. Okay. Okay, ich bin beim Kaspische. Soll ich auf die Fahrten? Ja. Warte, ich bin glaube ich gleich da. Zack. Okay, let's go. Encounter für rote 26. Rehorn. Okay. Ein Rehorn. Das ist decent. Das ist echt ziemlich decent. Ich weiß nicht. Meine Counter ist. Klippa. Klippa, okay. Ist okay. War mein zweites Pokémon ever. Ja, alright. Bisschen scheiße hier. Hab ich noch irgendwas für Status? Klippa, was ich auf der Route direkten nach dem, nach Professor Kokui's Labor gefangen habe. Nein, nein, nein. What? You killed it. Ich dachte, ich wäre im Pokémon-Menü. Ich bin schon. Ich bin schon. Rehorn gone. Carry on. Verschissen. Junge, was los ist hier? Lyrer, halt die Schnauze. Ruf mir die an. Wer? Im Rechten. Lyrer. Die Rivalin. Lydia, halt die Schnauze. Ruf mich nicht an. Ja. Lydia, shut the fuck up. Eine meiner treuesten Zuschauerinnen. Fuck you. Einfach blick dich aus Prinzip. Einfach nur so. Einfach das Verfahren. Ne, selbstverständlich nicht. Würde ich niemals sagen. Nie ernsthaft. Aua. Bam. Zwar Baller weg. Cool, du bringst das. Und jetzt kommt so Lydia bei mir so. So aus Beid gucke ich jetzt bei dir, Mando. Ja, genau. Das ist auch gut. Habe ich auch kurz gedacht. Ne, ja, gern. Ist klar. Ey, so kannst du doch nicht mit Lyd reden. Lyd versteht's. Bam. Pinsel wird verbrannt. Alles gut bei dir? Nein. Verbrannt. Hier, übertrank. Hypertrank. Mag nem Eis. Stirb mir bitte nicht. Du hast so wenig KP, du. Da stand ganz kurz Lydia auf der Kippe. Damn. Das wär's jetzt. Okay, random wandern ist Lydie. Dankeschön. Suche ich coolen einfach. Lydie. Lydie. Aber jetzt ist, glaube ich, kein Wandern. Das ist, glaube ich, hier normal. Nein, das ist statisch dann später. Den Kanto, glaube ich. Weil man jetzt flüchtet, wissen wir es. Ne, es kämpft. Das ist einfach ein normaler Encounter. Ähm. Also, Lugia, äh, 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 Suikun flüchtet generell nicht. Äh? Ist doch auch ein Wandern, das Vieh. Nein, ist es nicht. Okay, dann ist es jetzt aber tot bei mir. Aber du bindest es an einer statischen Position, normalerweise. Nein, das war bei jedem hohen Gras, meine ich. Ja, dann ist es, dann ist es, dann ist es, war es ein weiter Encounter, aber du. Aber es ist so programmiert, es ist nicht als Wandern, äh, Suikun selber ist nicht als wandernes Pokémon programmiert. Alright. Es ist halt statisch ein Encounter, äh, 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 dänke Dings. Alles klar. Äh, hatten wir Raiken schon? Ne, noch nicht tatsächlich. Wir haben es, glaube ich, mal getroffen oder auch nicht. Ich weiß es nicht, aber hatten wir noch nicht. Ne. Äh, danke Tobias, das ist mein Rettel, nur aber schön viel gemein, danke. Nice. Äh, da, 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 ah, bin schon nicht hin. Fick dich, du dumme Kuh. Ja, die hat mich auch erwischt. Octillery, okay. Octillery. Fick dich, hau ab, ausfringen. Obwohl, vielleicht sollte ich bevor wir in die Segelstraße gehen, nochmal zum Poké Center wahrscheinlich und, äh, meinen Shit. Äh, da, in dem Haus, in dem Haus, Dark, ist eine Frau drin, die hat sich nicht mehr. Halt dich. Ne, ich bin nicht heilen, sondern wegen, weil ich dafür die in die Box legen will, was anderes reinnehmen möchte. Was ist da runter, gibt's ein Item hier? Ein Haus gibt's auf jeden Fall. Lieb in High. Wollte grad sagen, warst du auch nicht irgendwas wegen Wasser? Dankeschön. Hab ich gar nicht bemerkt gehabt, dankeschön für den Tipp. Layout ist wieder agendet. Layout halt, ich hab mein Layout vergessen. Quapsel. So, ciao. Was gibt's im Haus? Äh, what the fuck. Fällt etwas geschrieben, willst du es lesen? Was? Meine lieben Brüder und Schwestern, Pokémon-Trainer, unter die Arme greifen zu dürfen, ist unser ganzer Stolz. Wenn uns ein Trainer anspricht, geben wir ihm gerne ein lustiges Item. Wir haben einen Blattstern gemacht. Gezeichnet Monja. Weiterlesen, ja. Montag, Monja-Route 40, Dienstag, Dietlinde-Route 29, Mittwoch, Mitko, See des Zorns, Donnerstag, Donatus-Route 36, Freitag, Friede-Route 32, Samstag, Samson, Ebenholz-City, Sonntag, Saison, Friede-Route 37. Okay. Die fucking, äh, die sieben Zwerge wohnt hier oder so, ich hab keine Ahnung. Anyway, ähm, back to business. Astrin. Aaaaaaah. Weißt du was? Ich glaub, ich mach's jetzt einfach. Ich glaub, ich flieg jetzt einfach, wenn's das Spiel mich lässt. Lässt du mich fliegen? Ja, lass. Ich geh jetzt ins Poké-Center und geb mein Death kurz begraben. Äh, ich bin kurz vor der Liga und da kann man auch einen Computer benutzen. Ja, aber du hast die Siegestraße durch und so. Oh. Fuck. Äh, ich glaub, vor der Siegestraße ist ein Pokémon-Center. Echt? So sitzt jetzt eh zu spät, keine Ahnung. Ich glaub's nicht, aber I don't know. Och Mann, Death. Rest in Peace. Einfach, ist einfach zu groß geworden. Zu mächtig. Das wär zu viel gewesen. Probatisch muss das Münz-Amulett von Death noch. Ach Mann. Habt ihr auch noch Items? Items? Nix, 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 nix. Holzkohle, bruh. Hier, äh, zack. Die könnten wir Ho-Oh noch geben. Zack, die nehmen wir mal. Jawohl, dankeschön. Ganz die Frage, was als nächstes reinkommt dafür. Oh, Death ist wieder am Leben. Lol. Oh, der Schinto bist du schon fast hier auf dem Ding. Wow. Okay. Äh, all right. Dann ist es doch nicht Ende. Wir... Zack, komm. Dann rennen wir halt. Wir sind zu fünft im Team. Shit, äh. Hätte ich doch nur gewartet. Jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal gehen. Ja. Super. Okay. Was für die Platte auf Lahn? Hab ich die was auf was? The fuck you talking about, Tobias? Platte auf Lahn. Da, da, da. Ah, fuck. Hier muss ich hier wieder durch. My ass. My ass hurts. Zack, let's go. Surf, bam. Zack, muss ich frei. So, Siegesstraße. Schub. Gab es das Poké-Center und PC eigentlich? Nein. Bra. Jetzt doch erst bei der Liga. Dann sollten wir doch nochmal zurück und ein neues Pokémon ins Team nehmen, weil der Rivalkampf passiert ja noch vor der Liga. So ein Rivalenboy. Ich hab's mir verbringend. Ja, dann lass lieber doch nochmal zurückfliegen und Pokémon ins Team nehmen. Von Team aus hab ich als Encounter auf der Siegesstraße. Also ob ich, warum kann ich hier jetzt nicht? Oh mein Gott, fick dich doch spielen. Ich fahr nicht, aber ich fahr jetzt nicht mit uns. Warte, welche Route jetzt überhaupt? Siegesstraße. Oh, da muss ich jetzt auch noch hin, weil ansonsten ist er den weg. Oh mein Gott. Fuck. Äh. Was tun wir hier? So chaotisch grad hier, damn. Das passt noch. Okay, dann geht's doch nochmal. Ja, okay. Dann rush mir zur Siegesstraße. So, zack. Äh, ich hab außerdem keinen Namen. Ich werd dann einfach mit PKX normalen Namen geben, ne? Okay. Ähm, zack. Die Frage ist jetzt, kann ich mich hier einfach mit, ähm, mit Fliegen hin teleportieren? Nein, nicht wieder. Nicht, was drück ich schon hier, komm. Außer Tafel, also, hab ich, müsst's haben, ja, glaub ich. Es hat auf jeden Fall, ne, jetzt hat's Glück, das Glücksei gerade hat. Glücksei wegen Erfahrung und so. Ja, du kannst dich zur Siegesstraße, wenn du einmal drin bist, teleportieren. Ey, nice. Nach Tare auf dem Wasser, sehr schön. Komm, lass mich hin gehen. Und ein Random Fiona im Gras, auch nice. Alter, lass mich hin gehen. Brody. Dankeschön. Okay. Wir nehmen wir anstatt von Death rein. Das ist eine gute Frage. Ich würd eher antworten, wenn ich jetzt im Ding wär. So, hier. Speedo. Speedo, Demon. 26, haben wir schon. Ich würd mein Regi-Eis reinnehmen. Dann hast du mal ein Bugso. Okay, das war sogar kind of fair. Aber dann hätt ich halt mit fucking Dingen. Du kannst Sonderbonbons benutzen. Es hat Explosion. Ach du Scheiße. Mir geht's um Dummeisel, meine ich hier. Weil ich ja Dummeisel schon als Normalvieh hab. Auch wenn ich das eigentlich nicht möchte, aber naja. Alter, flucht die Scheiße, rechts du magst. Aber Relaxo ist stark. Yeah, I know. Ich mein auch, dass ich Dummeisel nicht möchte. Nicht, dass ich Relaxo nicht möchte. Okay, noch mehr Trainer. Hi. Was geht? What's up? What's up? Sengu. Okay. Stimmt, wir haben, glaub ich, gar keinen Kampf-Pokémon. Oder gar keinen Kampf-Kann, glaub ich. Knochenkeule. Itemsperre, cool. Äh, zack, Stärke. Jetzt in meinem Klau auch gar nix. Auf Wiedersehen. Verox, äh. Können wir drinbleiben. Müsst du auch gehen mit der Öffnung hier. Ach so, ja, ich muss das hier noch freilassen. Ja, kommt nochmal. Zack. Tschüss, Donoblu. Relaxo, ey. Es tut mir leid. Jetzt, wo man vom Teufel spricht. Äh. Donoblu ist wieder frei. Yeah. Tschüss, Donoblu. Der Boost mal kurz, weil sonst brecht mir das Ding, glaub ich, nicht kaputt. Äh, fick dich doch. Nachtieb. Yes, hat gereicht. Volltreffer, nice. Let's go. Auf Wiedersehen, Mike. Fuck nicht ab. Nein, ich will deine Nummer nicht haben. Lass mich in Frieden. Ich hab jetzt Regi-Eis reingemacht, ne? Äh, okay. Das passt, ja. Wechselhüble, okay. Interessant. Oh mein Gott, Lugia ist so riesig. In Spider-Brumm-Rennen, äh, mit Momf draußen. Soup. Was? Lugia ist so riesig, dass es nicht gerendert wird, wenn du im Pokémon Center bist. Stimmt, aber ja, war es mit dem Toh, glaub ich, ähnlich. Äh, hier, zack. Gibt mir Stärke. Silberhauch. Oh, ey, muss aufpassen. Fuck, nicht, dass ihr Ding schirpt. Äh, ich glaub, ich wechsel mal lieber. Aber ich hab gar nicht, äh, gar nicht beachtet. Los geht's. Mario. Luigi. Luigi Mario. Psystrahl fickt dich. Bam. Yes. Magst du das mit Freundschaftsentwicklung? Ja, stimmt. Mit Spider-Brumm-Rennen. Okay, stimmt. Am besten. So, es ist so schön, ein Flug-Pokémon zu haben. Auf geht's, hoho. Bam, let's go. Nice, zack. Kraftkulost. Popkulost schon wieder. Und gib mir auf. Warte, Fluch hat keinen Typ. Der Fluch ist special, ja, das ist seltsam. So, zack, Fred wurde besiegt. He's no longer a Fred. Bei einer Attacke, die bei Geist-Pokémon anders funktioniert. Ja, genau, bei Geist-Pokémon ist es dieses Ding, dass es hier die Hälfte abzieht und dann diesen Fluch halt, wo immer ein Viertel jede Runde beim Gegner wegnimmt und alle anderen, die verlieren halt, äh, Initiative, aber kriegen dafür, äh, Angriff und Verteidigung. Ah. Das war das, was Schilterra gespammt hatte, als es mich gestreept hat. Alter, Schwertanz, what the fuck, fick dich doch. Du krankes Kackfisch, stirb. Versuch's gar nicht erst. Fucking Ninjaskir mit Schwertanz. Mashallah. Satz, Seenier, wir kämpfen weiter. Und Feuersturm. Ich mein, Kraftkoloss ist mir lieber als Explosion. Ja, genau, wenn ich das mache, dann ist es Corona. Guck mal, nee. Na, wir hatten ja doch die Pay-Safe-Klausel, wenn ich's aus Versehen einsetze, dass ich's noch nur verwenden darf, dass ich's nicht als tot sehe. Ach so, okay. Alright. Also gut, äh, so. Siegestraße, hi. Wir wechseln mal kurz, oder hi am besten mal. Zack, zack. Ähm, okay. Okay. Welchen Encounter kriegen wir für die Siegestraße? Gepaart mit Pantymos. Baldorfisch, Mashallah. Äh, okay. Was ein, für die Siegestraße, was ein epischer Encounter. Siegestraße. Außer sowieso nicht unbenennen, das Vieh ist fucking useless, Alter. Anti-Kraft. Baldorfisch mit hier Pantymos. Alter. Baldorfisch, Inschallah. Na gut. Fangen wir's halt mal. Zack. Sehr schön. Ey, wie hast du Pantymos genannt? Gar nicht. Ich hab's verges- Äh, blöderweise gar nicht genannt. Dann mach ich's auch nicht. Perfekt. So, und jetzt sollte ich mich hier wieder hinfliegen lassen können. An ne Siegestraße. Fantastisch. Ah, nice, tatsächlich. Siegestraße, perfekt. Dann fliegen wir hier mal kurz hin. Ich werde es immer mit Lenny-Fee-Kate verbinden. Was Baldorfisch, dass er so bald auf den Weg drüber geraged hat. Ach ja. Oh, ey. Ich bin da mal. Ich hab ja bisher in jedem Pokémon-Spiel immer irgendeine... Ich hab irgendeine Attacke gerade überschrieben und ich weiß nicht mehr was. Was hast du? Ich hab irgendeine Attacke durch Amnesie gerade überschrieben. Okay. Das ist schlecht. Hannibal, was ich jetzt sagen wollte. Ich hab eigentlich bisher in fast jedem, äh, in jedem Pokémon-Spiel hab ich immer überall was beschrieben. Tobias, Tobias, du weißt schon, dass Hardgold-Sauce-Sauber nach dir man Pearl Platin rauskam. Und jetzt, äh, ich weiß nicht genau, was ich sagen wollte. Lenny-Fee-Kate. Das ist jetzt heute mein heutiger Rant. Ich sag nichts gegen den YouTuber selber oder so. Hat sich natürlich krass, äh, sein Content verändert und gleich zu damals, also seine Top-Listen gemacht hat und so. Alle in sich noch in die gute alte Zeit. Aber, was ich sagen muss, und wo ich garantiert für meine Hand ins Feuer legen würde, dadurch, dass Lenny-Fee-Kate damals diese Videos gemacht hat, wie, oh, diese 10 hässlichsten Pokémon der Welt, oder, oh, Ding, er hat nämlich verdammt viel über eine Menge Pokémon abgeschissen, die eigentlich zwar jetzt vielleicht nicht so wunderschön sind, die nicht mega cool sind, die nicht mega stark sind vor allem, die aber eigentlich jetzt nicht wirklich schlimm sind. Aber nur deshalb, weil er damals den Eindruck vermittelt hat, ist es bei so vielen jungen Leuten, und ich erzähle das, was bei mir auch so war, und garantiert bei, glaube ich auch wirklich so, bei sehr vielen Leuten nämlich auch so ist, dass dieser Eindruck, dass diese Pokémon hässlich und scheiße seien, nur durch diese Videos geprägt wurde. Weil wir das als Kinder oder als Jugendliche und Ding gesehen hatten, und dann dachten, hm, eigentlich habe ich dieses Pokémon noch nie wirklich betrachtet, noch nie wirklich groß für interessiert, weil I don't give a shit eigentlich. Aber jetzt, wo er es sagt, ja, es ist schon ziemlich hässlich, und er macht so lustige Sprüche darüber, muss wohl schon stimmen, ha, 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 Pokémon ist hässlich. Und jetzt haben wir so schlecht doofe Puppen wie Dummeisel, wie Baldorfisch, wie Flunschlik zum Beispiel, die eigentlich voll okay sind. Blunschlik ist in Ordnung, aber dann gibt's so, wie heißt das, es gibt so ein richtig, richtig hässliches, mit so einer fetten Lippe und... Oder Baldorfisch zum Beispiel. Hm. Baldorfisch zum Beispiel, hat auch eine fette Lippe und guckt richtig scheiße, so ungefähr, und das ist ein kleiner Kugelfisch, der sich nicht entwickelt und schwach ist. Ja, gut, okay, ist nicht so cool, aber so scheiße... Hä, es ist ein bisschen Kugelfisch, was ist so schlimm an Baldorfisch? Aber da ist auch sowas mal drüber abgekotzt, oder Dummeisel zum Beispiel. Ja, Dummeisel ist useless, aber... Okay, okay, okay. Aber es ist nicht hässlich, schau es dir an, das ist die Seine, ist actually keiner cool. Ein wichtiges Teil für mich ist, ich dachte, Dummeisels Maul wäre unter diesen, diesen Fühlern da vorne. Mhm, ja. Und dann kamen 3D-Pokémon und ich wurde eines Besseren belehrt. Das Blaue ist seine Unterlippe. Achso, ach, jetzt sehe ich es, ach, genau. Und ich mag das gar nicht. Ich mag das gar nicht. Echt, ich finde es sogar nicer irgendwie. Ich finde das gar nicht super. Ich dachte, die Fühler wären seine Zähne oder so. Alright. Weil so, wie ich es damals betrachtet habe, habe ich es sogar noch süß gefunden. Es wurde erst hässlich, als es mit 3D-Pokémon gezeigt hat. Na, das ist ein Unterkiefer. Uff. Fluchstück finde ich persönlich scheiße. Alright. Jeder darf seine Meinung haben. Und wenn du sagst, es ist scheiße, absolut okay, so ungefähr. Aber ich finde, es ist nicht so hässlich, wie Lenny Fickhate damals Dinge gemacht hat. Klar, ich meine, es sei im Verziehen so ungefähr, es war lustiger Content, wir haben es alle gefeiert. Und er hat viele Muse dafür gestiziert, also kein Ding. Aber er hat auch keinen da übertrieben. So, bei manchen sagen, dass ich es aufgeregt, man denkt sich so, brah, Brudi, so wild ist es jetzt auch wieder nicht. Und das hat einfach, wie ich glaube, halt echt dazu geführt, dass verdammt viele Leute halt nur deshalb wirklich erst angefangen haben, so Sachen halt, äh, den Pokématest nicht zu finden. Nächster Punkt, gleich, äh, gehört gleich mit dazu. Auch zu der ähnlichen Zeits ungefähr. Ich weiß nicht, wann das war, wann war es so zwei, zehn, zwölf, keine Ahnung, was, um den rum. Zu dem Jahr so ungefähr, als Pokémon Gen 5 das neueste Ding war, war es ja relativ hart eine Kritik. Die Leute mochten Gen 5 im Durchschnitt nicht, weil es war zu edgy, es war zu komisch, es war zu langsam, es war anders irgendwie. Die Leute mochten es nicht. Und jeder hat es eigentlich auch, jeder YouTuber vor allem, hat das, glaube ich, dann auch so, äh, hier angeprangert tatsächlich. Und deshalb war die Meinung zu Gen 5 absolut scheiße eigentlich. Es war jetzt das schlechteste Pokémon-Spiel, wie man gedacht hat. Also, mir wurde gesagt, mir wurde gesagt, es ist das beste Pokémon-Spiel, weshalb ich es in sehr, sehr lange Zeit nicht gespielt habe. Weil ich mir das beste zum Schluss aufnehmen wollte. Und im Prinzip bin ich jetzt hier und sitze und sage, weiß 1 ist besser als weiß 2. Ich hatte immer das genau das andere Ding halt gehört, das ist halt wirklich andersrum mal so, Gen 5 war halt immer, als es rauskam, war ich als scheiße betrachtet so ungefähr. Beide Spiele und dann so, ach, warum gibt es das in Teil 2 davon, bla bla bla, so, weil keiner hatte mehr Bock drauf irgendwie. Und dann aber erst vor kurzem, erst vor wenigen Jahren eigentlich, kam mir dann hier diese große Gen 5 Trend oder dieser Hype wieder zurück. Und es ist verdammt geil. Die Leute haben aber erst dann erkannt, dass die Musik voll geil ist, dass die Pokémon-Zeit eigentlich voll cool sind, dass das ganze Ding, die Story erst zum ersten Mal ernst und epische ist, so ungefähr. Dass Ernst Elemente drin hat und so ein Ding eigentlich voll geil ist. Aber nur weil das damals halt von irgendwelchen YouTuber halt eben an uns Kinder damals im Anteil gereicht wurde, war das halt, glaube ich, so der General Consensus, glaube ich. Ja, aber da kann weniger Lenificate, sondern eher ganz Süddeutschland werden was. Genau. Deswegen hatte ich auch gesagt, das war halt ein verwandter Punkt. Das war jetzt nicht mehr Lenificate nur, sondern das war jetzt hier wirklich generell. Weil ich mir auch nicht mehr ganz sicher weiß, ob Lenificate das auch so damals zu der Zeit angeprangert hat, so ungefähr, weiß ich nicht mehr. Kann ich auch nicht sagen, behaupte ich also auch nicht, aber generell, YouTube Deutschland hat jetzt das Gefühl gehabt, sind immer sehr hart gegen Gen 5 geschossen. Was eigentlich totaler Bullshit ist. Gen 5 ist super. Klar hat alle seine Vor- und Nachteile, aber es ist fucking gut. Und mit so viel Detail und so viel Liebe und so viel geilen Shit drin. Ui, hier hätte ich halt ein Flemly bekommen können. Oh, cool. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Äh, hier, ich weiß wieder. Wir müssen Mammfwaxe hochleveln. Zack. Mammfwax, bin schön. 21, 22. Das dauert jetzt erstmal kurz. Ich habe eine Herzschuppe gefunden. Tobias hat gerade noch ein gutes Ding genannt, auch von Lenificate. Unratütox und die Ponytox. Ist auch so ein Ding. Ja, es ist ein lebendiger Müllbeutel. Ein Müllbeutel, okay, schön. Und, so ungefähr, ist das Design, es ist nicht schlecht gemacht, so ungefähr, du siehst du viel Detail, viel Ding drin. Wenn, was, wenn es darum geht, einen lebendigen Mülleimer, äh, Müllbeutel, was heißt, Mülleimer, Müllbeutel zu machen als Pokémon, haben sie mit unserer Tütox und die Ponytox echt gute Arbeit gemacht, eigentlich. Plus, sie sind recht tanky, sie sind Gift-Pokémon, so ungefähr, sie tun, was sie sollen, eigentlich. Es macht keinen Sinn, auf sie abzuhalten, aber, oh, sie sind so hässlich, weil sie ein Müllbeutel sind. Mensch, krass. Erbisszahn, ich habe jetzt bestimmt den dritten oder so. Damn, okay. Aber wie gesagt, kein Hate oder kein Ding, so ungefähr, aber das ist einfach, das wollte ich einfach mal loswerden. Und, tschüss. So, zack, 31, Level 32. Das Design ist ein Müll und das werde ich nie verzeihen. Einfach nicht mein Fall. Ja, fuck, was habe ich jetzt? Was war das jetzt? Amnesie. Ich verstehe, ich habe das Amnesie gegen Body Slam aufgetauscht. Ja, ich auch. Nice. Leuder, äh, nee, danke. 37, ich glaube 38, 39, 40, 41, Walzer, äh, wie Attacken hast du überhaupt? Schlecker, Aufbereitung, Horta, wow, ist ein richtiger Bullshit. Ja, meinetwegen, wenn wir mal hier. Ja, genau. Zack, 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 bäähm. 42, 42, 43, 41, 44, Bärenkräfte, äh, nee. Umo nicht. Zack, zack, 45, 46, 47, 48, 49 und Zuflucht. Oh, ich glaube, ich bin beim Ausgang. Damn, nice. Attacken kann ausgeführt werden, nachdem alle... Nevermind, ich bin nicht beim Ausgang. Nein, ja, zack. Doch, ich bin beim Ausgang. 50. Da, ja. 51 und 52, zack. Ich bin beim Faxo, guck mir den Rest noch kurz hoch, bäähm. Sprafattacke, nee, passt. Okay. Hey. Schluss. Ich bin da. Ich bin beim, ich bin beim Rivalen. Yo, Brudy, chill. Ich stelle doch hier im Center dabei und level beim Faxo gerade hoch. So, bäähm. Könnte ich auch mal gucken, wegen dem Level. Zack. Gleich mal heilen und dann beginnt die Siegestraße bei mir. Während du schon durch bist, Alter. Manche Dinge ändern sich nie. Oh, okay, was haben wir da? Tja, was kann ich dafür, wenn du sagst, sie sollen rushen, dann rushen wir halt. Ich sehe schon, das wirst du mir nie wieder vergessen. Ich habe es einmal gesagt, aber anfangen und dann höre ich das ganze Spiel durch. Nee. Ich finde es ehrlich schlecht, von allen Designstandpunkten. Sie sehen nicht aus wie Hausmüll aus, sondern wie Play-Doh-Müll. Ich möchte aber die G-Max-Form, wo dann tatsächlich richtiger Müll drin steckt. Keine gute Ausführung, meiner Meinung nach die Originale. Alright. Ich will es rumrennen mit dem Vieh. Alright, das machen wir auch. Fliegen. Wir rennen nämlich jetzt durch die Siegestraße. Willkommen im Team, Momfaxo. So, bam. Rute 26. 46. Muss ich es nicht vielleicht auch noch? 47. Was tun wir eigentlich? Item nehmen. TM, okay. Haben wir irgendwas, was Freundschaft darüber, wie diese Ding-Glocke oder so? Die Vanille hätte ich wahrscheinlich nicht. Die Danks-Glocke war es, glaube ich. Äh, in Vanille hast du die, aber hier, glaube ich, nicht. Ich zumindest nicht. Die Stormhang, Flugzeile, Machtkette. Eisenkugel, bla 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 bla. Äh, äh, äh. Was hat Lupia denn bitte? Was hat? Du hast'n Wiederball. Ich geb' dir ein ewiges Eis dafür. Ah, ich hab'ne Idee. Warte, das... Wait, ich hab... Ich hab... Lass mich mal gucken. Nee, ich dachte, das wär... Ich dachte, Bodyslim wär' die Attacke, wo... Wenn das Gewicht des Pokémons höher ist, dann irgendwie sich das, äh... Die Stärke erhöht, aber nee. Falsch. Muss aber draußen sein. Alright. Das heißt... Willkommen in der Siegelstraße, Freunde. Wir waren vorhin schon kurz drin. Mampfaxu, let's go. Ja, so putzig das kleine. Hallo, Mampfaxu. Jo, Schlauglas. Was, wurde nach vorne gekippt. Das ist nicht gut. Alter. Die Quirtler, die ich auch kriegen können. Die Flucht gescheitert, dankeschön. Lass' meinen Mampfaxu bitte in Ruhe, dankeschön. So, zack. 1938. Staraptor, ist auch nice. So, zack. Let's go. Ne Tanzer, okay. Das hätt' ich nicht nehmen müssen. Freunde, lass mich doch gehen. Lass' mich doch gehen. Dankeschön. Barkelo. Alter. Lass' mich fliehen. Bitte, spiel. Alter, das ist ein bisschen, ein bisschen hart triggernd. Freunde. Ich sag's mal so, du musst durch zwei Löcher durchfallen, um da hinzukommen. Und dich an einem vorbeischleichen. Okay. Was will denn jetzt mein Bruder? Oh, ein Alten. Oh. Kupusstück. All right. Oh, wei. Oh, wei, oh, wei. Alter, Schlafbruder. Fick doch deine... Du weißt schon. Du weißt schon. Baldur Fisch doch mal. Hüftspitzen. Dankeschön. Porter. Sehr schön für dich. Lass mich gehen. Entfessler. Dankeschön für nichts. Lass mich gehen. Dankeschön. Item. Kriege ich hier nicht. Cool. Baldur Fisch. Hallöchen. Vergeltung für gar nichts. Dankeschön. Geh weg. Dankeschön. Ah, mein Gott. Ist einfach so nervig, weil ich, um Mamfaxu zu entwickeln, Freundschaft aufbauen muss, es deswegen vorne mit mir laufen machen muss. Apropos, heute wird mal der Stieß umgedreht zu. Wieso? Wieso? Ähm. Sonst habe ich immer Schimpfe von meiner Mutter bekommen. Heute muss ich mal meine Mutter schimpfen. Oh, okay. Naja. Alter, ich höre schon wieder mal ein Faxu heilen. Zack, so. Uweil, geh weg. Bitte. Dankeschön. So, Leiter hoch. Mir fällt auch gerade auf, dass Lugias Fell nicht weiß, sondern silbern ist. Das hat viel zu lange gebraucht. Das passt. Das passt. Oh, ein Form Mio. Wie putzig. Bitte. Lass mich gehen. Dankeschön. Dankeschön. Aero-Duck-Hübel ist natürlich auch nice. Wenn es mich fliehen lassen würde. Das Arme war mal ein Faxu. Es wird einfach schläfend hier durchgeschleift. Kommt an, da unten irgendwas in die Fresse geschmissen. Okay, Stärke riecht so ein Scheiß. Du bist richtig. Ja. Ja. Hoch. Okay. Ja. Das Item, da muss ich schon später nochmal. Ja, du kannst die Leiter hoch, dann direkt wieder runter, dann ist der Stein zurückgesetzt. Genau, da dachte ich mir auch. Zack, Siegelstraße. Viel Vertafel, okay. Na ja. Wenn man es hat, dann hat man es. Dann hat man es. Balbini, wie putzig. Bitte lass mich gehen. Bitte lass mich gehen. Bitte lass mich gehen. Porenta. Bitte lass mich gehen. Es ist nur ein Porenta. Dankeschön. Ich darf schon wieder heilen. Okay. Okay, okay. Gut. Oh, Glaziola einfach. Yo. Nice. Lass mich gehen, bitte. Glaziola, bitte. Ich schwör bei Gott. Freunde, wie oft noch. Dankeschön. Alter. Drei Schritte und schon wieder. Scheiß Porenta. Ich schwör, ich hätte einfach Schutz kaufen sollen. Wer tanzt? Geil. Alter, bitte. Ich schwör bei Gott. Dankeschön. Oh mein Gott. Fucking mumfuckst du, Alter. Oh, ein Item. Flottball. Nice. Da gibt es noch ein Item. Oben ging es raus. Shit. Gehen wir hier runter. Ey, noch ein Item. Holz, Kohle. Haben wir schon. Fluff, Fluff. Alter, die roten Augen. Das fies sieht so übelst mies aus. Warte her. Was hat das bitte gesmoked? War da jemand irgendwas ins Auge gerieben? Das ist nicht gesund. Äh, weed. Das sieht nicht gut aus. Ja, okay. Weiter geht's. Lass mich raus. Nochmal ein Glatio, oder? Bitte lass mich hier gehen. Bitte lass mich gehen. Bitte lass mich gehen. Bitte lass mich gehen. Ich schwör bei Gott, Rudi. Hahaha. Saftkorn. Alter, so das fucking Saftkorn lässt mich nicht fliehen. Obwohl ich 20 Level drüber bin. Und ich glaube, da geht es raus. Da kommt der Rivale wahrscheinlich gleich. Rivale, Rivale. Nehme ich an. Ich glaube, das finde ich mir richtig ins Sinne. Okay. Okay, okay. Habe ich was zum hier aufwecken. Genau. Bist du soweit? Ich glaube, hier geht's dir raus. Da ist, glaube ich, der Rivale gleich. Yes. Ich mach mal andere Musik. Nicht so schnell. Oh, okay. Erzähl, welche du willst du versuchen. Bla, 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 bla. Ich finde sie tatsächlich keiner interessant, weil die Siegestraße erscheint irgendwie kurz hier in dem Spiel. Oder, like, wenig ausgefletschte. Ich finde tatsächlich, das Trainingsareal in Diamantfeld fällt gar zu schlimmer. Ja, aber ich finde generell, so normalerweise eine Siegestraße finde ich übrigens bis heute nicht raus. Bro, okay. Wir können ja mal ein Setup probieren. Könnte natürlich spannend werden. Er hat keine schlechtes Team. Samtala. Samtala. Aktivität, alright. Darf er gern machen, wenn er schneller sein will. Such mal den Skorgo, Sweep hier anzusetzen. Oh nein, er hat Genesung. So, bam. Schwertanz zweimal. Okay, es ist tot. Nice. Gengar! Schwertanzerei. Weiterkämpfen. Sender, Sensor regelt. So, Gift-Tip. Nach muss ich, glaube ich, erst mal heilen gehen. Alter, Volltreffer, aber noch, du hohen Sohn. Oh, One-Hit. Sechs-Fach-Angriffs geboostet. Volltreffer, let's go. Ja? Skorgoins HP, halt die mal im Auge. Alles gut, ja. Ich wollte eh gleich heilen. Sehr gut. Das war, weil ich viel gecritet hatte. Oktillery. Oh, das ist scheiße. Wenn ich wechsle, dann ist das ganze Setup für den Arsch. Ja, komm, sei nicht dumm. So, bam. Oktillery kam nun sowieso nicht viel. So, zack. Oh nein. Alter, 30. Lass die Gelegenheit nutzen, um schon mal hier, bam, Hypertrank. Skorgoink, Heidung. Als ob du Bastard mit einem HP überlebst. Ausfrigen, okay. Tu das. So, Ladenschoß, Brutzel, Brutzel. Weißt du, was geil wäre? Das ist heute Flashback. Weißt du, was geil wäre, Sub? Was? Attacke, wenn sie One-Hit wäre und die komplette Leiste für ihr liegen würde. Die Leiste leert sich erst langsam und je länger es dauert, immer schneller. Das wäre gut, ja. Das wäre fucking geil. Was willst du mal Pokémon, Diamant, Perl und Platin sagen, wo er dem Menschen hohen levelt, dass das Ding so arschlangsam geht wie sonst was? Ja. Im Schreckentempo irgendwie. So, zack. Hallo, Wulnona. Tschüss, Wulnona. Hat den Landflamme rusht irgendwie das halbe Spiel allein durch irgendwie. Aber Azumarel, Bro. Ich glaube, der Rivale will wirklich von Landflamme gefickt werden. Tschüss, Wulnona. Bye, bye. Bye, bye. You date, Azumarel. Noc-chan. Azumarel-chan, you date. Bum, bum. Weitercamp. Hytaira, zwei Minuten bis Lehrers grüßen. Ja, ganz genau. Was? Hytaira, was? Ja, genau. Tobias, man hat Hytaira, zwei Minuten bis die Lebensanzeige leer ist. Oh mein Gott. Vylord. Wow, er hat ein fettes Vieh. Er hat fast nur Wasser-Pokémon im Team. Was zur Hölle? Er hat das gleiche Pech, wie ich, immer nur Wasser-Pokémon gekriegt als den Counter und jetzt hat er was hier. Aber Vylord ist auch keiner cool. Ähm, bei mir hast du durchgehend Pokémon, die entweder gegen Wasser oder gegen Psycho-Schwach sind. Nice. Turtalk. Turtalk? Ey, cool. Ich hätte Steff ein, ein, reinwerfen können, weil es Zauberblatt hatte. Das bedeutet, stay hydrated. Stay hydrated, Freunde. Gute Idee. Außerdem, er hat den Sturballboss, das kann ich auch one-shotten. Mit Landflamm. Landflamm hat einfach fünf seiner sechs Pokémon einfach gewone-shottet. Stay hydrated, Freunde. Prost. Turtalk schützt sich selbst. Fick dich ins Knie. Anyway, äh, ja. Das war's. Tschüss, Rivale. War schön mit dir. Mein Traum, weltbester Trainer zu werden. Das ist geplatzt. Unglaublich. Äh. Stau. Was eine Putzi. Lüre ruft schon wieder an. Gott. Fuck. Indigo-Plateau. Nice. Wie läuft's bei dir? Ah, Turtalk. Lass schweif. Okay. Warte kurz. Ja, ja. Wir schauen alle zu. Ah, du hast schon gewonnen. Sehr gut. Nicht schneller als gedacht. Ja, warte. Ich hatte so übelst easy mit dem Rivalen. Jetzt gleich ohne Shit. Da, 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 da. So, okay. Äh, Layer-Post wieder. Das hast du gegen mich. Mach mal Muggan dazu. Okay, schön. Zack. Da, 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 da. Ich fand dieses Indigo-Plateau irgendwie so cool irgendwie, auch wenn's leer ist. Warte, gibt's Pokémon hier, wenn man Kopfnuss einsetzt? Nein. Weißt du, ich hab auch nicht mehr Ding, sondern hier. Pokémon-Liga. Ich hätte nie gedacht, dass wir tatsächlich schon im zweiten Run hier hinkommen. Hätte ich ehrlich auch nicht gedacht, Alter. Jetzt müssen wir es halt nur noch schaffen, tatsächlich. Alter. Welcome. Aber in drei Dreams das Spiel durch. Holy Shit. Hm. Also, es waren lange Streams, aber ja, okay. Okay, das Problem ist jetzt aber, ich muss eigentlich erst mal beim Faxo irgendwie entwickelt kriegen. Und ich werde erst mal alles leveln. So, warte, wir können ja sowieso... Es gibt doch Freundschaftspunkte, wenn man gegen Viehzeug kämpft, glaube ich. Also, wir fliegen einfach mal... Einfach mal hier hin. Wir können ja eher easy wieder zur Liga zurückfliegen. Kein Problem. Zack. Das war mal am Faxo. Es wird Zeit zu trainen. Quiek Level 3, kein Problem. Body Slam, zack. LADESTRAHL! Let's go! Nice. Gegner wird von einem Elektrostrahl getroffen, steigert eventuell Spezialangriff des Anwenders. 50,90. Freundschaftssinger dauert leider übelst lang einfach. Das ist aber... Cringe. Ist besser als Amnesie. Vesprit im Gras ist auch nice. Ciao, Vesprit. Und die Alga auch noch casually. Wow, was? Egal. Hydro-Pumpe für Laprise! Ey, nice. Noc-Charm gibt's auch noch. Nochmal die Alga. Alter, ein Damage gemacht, aber Parallel-Pumpe für mich nicht noch. Ich bin tatsächlich am Überlegen, es doch nicht zu lernen, weil Genauigkeit 80 ist nicht so geil. Na, das stimmt, ja. Das ist ein Risiko. Und abgesagt möchte ich ungerne aufgeben. Genauso wenig wie Eisstrahl. Weil Eisstrahl ist fucking strong. Das hat zwar nur 95er Stärke, aber wenigstens 100er Genauigkeit. Ach, Sack. Ich erlern's nicht. Okay. Ist die Safe Option. Im Pokémon weiß man echt nie. Vor allem nicht bei dieser Challenge hier. Ja, alles unter 18% im Pokémon ist eigentlich, versuch's gar nicht erst. Leider ist es halt echt so einfach. Was für nur 95. Ja, I'm sorry. Es sind immer noch 5%, wo es daneben gehen kann. Zack. Gut. Zack. Bitte schön. Und hier nochmal. In dem Blizzard die beste Eisattacke. Eisstrahl. Hab ich nie gesagt, dass ich da was gegen habe. Im Gegenteil, es ist draufgeblieben. Nee, warte, das ist Regie-Eis. Eisstrahl. 95er Stärke. Warte, ich mach's dir, ich mach dir, ich mach dir ihr Ding an. Hier. So, hier. Ja, wir werden da die einfach nur durchgrinden. Ja. Ah, fuck. Hala. Hier mal aufs Ding draufgedrückt, Marshaler. Nicht gut. Gar nicht gut. Stärke 95, Genauigkeit 100. Ja, egal. Oh mein Gott, bitte. 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 So, zack. Blieb nach Ebenholz und hau Whirlpool weg. Das ist auch eine gute Idee, das stimmt. Ja, weil's da... Ah, jetzt ist eh zu spät. Ich kann doch jetzt die Attacke... Nee, warte. Kann man bei... Wo kann man Attacken wieder erlernen? Ich hab ne Herzschuppe. Auch da in... Auch in Ebenholz. Aber du brauchst ne Herzschuppe dafür, glaube ich. Ich hab ne Herzschuppe. Okay, dann geht das, ja. Dann nach Ebenholz und das Haus mit dem Schild da neben dem Pokécenter, glaube ich, links davon. Da oben, wo ist das? Ich hasse den Stick. Welchen Stick? Mein Analogstick. Okay. Ich hab mit meinem, ja, Fahrrad... Fahrrad... Ding. Zack, komm, zack. Ist einfach so krass, der Unterschied. Wenn du allein schon schaust von den KP her... Mamfaxu, Level 52, hat schon 216 Maximalkapé. Knogger hat 136. Wo ist denn das Haus mit dem Schild daneben? Daneben. Links irgendwo. Ach da. Bin blind. Zack. Zack. Gut. Und... Bin, bing, bang, bada, bau. Schütti, bop. Ist das der Attackenverlerner? Der Attackenverlerner ist ganz links in dem Gebäude. Ach so. Der redet auch mit dir so, als ob er Demenz hätte. Komm, zack. Schön. Schön. Woh, cool. Woh, cool. Woh, cool. Schön, bä. Innen kann man... Gab's nicht auch irgendwie Freundschaftspunkte, wenn man Pokémon mit Bären irgendwie füttert? Glaub schon. Schlaf, weil was gegen Parabiese... vom Drachen aus meinem Repertoire beibringen? Nein, danke. Ich möchte... Bä, bä. Fühlst du dich an der Attackenverlust? Okay, näher. Hebe und stehe auf für die Liga. Bä, bä. Hä? Ich hab nur ne Herzschuppe. Ach so, ich muss nicht zweimal. Bäm, zack. So, La Prise. Mann, komm. Soll ich jetzt Hydro-Pumpe draufpacken? Klar, ne? Wenn du meinst, Risiko einzugehen, dann ja. Ist halt stark. Kann natürlich ordentlich wegbadern. Ja, Hydro-Pumpe. Nice. Krabi. B-Split. Zack, so. Eieieieiei. Nur bestimmte, die senken aber auch Werte. Ah, okay. Also wieder Abfuck. Wer weiß, wie lange das überhaupt dauern würde. Oder muss ich dann danach erst noch ein Level abkriegen, damit es sich entwickelt? Wahrscheinlich schon. Ja, du musst bei dem richtigen Freundschafts-Stat ein Level abbekommen. Also ich darf erst mal raten, wie lange ich das machen muss und dann noch mal ein Level ab. Oh, das ist gerade sehr satisfying. Pokédex 20 und Spielzeit exakt Runde 20. Lol, nice. Das ist richtig satisfying. Das ist gut. Sehr gut, sehr gut. Okay, gehen wir mal zu dir rüber. Ich sollte vielleicht den Stream endmuten. Zack. Wer weiß, wie lange das dauern kann ohne Sanfglocke. Das ist richtig mies. Soll ich dann einfach schon mal den ersten machen oder soll ich so lange warten? I don't know. Ich will doch nicht mit Mammfax so in die Liga gehen. Es soll schon entwickelt sein, hätte ich gesagt. Oh, du hast es Mammf-Eis genannt. Ja. Ich habe es Mammf-Eis genannt. Also, ja, ist auch okay. Egal, ist sowieso das Gleiche. Yeah. Oh, mein Gott, komm. Da ging ich den Null-Lufahrer noch. So. Upp, upp, upp. Äh. Lalalala. Mui, Nuna. Lecker. Mammfus-Gral, fick dich. Alter. Ich würde einfach schon mal den ersten Top 4 angehen wollen, wenn das okay für dich ist. Ja, ja, okay, mach nur. Alright. Der Rikki, der einfach echt nicht weiß, wie lange das dauern wird, oder Ewigkeit wahrscheinlich. Ja, das ist der Nachteil. Wenn sich das denn überhaupt ... Dann, let's go. Ja, okay. Ah. Freundschaft ist einfach richtig mies. In-game. Wenn das du hier durchgibst, gibt es kein Zurück mehr. Bist du bereit? Da hast du alles gekauft, so ein Heilmittel und sowas. Richtig. Ich hab Top-Tränke, aber ich könnte Äther getrauchen. Die kannst du aber glaube ich nicht kaufen, die findest du nur. Ihr seht nicht, wie viel Geld ich habe, aber ich habe 127.000. Damn. Jesus Christ. Top-Genesung. Die könnte ich kaufen. Sprung. Ach, zack. Mit Luft, bam. Ah, mein Gott. Rennst schneller, glaube ich, sagst du. Lass mal hier rein und heilen. Oh, der hat keine, der hat keine Aether. Das ist schlecht. Gut, dann feuer ich mein letztes Geld auch in Top-Genesung. Alright. Gibt es noch etwas, womit ich dienen kann? Nein, kannst du nicht. Was hat die... Münz-Ambulette. Luigi Mario hat Münz-Ambulette. Okay, sehr schön. Ah, ist jetzt... Warte, wir machen das mal kurz so. Weiß wahrscheinlich extrem boring ist. Hier, bäm. Mach ein wenig Music an und dann machen wir zack, Audio-Settings und dann machen wir mal ganz kurz hier Volume auf Zero. Spielermachs Ordnung 8. Pokédex 20 Spielzeit 20.03. Mein Geburtsjahr. Und damit gehe ich rein in die erste Top-Vier. Da wäre ich jetzt auch gern dabei. Boah, die Top-Vier sieht so geil aus. Richtig neidisch hier. Let's go. Willkommen in der Pokémon-Liga. Mein Name lautet Willi. Willi will's wissen. Willi muss pissen. Willi will pissen. Ich habe über den ganzen Reisen die Welt Tag und Nacht auf das Training dieser Psychomon-Pokémon konzentriert. Und nun habe ich es endlich geschafft unter die Top-Vier zu kommen. Aber ich will noch viel stärker werden. Gegen dich verliere ich bestimmt nicht. Das ist kein Psycho-Pokémon, Willi. Wieso was sind zwei? Ein Geowatz. Das sind der Tag hebt sich ein Pokémon. wie wäre es, wenn den Freundschafts-Stat im Editor ändert. wie wäre es damit? Ja, kannst du, kannst du. Geil, jawohl. Das hätten wir haben können. Fuck. Herzschmerz. Okay, dann starten wir. Ich denke, ich kann es klatschen mit Sondersensor. Dann probieren wir das gleich mal. Sehr geile Idee, tatsächlich. Wir haben gesaved. Wir machen kurz den hier. Dann machen wir unseren ein Save hier rein. Oh oh. Ja. Oh nein. Oh fuck. Oh fuck. Oh nein. Was? Oh. Oh. Das wird aber welcher Typ noch mal? Gestein und Licht. Landflamm kann mit der Kampfattacke wegballern. Laprise kann hier mit Wasser wegklatschen, hätte ich gesagt. Okay, Landflamm. Pass aber auch, wenn so ein Erdbeben kommt oder so, dann ist Landflamm weg. Also Nahkampf oder so oder was du hast. Quass ist genau. Tanked easy. Sehr gut. Und jetzt irgendwie hier richtig krass reinballern. Wo finde ich denn mein Team hier? Party hier. Am Faxo. Da, bitteschön. Wie kann ich hier? Ich wollte eigentlich die Stats von der Attacke nachsehen. Ich wollte es nicht direkt angreifen. Aber auch okay. Friendship hat es 191. Wie viel Friendship braucht man 255? Dann mache ich das mal. So. X-Buds. Export, save. Dann auf Desktop. Dann gehen die... Kann nicht fliehen. Save. Kann ich so oder so nicht. Yes. Ersetzen. Okay. Dann schauen wir jetzt mal. Ja, das passt. Sehr gut. Sehr gut. Landflammen. Okay. Die ist. Wait, wait, wait. Wir machen die Schaltung wieder um. Ich habe das ganz kurz hier gemacht. Ich fahre mal, ob es auch hingehauen hat. So, let's go. Okay, jetzt sollte man fuck so hoffentlich genug Freundschaft haben, damit wir ihm, äh, hier einen Sonderbombung geben müssen und dann müsst ihr ins Spiegel kommen. Nein! 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 Woo! Es entwickelt sich nicht. What the fuck? Hä? So! 220 nötig. Ja, ich habe 225 eingegeben. Hä? So! Was? Ui! Ähm, äh. Äh, heilen. Keine Ahnung. Jesus. Geht mal bei dir. Wieso hat es sich nicht entwickelt? What the fuck? Hä? Bin ich doof? Warte, wir machen das Ganze nochmal. Oh, mein Gott. So, wir machen Bäm, schließen. Dann nochmal hier. Zack, Poker Hex, Bäm. Dann Party, dann dich hier. Ayu. Hä, das hat einfach nicht gespeichert, what the fuck? 200. Du musst es exportieren. Du musst es exportieren. Hab die ROM komplett neu starten. Ah, okay. Am besten Emulator einfach neu. Einfach am besten Emulator einfach kommen, LeCoin. So, warte. Äh. Und einfach exportieren. Einfach Ende und exportieren. Exportieren und deinen alten Safe überschreiben. Genau. Zack. Dann gehe ich hierhin. Dann habe ich... Wo ist es? Wo ist es? Hier. Hardgoldsoup.save. Zack. Speichern. Ja, ersetzen. Yes. Yes. Okay, save export. Blablabla. Jetzt müsste es ja eigentlich funktionieren, wenn ich jetzt die Scheiße hier... Blablabla. We'll be lost. I'll show you to... Nee, warte. E-save oder die Scheiße? E-save. Jawohl! Jawohl! Asse, perfekt. Wenn ich es nochmal aufmache... Äh... Nochmal zum Testen. Wenn ich es nochmal reinschau, wie du Pokémon... Hä? Der speichert die Scheiße nicht. Wie viel denn noch? What the fuck? Hä? So, alter. Du darfst das Level... Du... Du musst das Level up im Spiel machen, sonst triggert er das nicht. Nein, nein, nein. Schau, ich hab das Spiel grad nicht mal gestartet. Ich bin... Ich mach das in dem Programm drin, ändere es auf 255, exportiere das, der Save ist überschrieben, tu es wieder ins Programm rein, da steht immer noch 191 dran. Wir speichern das einfach nicht. Dann speichern es an eine andere Location und löschen den alten Save. Na, okay, dann... Export Save, zack, äh... Bevor du es löscht, zieh den alten Save raus und zieh den neuen Save dann rein. Ich benenn das Ding einfach anders, so, zack. Exported, bla 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 bla, hier haben wir neue. Und jetzt kann ich, äh... Hier. Ach so, ja! Nicht nur spielen, ne? Ähm... Siehst du das Pokémon denn wieder hinein in die Box? Weil du musst das Pokémon, was im Team ist, natürlich mit den geänderten Werten ersetzen. Du musst das Pokémon... Okay, warte. PK-Hacks funktioniert so. Du hast, äh... deine Team-Pokémon, du doppelklickst auf eins, okay? Und dann erscheint oben der Sprite mit den ganzen Stats und so. Du musst den Sprite, der dann auftaucht, wieder in dein Team ziehen. Erst dann wird das Pokémon überschrieben. Ah, okay. Und jetzt nochmal Export. Zack. Und Lichtgeist ist effektiv. Okay. Heißt Magnum Eis. Geh jetzt doch mal da rein, zieh. Und jetzt Party-D. Was tu jetzt? Ja. New. Hä, nee, steht immer noch nicht. Was zum Fick? Alter, Jungs. Da steht immer noch genau derselbe Set dran. 20... Hierhin. Was, wenn ich die hier Escape-Row-Back nehme und dann sag hier, äh... Keine Ahnung hier. Zack. Bam. So, jetzt ersetzt. Bam. Export. Darauf. Dann, wo ist es? NDS, bla 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 bla. Wo ist mein... Hier, dich ersetzen. Jawohl, zack. Okay. Safe exported. Dann. Oh mein Gott, das ist jetzt so mies hier. Komm. Na und Magilla hat Heule eingesetzt. What the fuck? Ich bin hier in der Liga. Alright. Alter, ich struggle hier dabei. Komm. Ich hab's geschafft. Okay, mal schauen. Das muss gehen. Top 4, Willi ist tot. Okay, dann schau... Ich habe 10.000 Poké-Dollar zurückgekriegt. Okay, dann wechseln wir kurz hier wieder rauf. Zack. Hoffentlich klappt das jetzt auch alles. Ähm... Hier, Audio. Äh... Komm, wartet, lass mich hier den... Load State? Nee. System. Äh, wie sag ich dem Ding jetzt, welchen Safe-Assets nutzen soll? Was? Ganz einfach. Du ziehst deinen alten Safe raus und benennst... Import-Safe-File, so. Nein. Sag neu. Ganz einfach. Du machst dir das viel zu kompliziert zu. Du ziehst deinen alten Safe aus dem Ordner raus, benennst den neuen Safe so, um wie der alte Safe hieß, und dann lädst du die rum. Ich hab jetzt einfach einen neuen Ding importiert, einen Safe-File, und jetzt müsst's gehen. So, jetzt wieder drin, das passt. So, perfekt. Er hat's erkannt, wunderbar. Einfach, kannst du einfach hier bei... Auf File drücken, bei Melon DS, und dann kannst du einfach hier Import-Safe-File machen. Dann hab ich einfach rausgewählt. Und jetzt dürfte... Wenn ich den Scheißvieh jetzt den Scheiß-Sonderbaum ins Maul schieb, dürfte... Level 53, okay. Yes, es passiert. Mampf-Eis entwickelt sich. Äh, stream an, stream an, stream an. Stream ist ja... Also, für dich, ja. Shit. Bam. Da sieht er es wunderschön. Ein Relaxo. Wie geil. Hat zum Glück überhaupt nicht lang gedauert. Nee. Einen totalen Flo zerstört. Anyway. Ähm, geil. Wir haben das. Das heißt, jetzt fliegen wir. Zur Liga. Damit wir auch endlich anfangen können. Zack. Wir kaufen doch schon unsere Highlight-Items und dann... Wird es ernst, Freunde? Wird es ernst? Bam, 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 bam. Lura, nein, ich geh jetzt nicht ans Telefon. Kaufen. Hier, gib mir fucking... Wir haben genug... Wir haben 121k, deswegen ist es genug. Hier, 40 Hypertränke. Bam, das soll passen. Top-Genesung. Belebe brauchen wir nicht kaufen, zum Glück. Okay, was ist das hier? Ja, nehmen wir 15. 2.015. So, zack. 3, 2, 3, 3, 4, 1, 10. So, unser ganzes Geld rausgeschmissen. Sehr schön und Hyper-Heiler. Komm mal, noch ein paar von. Ich bin Koga. Von den Top-Gener. Ein ganzes Geld ausgegeben. Ein moderner Ninja. Jetzt habe ich nur noch 500 Boke-Dollar. So, Freunde. Mit herkömmlichen Kampfpraktiken würde ich nie zufrieden gehen. Stattdessen gebe ich es sicher, es von Gegnern zu verwirken, dann zu vergiften. Komm. Also, dann versuchen wir es. Schauen wir, wie weit wir kommen werden. Ob wir gesweepen werden. Ob wir es weepen werden. Alright. Aber vielleicht sollten wir noch gucken, dass ihr Ding noch... Fuck, vergiss es. Warte, wir haben was anderes. Die Attacken auf dem Vieh sind dann noch richtig mies. Mutterpäck! Vielleicht sollten wir es schauen. Wie fühlst du? Äh... W-w-w-w-w-w-w-w-w. Okay, das dauert es eine Weile. Äh... Mach Gedanken gut. Spezialein, 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 Verteidigung. Ne, warum auch nicht. Bodyguard, Hagel, Schuflar, Schleidenschweif. Fugball. Ich glaube nicht, dass es Relax so das erlernen kann. Oh, es kann so. Und Lukey ist auf Level 50. Das heißt, ich kann alles andere auch auf Level 50 ziehen. Nice. Strafattacke. Und das kommt einfach hier. Das ist Fugball einfach. Und das gebe ich ihm noch. Was soll man ihm noch geben? Blitz. Ne, Donnerwähle. Richtig ekelhaft. Das kann auch so sein Steinkante. Die Strafattacke durch Statuswerte Veränderungen ist. Je stärker wird dieser. Kastnerattacke. Alright. Soll ich machen? So. Wobei, dann geht wie Wasser. Äh... Oh, dann kann er so. Määau. Oh, stimmt. Ist immer mit Langflam noch. Oh, fuck. Richtig, richtig, richtig. Fuck. Das ist jetzt ganz gut durcheinander. Ich bin richtig, äh... Hier. Dahin. Zack. Kaskade brauchen wir jetzt mittlerweile. Tobias, ich brauche mal deine Advice. Geht ihm Siss... Äh, was für Dinge? Sissi, was? Äh, äh... Hier Vergesser. Zack. Ich mag, ich mag, ich mag, wie der Sprite von Lugia so dumm rumflapft. Guck mal, Herr Ruhl. Sissi, Kaskade. Gorn. Blibble, blibble. Ich lasse. Es gibt ihm unsere gute alte... Alte Werte. Hier Donnerwelle wieder. Ich hab Strafattacke. Lugia will Strafattacke erlernen. Soll ich oder soll ich nicht? Was für eine Strafattacke, ey? Ich glaub, Gott sei Dank einer, der ansteht. Liga-Stoß. Die Attacken, die ich gerade habe, sind Sondersensor, Fliegen, Hydro-Pumpe und Kaskade. Das ist ein Gorgo könnte den werden. Oder mag noch nichts. Ich tendiere, es nicht zu tun. Scheiß darauf. Okay, dann lass es lieber. Bleib lieber bei einem sicheren Ding, wo du weißt, damit gewinnst du. Äh, okay. Ich glaub, das war's soweit. Ich glaub, wir lassen's mal. Gib ihm, äh, gib ihm Psyst. Yeah, lass es, okay. Was für ein Alten soll ich ihm geben? Mondstein mit Hammond und blablabla. Zwirfins, oh Gott. Metallkraut. Was war nochmal gegen Geist? Psycho, ne? Äh, nein. Äh, hier Unlicht ist gut. Unlicht, äh, Geist glaub ich auch. Geist gegen Geist ist wie Drache, ist auch gut. Und Unlicht. Warte, ich hab hier doch, ich hab hier doch einen Typen Decks. Diesen Pils, Wahlschal. Ich find's nicht strengen. Ich bin nicht mehr. Heuchraut, blablabla. Wenn Träger an erster Stelle steht. Lass hier, Lachse hoch. Sie mit Gnauigkeit des Gegners. Ja, hier Geist. Geist und Unlicht. Klotz, glaub genau. Es gibt nur halb. Ich bin der Typen Decks. Nein, das hier ist der Typen Decks. Abfült, Blitztafel. Nein, nein, beziehungsweise. Das hier ist der Typen Decks. Machtgarn, Lahnbrauch, Schluckraut, Domfossil, Wahlband. Stärkt den Angriffswert. Okay, ewiges Eis. Dillenrauch. Zauberwasser. Eisbrocken. Klauenfossil. Klettdorn. Drachenhaut. Blablabla. Nee. Glücksei. Holzkohle. Eisenkugel. Glattbrocken. Nee. Wechselhülle. Totisch. Wohlstück. Keine Ahnung, was soll ich denn Scheiße geben? Genauigkeit senken ist gut. Yeah, probably. Wenn man sonst nichts weiß, hier, ne, nicht das. Und dann, wo ist es? In irgendeinem Pokémon konnte man doch eine Schultertaste drücken und dann A, um die Stärke von der Attacke anzusehen. Welche waren das? Äh, das klingt wie was, was erst später zukommt. Oder du mit Gen 7 oder sowas und schnacht. Hier, genau. Ich kann jetzt sagen, geben. Hier, genau. Mamm-Eis. Jawohl, Slipf ist es tot. So, äh, bei wievielten bist du jetzt eigentlich? Beim zweiten. Mond oder so. Okay, dann lege ich auch mal los. Nächstes Wieser-Floor-Pokémon wechseln. Landflamm. Muskelband ist auch sehr gut. Was ist das Muskelband? So, äh. Nachtkette? Nee, Muskelband, Muskelband, Muskelband. Oh mein Gott, so viel, so viel, so viel, so viel. Äh, Muskelband. Jawohl! Wo ist das? Das Muskelband, hä? Den braucht Drachenhaut. Wie ist das? Das war aber ein Schluckrautlamm. Mammutel! Oh Gott. Ja, ich lasse Panflamm einfach mal draußen, ne? Und schnell, Metallmantel, Wundersaat, Alter. Haben wir gar nicht mehr dieses Item, hä? Oder bin ich blind? Muskelband. Wo ist ein Muskelband hier? Gar nicht. Das Ding ist ja verschwindet. Ihr habt uns aber. No, no. No, als ich grad in die Liga gehen wollte. So, Freunde, unser MVP ist grad gestorben. Nein! Ich ersetz den Counter, meinst du? Ja, ich aktualisier mal grad schnell den Counter. Woll, wär ich nur rechtzeitig mitgegangen, dann hätt ich jetzt wenigstens auch ein bisschen nutzen können, aber nee. Fuck. Scheiße. Wow. Erst Death und jetzt auch noch Landtorn, Alter. Mein Gott. Diese Legende, dieses Monster. Nein, Landflamm. Ja, ich weiß. Das war Landtorn. Das war mein Landtorn. Das heißt, aber ich kann dann, ich muss ein anderes Wasser-Pokémon also ins Team nehmen und da haben wir jetzt breite Auswahl. Wir könnten Palkia mitnehmen, wir können Plibrin ins Team integrieren. Ah, scheiße. Wir könnten, ah, schon mal du es jetzt auch. Luigi, komm rein! Warte schon, aber ich kann ja nehmen, was ich möchte erstmal, weil du ja eh nicht Neues einlegen kannst, oder? Ja, ich kann kein Neues einlegen. Genau, genau. Also, Freunde, wir müssen jetzt entscheiden. Palkia, Plibrin, was auch nice wär, oder wir bringen unseren alten Freund Sejong wieder zurück. Was ist Willi? Was ist Willi? Äh, Gestein und Pflanze, die Entwicklung von dieser Fossilblume. Gestein und Pflanze, vom Typ her. Hier, wir könnten das Vieh groß machen, zu fucking Vierweilweiser. Ach, das Vieh! Palkia oder Segon? Also, Palkia ist natürlich obviously krass, aber ich möchte Palkia irgendwie nicht so krass nehmen. Ich glaube, ich hätte doch lieber, dass wir Young Mash wieder reinnehmen und Sejong und unseren alten Kameraden. Das ist wirklich eines der ersten Viecher, die noch am Leben sind. Ich glaube, das machen wir sogar. Also, Plibrin hätte ich auch gerne genommen, aber ich glaube, wir nehmen Young Mash. Was? So, zack. Das dauert um wieder kurz. Warte mal. So, zack. Young Mash. Das Gute ist, das, was jetzt gerade mit, äh... Ich muss wechseln. Mit Landshorn passiert, das kann Young Mash nicht passieren. Ja, genau. Gestein pflanze, ganz genau. Gestein pflanze. Ja. Ich muss Abgangsgesang machen. Okay. Alter, ich bin doch nicht mal drin, Mann. Ich muss jetzt mein Ding wieder aufleveln hier, weil neu im Team und so. Ich hatte gerade eben auch die TMs draufgedankt. Sonst was hier... Fuck, was kommt jetzt? Aurora Strahl. Okay. Frostbeule. Ja, okay. Mal reißen. Tankier ist fuck. Trink mir auch. So, zack. Let's go. Young Mash. Ja, aber immerhin die Hilfe eines alten Freundes. Wen hast du hier jetzt wieder reingenommen? Äh, mein Seejong. Young Mash damals. Ah. Von ganz am Anfang haben wir da rausgetan, hier wegen irgendwas anderem. Angeberei. Ne, mag ich nicht so persönlich. 31, zack. 34. Ach ja, 35. 36. 37. 38. Wann wächst sich das viel eigentlich? 39. Erholung. Okay, das ist nice. Noch mehr Tanki Tank Tank. So, zack. Nach, ja. Ah, nee. Bam, zack. 41. Bam. 42. 43. 43. Ey, let's go. 44. Und ein Wahlreiser. Das erste Mal, dass ich ein Wahlreiser im Team habe. Let's go. Eiszahn, okay. Ruhe in Frieden, Lam, Lam. Und 95, 65. Wow, das ist aber keine Besserwarte. Das Fiat höheren Spezialeingriff. Eiszahn ist eigentlich legit scheiße im Vergleich zu Aurora. Das macht gleich viel Damage. Aber speziell ist besser. Und es hat 100% hingegen. Eiszahn nur 95. Wow. Geil. Hier, so. 44. Zack. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Und zu guter Letzt. 52. Blizzard. Wow, okay. Das ist natürlich noch mal auf einem anderen Level. Wenn es den trifft, natürlich. Jetzt kann es scheiß, wenn es nicht trifft. Ich muss ja natürlich jetzt noch die Liegestütze machen. Ich werde jetzt nicht die Szene wechseln. Stimmt, stimmt. Du musst auch Liegestütze machen. Stimmt. Äh, ja. Okay, wir machen noch kurz vor. Wir geben im Surfer kurz rein, den guten. Äh, hier, okay. Wieso kann Mampf-Eist-Surfer erlernen? Ich habe gerade gemerkt, ich bin von den anderen 13 noch komplett K.O. Ich habe gerade zwei gemacht. Oh ja, das ist auch okay. Hat Mampf-Eist eine gute Normale-Attacke mit der Starke? Nee, das ist nicht Body-Slam. 485. Ah, doch, das ist krass sogar. Alter, lass mich. Nein. Okay, ich würde sagen, damit hätten wir es. Sonst speichern wir. Machen unsere Liegestütze ganz schnell. Und dann geht es endlich los in die Liga. Ja, ich bin schon beim dritten Phase. Ja, deswegen. Wird fucking Zeit. Okay, zack. 13 Liegestütze, Rest in Peace, Landflam. Eigentlich am Tod, der mich persönlich sogar fast noch trauriger macht als Death persönlich, weil Landflam hat gecarried und Death am Leben halten. Das auch, aber Death hat auch gecarried. Sehr viel. Ja, bei mir hat er echt halt mehr Landflamme eigentlich gemacht, aber naja. Okay. Bei mir hat er echt sehr viel gemacht. Bis gleich. Okay, Gamers. Let's go. So, hier sind wir wieder. So, DS. Perfekt. Kamera rüber zu mir. Okay, endlich. Zöger bin ich langer. Nicht langer vor allem. Nicht länger. Bäm, 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 bäm. Boah, ich glaube, man braucht auch noch ein Schild. Äh, Item hier. Geben. Geben ihm. Wo ist die Wassertafel? Genau. Ich würde sagen, wir nehmen ihn sogar gleich mal nach vorne, weil das klingt keiner cool. So, unser alter Freund, die Young Marsch. Let's go, wir schweichern, auch wenn es unnötig ist. Ich bin Bruno, einer der Top 4. Ich glaube, fessern das Potenzial meines Teams und trainiere Tag ein, Tag aus. Bin, 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 bis ich nicht so gut mit dem Unfall entstehe. Da haben sie so cool aus hier. Hey, du musst nicht vorspulen, das mache ich auch nicht. Alright, Willi. Du könntest einen Sieg gegen mich erringen. Here we go. Und hier we go. Willi, was geht ab? Werden wir weggeballert oder werden wir wegballert? Why Lord, okay. Bin kurz weg. Okay, bis gleich. Möchte ich aber drinnen bleiben. Eigentlich, weiß nicht. Haben wir was krasseres dagegen? Nicht wirklich. Mein Team hat übelst gerade krass die Wasserschwäche eigentlich. Hi, meins hat die Pflanzenschwäche gerade. Nice. Ich habe nichts gegen Pflanzen in der Hand. Komm. Okay, das ist in Ordnung. Amnesie. Stahlverteidigung. Stahlverteidigung, Stahlverteidigung. Stahlverteidigung, Stahlverteidigung. Gut, wenn es dir gefällt. So, Why Lord müsste aber easy gehen eigentlich. Lake. Okay, das tanken wir. No problemo. Was war Noctusca nochmal? Noctusca? Pflanze Unlicht. Die Entwicklung von dem Cactus aus Gen 3. So, okay, Nummer 1 geschafft. Hariyama kommt jetzt. Hariyama. Da haben wir was. Auf geht's, Luigi Mario. Okay, hier muss ich leider vorspulen. Sonst würde das viel zu lange dauern. So. Das andere Sensor. Wollt fliegen aufgegangen, wer. Rihorn, jo? Naja. Was ist das nochmal? Rihorn. Ja, ich glaube, Gesteinboden. Oder nur Gestein. Auf jeden Fall ist ein Steinvieh. Okay, dann kann ich... Dann könnte ich theoretisch Labrise einsetzen, weil Eis ist sehr effektiv. Das war das Vieh, von dem ich mal erzählt hatte, dass ich mal eine kleine Spielfigur hatte, die verschwunden ist. Kein Bock mehr auf dich gehabt, Kappa. Ja, wahrscheinlich. Ha? Nido King. Okay. Da, hätte ich gesagt, einfach wieder Young Marsh. Let's go. Ach du Scheiße. So, let's go, let's go, let's go. Bin wieder da. Perfect. Welcome back. Nido King. Alright. Fuchtler. Okay, das ist mies. Nido King. Das ist mieser. Alles gut. Was? Es ist dead. Fuuuuck, noch jemand gestorben. Wir dürfen den nicht mehr benutzen. Wir dürfen fucking hier dumm Esel nicht mehr nehmen. Was nicht so schlimm ist, aber trotzdem. Fuuuck. Was machen wir gegen Slime-Mog? Typ Boden. Hast du was Typ-Bodentechnisches? Nicht wirklich. Aber hier, Mark Nummer 1 hat was. Noch ein Keule, yeah. Tobias! Damn, ich muss nochmal den Counter nochmal erhöhen, wir haben wieder nie geschütztend zu machen. Soll ich den einen Call rein, damit ich schneller Hilfe geben kann? Na, also, echt? Na, passt schon. Das müssen wir schaffen. Exakt. Entweder wir schaffen es hier, oder wir probieren es nochmal, ganz einfach. Bringt uns den Sieg, oder bringt uns den Tod. Also, death. Bringt uns Tod. Also, bringt uns death. Ja, bringt uns death. Wir brauchen death. Ja, es war schön. Death soll aus dem Grab wieder aufstehen. Genauigkeit, fick dich doch. Oh mein Gott. Oh. Uli, danke schön. Das Vieh ist so easy. Komm, hau weg. Perfekt. Nice. Evoltaik wurde verwirrt. Da, 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 da. Brutalander, goddammit, boy. Eis, aber haben wir, haben wir easy, aber das ist gewesen. Das Vieh wird weggefriesst, Alter. Let's go, young Marsh. Der neue MVP im Team. Boom. Du hast ein Sonnenfeld? Ich hab mein Geht. Ich hab mein Geht. Ah, also. Ich hab ein Blizzard. Da, ja. Bitte hohe. All right. Äh, Blizzard. Feuerodem. Okay, das müssen wir gut tanken. Was war, Lugia, nochmal Psycho-Flug, ne? Ja, aber das musst du doch wissen. Lug ist Lugia-Typ. Ich vergesse das immer wieder. Psycho-Flug, ja. Okay, gut. Ich kann Lugia drin lassen. Blizzard trifft und ballert das Vieh weg. Erster ist besiegt. Willy ist down ohne Probleme. Let's go. Die Voltaik ist weg. Ich hab's geschafft. Fiona?! So, zack. Na ja, komm. Der Wichser hat einfach ein legendäres Pokémon. Ja, das ist keiner zu erwarten. Nur schade, dass Dummisel geschoben ist. Also, Iron Giver steht aber schade irgendwie. Fiona ist keine Gefahr. Okay, sehr gut. So, dann schauen wir mal. Was uns in Kampf Nummer 2 erwartet. Alright. Who are you? Hehehe, ich bin Koga. Der Anführer des Jiga-Clans. Okay. Let's go. Let's go. Koga. Sabrinas Kauf sieht super aus. Holy shit. Let's go. Young Marsh vernichtet. Raikou. What the hell, man? Ayo. Das ist interessant. Können wir das Score-Ding da eigentlich nehmen? Vielleicht sogar Setupen, wenn's unmöglich ist. Bada, Bada, Binada, 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 Binada. Und gesagt, du wirst Kohl fit분, Amerigo, Binada, Binada, wo ihr Funnig ist. das? Relativ gut. Das war ein Crit. Okay, easy. Gar kein Problem. Bei mir flackern die Texturen. Schwertanz. Let's go. Oh, ja. Das ist das Verteidigung. Ich trau mich nicht. Okay. Ich trau mich nicht. Nachtieb. Bitte hör auf. Mich zu nerven, Mann. Ich bin Melanie. Was? Ich bin Melanie? Ich glaube, wir heilen einfach noch mal. Nicht noch mal, aber generell einfach mal. Heilt Heiler! Okay. Also, zack. Haben wir noch mehr boosten? Da haben wir schon früh geboostet. Ich bin jetzt im Knischern, da sonst es reicht. Ah, okay. Kann nicht mehr. Dann, äh, Nachtieb. Ballerein. Alter, es reicht's doch auch mal. Bin Louis. Deo, 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 deo. Dankeschön. Volltreffer. Perfekt. Ba, ba, da, 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 da. Du bist eine Minute! Und dir... Direkt kann ich wieder auswechseln. Ich liebe es. Gastrodon. Okay, jetzt, jetzt greift mein Gehen Limiter rein. Ah, Gastrodon, Gastrodon. Okay, ja. Ja, wir können's probieren. Young Marsh. Young Marsh ist einfach direkt wie der neue MVP einfach. Ich mag Young Marsh. Gastrodon, Gastrodon. Okay, okay. Surfer einfach mal. Bam, 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 bam. Sollte okay sein. Alright, wenn du mir so schon sagst, dann passt's wahrscheinlich. Alright, sehr gut. Regentanz. Mach nur was. Das ist das Schöne. Regentanz ist auch für mich gut. Hab ich kein Problem mit tatsächlich. Jetzt buhlen sie uns auch noch für die kommenden Runden. Das ist für die Halsige. Giftschleim verletzt. Hä, okay. Bring ich ihm deine Giftschleim. Was zur Hölle? Yes, nice. Ganz genau. Wunderbar. Und weg ist das Vieh. Nur so schön, du verbringst sowieso viele Runden, damit Skorgo zu boosten. Und dann kommt ein Gastrodon und du wechseln musst einfach rauswechseln. Skuntank. Wow, okay, da hab ich kaum was dagegen, deswegen. Bleib mit drin mit Young Marsh. Das haben wir schon den Regenboost. Das nutzen wir natürlich auch aus. Surfer. Du musst doch weiter. Salz in die Wunde streuen, du Buster. Dass du jetzt Beaver Floor einsetzt, wofür ich hätte meinen Pannflamm hätte nutzen können. Uff. Wow, und One-Shot. Let's go. Die TN-Items sind auch noch random wohl. Zack. 53, sehr schön. Warte, fliegen! Fliegen geht's effektiv! Tornupto, wow. Wow, damn. Bleib mal drin. Letztes Pokémon Tornupto ist auch überlegt. Let's go, dieser Floor ist gut! Deine Teams sind aber schon zu viel. Nur noch eins. No, haha. Das ist der Anfang meiner Trumpfkarte. Okay. Das hat mit Flinken zu tun. Alter, alter. Dieser Voice-Clank klang für mich gerade wie Autotune. Den Toxer. Bala, bala, baa. So, perfekt. Durch das Gas-Torum einfach Regen-Kanz eingesetzt hat, wurde mir einfach nochmal so hart geboostet. Es war einfach viel zu easy gerade. Auch wenn der Anfang wirklich spannend war. Goddamn. Oder nicht so spannend, aber halt hier. Andauert-Rei-Kummel-Knirsch und so ein Schild. Anyway, Nummer zwei ist fertig. So, Hyper-Trank. Hyper-Trank. Geben wir eben Score-Growing einmal. Zack. Perfekt. Und dann hier und hier nochmal. Und dann bam, Young-Mash. Ich würde Young-Mash aber gerne austauschen, glaube ich. Weil Andauert-Yang-Mash zu sehen ist auch ein bisschen langweilig. Auto-Crack. Ja, Auto-Crack. In der Tat. Nächstes, Quapo. In die Regen-Argung mal. Quapo als nächstes. Äh... Nein. Nominam. Quapo war ja Wasserkampf, ne? Ganz genau. Ja, Wasserkampf. Okay, dann kann ich es mit Sondersensor killen. Oh, Bruno. My man, let's go. Da, 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 da. Wer es nicht gewöhnt hat, hätte ich jetzt voll die gute Wahl getroffen. Philippa. Okay, das ist kein... Ist für mich... Oh Gott, war das knapp. Äh, wechsel mal. Auf wen wechseln wir, wie die Frage? Ähm... Naja, lieber nicht. Ampfeis. Können wir auch mal benutzen, irgendwann mal. Ich glaube ich... Naja, doch, 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 doch. Melanie ist tot! Melanie einfach. 11.208. Ampfeis. Es hortet, okay. Nur zu. Tu, was du dich lassen kannst. Dich lassen kannst. Dich lassen kannst. Wir drücken Walzer. Walzer, Walzer, Walzer. Und es hortet wie wild. Okay. Weißt du, was das Problem ist, wenn ich jetzt gleich in die Rubishalle komme? Was? Laprise und Lampflamm werden dann auch drin sein. Ja gut, ist halt Pech gehabt. Damn, schritt einfach. Aber musst du nicht erst noch hier Siegfried besiegen und so? Ja, Siegfried. Alright. Ja, Siegfried! Siegfried. Da, 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 da. Perfekt. Mampf-Eis geht jetzt schon ab. Top-Elixier. So, bam. Alabis. Okay. Wir kämpfen weiter. Lugia. Komplette AP aufgefüllt. So, Fick. Was? Oh, das Vitauch unter. Toll, okay, wow. Wird es dann halt nicht, ähm... Wir horten einfach auch mal. Ah, wie viel macht das? Okay. It's alright. Wir horten einfach. Wir machen uns zum Bullish. Nächste Hürde für mich, Siegfried. Damn, chill. Spiel, chill, chill. Da, da, da. Ah. So, wir horten Nummer zwei. Verteidigung steigt wieder. Perfekt. Und wir horten zum dritten Mal. Taucher, okay. Nur zu. So, wir horten. Denn horten wird ein Hulol. Und Roy? Wer ist Roy? Wurden der Namen gewöhnt, ihr meist? Nein! Wer ist... Wer zum Teufel ist Roy? Es ist nur noch Siegfried. Okay. Roy aus Fire Emblem einfach. Siegfried und Roy. Hä? Sputball. Wieso Siegfried und Roy? Es ist nur einer von den beiden. Wovon redet er? Und wer ist Roy? Nee, jetzt mal ernsthaft. Wer ist Roy? Hä? Wovon redest du überhaupt? Was ist denn Roy? Da kommt doch jetzt nur Siegfried und dann ist es over. Ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, jetzt fehlt nur noch Siegfried, Tobias schreibt und Roy. Und ich frage so, wer ist Roy? Und er schreibt Siegfried und Roy. Tobias bist du wieder... Who the fuck is Roy? Als Joke. Tobias... Roy on the nuts oder was? I don't know. Siegfried und Roy waren ein Magierpaar. Das weiß ich doch nicht. Alter, es ist... Ihr habt mich beide verwirrt. Shame on both of you. So. Das muss ich mir... Das mit dem Scheiß... Ich habe dir nichts zu sagen. Okay, sehr schön. Dieser Kampf allein wird zeigen, wer die Stärke von uns beiden ist. Ich siegfried, der Drachen-Profi, der beste aller Trainer und schämt der Pokémon-Liga. Nehme deine Herausforderung an. Mammutel, okay, Mammutel. Damn. Oh, oh, der Kampf beginnt direkt. Okay, den ist Siegfried und Roy. Ne, kennen wir nicht. Alter, ich den auf jeden Fall nicht. Walzer. Erdbeben. Damn, das Vieh haut rein. Das wollten wir aber tanken, weil wir sind relaxed. Wir tanken alles. Ähm, ich bin aus Versehen schon in den Champ reingerannt. Cool. So, geht noch. Wurde in den 2000ern von seinem Tiger schwer verletzt, da dieser sich erschreckt und vermutlich versuchte einen von ihnen im Nacken wie ein Kätzchen zu packen. Ach so. Ach so, die zwei. Das kenne ich immer noch nicht. Das waren die mit diesem großen weißen Tiger. Kenne ich nicht. Keine Ahnung, was du meinst. Okay, ich brauchte nur einen Denkansatz. Also, ich kenne die zwei. Ja, okay. Dann halt nicht Mammutel. Okay, dann kommt Relax und geht weg. Unglaublich. Am Ende des Spiels will einfach das Video Youngmash Spam. Unkultivierte SMH. Gegenfrage, was hat das im Ligakampf zu suchen, Tobias? How about that, huh? Oh, Kruppuk. Wow, der Typ macht ernst. Kruppuk. Bleiben einfach mal drin. Tiger hat vermutlich versucht zu helfen. So zumindest haben die beiden dies immer gesagt. Oh. Aber musste der Tiger dann nicht sogar eingeschläfert werden? War da nicht was? Okay. Hier, Damage macht der Gute. Okay. By Joke. Warum war da das Vieh weg? Was? Ich kann keine Items mehr ein... Du Fotze. Hä? Wieso das? Porygon-Zett hat Item-Blockade eingedingst. Uff. Alter, der Typ hier. Meine Viecher tanken. Ich meine nicht, da gerade die beiden sich für den Tiger einsetzen. Was? Unheilböden. Ich dachte immer, es wäre eine Attacke, die nur Giretina kann. Aber tatsächlich kann das Viehs auch. Ja, Surfer-AP geht langsam aus. Da kann man bestimmt irgendwas, um AP zu füllen, glaube ich. Neo, neo, neo. Deo, deo, deo. Ich kann wieder Items einsetzen. Let's go! Yeah. Metagross. Alter, der Typ, der hält nichts zurück. What the fuck? Metagross. Was ist Alambus? Oh, ist das ein Wasser-Pokémon? Das ist nur Wasser, ja. Okay. Das war mein erstes Shiny, was ich legit gescheitig angelt habe. Nice. In Pokémon X damals. Zweite noch. Top-Trunk mit eingesetzt. Damn. Die halten sich echt nicht zurück mit ihrem Pokémon. Holy shit. Oh, oh, let's go. Läuter Feuer. Cool, Volltreffer, du Fotze. Und let's go. One-Shot. Nice. Nice. Okay, wow. Das war ein bisschen spannender, weil die Viecher haben einfach echt viel tanken. Aber wir haben Bruno auch besiegt. Perfekt. Okay, das ist definitiv angenehmer. So. Beutel. Sehr gut, so. Mampf-Eis. Vor dem Siegfühl kann werde ich auf jeden Fall hier bei Young Marshmallow die AP für Surfer mal aufklühen. Pudel. Zack, 60. Ist gut. Bam. Perfekt. So. Damn, sehr cool hier. Nie gewusst, dass die Melanie heißen würde. Alte Schwede. All right, let's go. Let's go, let's go. Kann das Vieh nur knirscher oder was? Oh, oh. Okay, Melanie, let's go. Logok fängt sie direkt an. Wow. Luigi Mario ist aber voll okay. Wir können Fliegen einsetzen, dass Basten mit tanken. Das war's. Rude, ich wollte ihn grad benutzen. Okay, nevermind. Wir benutzen Fliegen nicht, denn Luigi Mario ist bei Mandurat gestorben. Ich geh mich selber löschen, Alter. Ich geh mich nach dem Stream löschen. Young Marsh, let's go. So, du machst das. Zum Glück kann die Young Marsh spielen nicht mehr. Ach, und jetzt setzt du Nerdschleife ein, du dummels Mistvieh. Stirb, du dummels Fakze. Surfer. Rotzau. Noch ein bisschen das Vieh, boostet sich hier wieder unter. Wer ist tot? Luigi Mario, Ru und Lugia. Den Stream dazugekommen und jetzt schon... Jetzt bin ich richtig sauer. Ich bin sauer. Jetzt geh ich voll rein. Skull, goink. Ach, ich muss den Counter nochmal mal eins. Und Ratzleger. Amaldo. Amaldo. Käfergestein, glaube ich. Oder Käfergestein? Amaldo. Ich muss erst mal überlegen, wenn ich nicht einsetzen darf. Das wird ein Vibe. Was? Nein. No, don't tell me, man. Warte, wir müssen Krisensitzung machen. Warte, Alter. Knack, krack, Brudi. Wir müssen Krisensitzung machen jetzt, Mann, Freunde. What the fuck? Wait, 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 wait for me. Gesteinkäfer, yes. Dacht ich mir auch, okay. Skull, goink, jetzt langsamer. Ja, das war ganz arg langsam. Krisensitzung hier bei Manu Drat. Äh, was hast du noch? Skull, goink, wird das Vieh nicht killen. Das sag ich dir jetzt schon mal. Reggie Ice. Reggie Ice kann das Vieh wegballern ohne Ende. Gut. Ist verwirrt. Okay, verkrebsig ein. Alright, ähm. Ja, I don't know. Einfach drinbleiben, ich hatte ich gesagt. Eis-Attacke drücken. Eis-Eis-Eis-Eis-Eis-Sturm. Wie gesagt. Okay, das Schauflein, das ist okay. Überlebst du? Yes. Eis-Sturm und weg ist es. Vierfach effektiv. Du bist drei Level drüber, das passt. Okay. So, okay. Brutalander. Kannst du auch weglatschen. Kannst du auch weglatschen. Ist aber schneller als nicht. Weiß nicht, was es macht, wenn es... Ist halt schwierig. Also du kannst es wegficken. Okay. Es darf uns halt nicht überraschen. Mal probier's. Schutt, schütt. Okay, nevermind. Okay, einfach weiter, einfach weiter. Ist dann Kopfschuss? Überleben wir. Okay, nevermind. Heilen. Pech gehabt. Vollheilen. Nochmal probieren. Geht's bei uns doch sogar noch ab, Alter. So, und nochmal Eis-Sturm. Diesmal wird's was. Let's go. Und weg und weg ist das Vieh. Dann nur noch eins. Geht's drüber, das Vieh stirbt. Dann nur noch eins. Schämen, weil ich bin grad bei Top 4 Nummer 4 erst. So, okay. Was kommt jetzt? Schämen. Schämen ist keine Gefahr. Das kannst du wegballern mit Eis-Sturm. Einfach einmal heilen und dann Eis-Sturm drücken. Und dann vorbei ist es. Ne, mau. Als ob der Sieg mir so geschenkt wird am Ende. Oh, ja, jetzt gut. Okay. Okay, weil das Spiel so gnädig ist. Ich mach jetzt grad noch die zwei Liegestütze in Ehren an Lugia. Ich mach drei, ich mach eine Ehren-Liegestütze, weil ich Lugia liebe. Lugia, das ist für dich. Amaldo kommt jetzt. Warte, wer ist das alles tot bei dir? Lapris, Luigi Mario und wer noch? Da war es schon noch die Liegestütze. Oh mein Gott. Amaldo, wahrscheinlich einfach drinbleiben mit Kiefergestein. Das ist wahrscheinlich am besten, hätte ich gesagt. Ja. Freunde. Sieg... Er hat ganz kurz, wer ist das mit dir alles jetzt gestorben genau? Äh, Lugia? Ja. Und... Lapras ist auch gestorben. Lapras, Lapris und Lampflamme. Genau, noch was? Lampflamme, okay. Ja, stimmt, genau. Aber schon beim Lampflamme ist ja gar nicht hier. Okay, passt alles. Alles gut. Ah, okay, Porto, wir bleiben einfach drin. Youngmarsch, mach das einfach. Youngmarsch, fick's. Aua. Nochmal Gesteinkäfer. So, zack. Noll. Oh, was überlebt sogar? Damn, Tank, yes, shit. Portroth, let's go. Ähm, ich nehme alles zurück, Shaman könnte doch eine Gefahr werden. Oh, die... What the fuck. Walz-Egelsamen, Hartz und Synthese. Äh, jetzt. Jetzt, jetzt, es ist tot. Ich bin Champ, ich bin Champ. Jawohl, er ist Champ, hurra. Geschap. Nice. You did it. Bei wem sind wir? Äh, Top 4 Nummer 4, die aus dem Deutschen Melanie heißt for some reason. Äh. Was stand denn dran? Magnein kam, Magnein. Äh. Unlicht, das heißt Unlicht, ähm. Ähm, ähm, ähm. Mampfweiß. Mampfweiß kann sowieso alles aushalten, let's go. Mampfweiß, Mampfweiß, Mampfweiß. Also hier nach, kommt Champ. Auch zwei Pokémon hat die gute. Magnein, okay. Bedroher, jawohl, tu was du nicht lassen kannst. Es müsste aber easy gehen, eigentlich. Bodyslam. Angeberei geht daneben, cool. Boah, 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 boah. Oh, let's go, Mashallah, kein Problem. Angeberei aber, das fuckt jetzt natürlich hart ab. Sehr hart. Ja, okay, komm, treff. Treff, da kann ich dich auswechseln, dann passt alles. Treff. Dankeschön. Wunderbar. Mampfweiß, mach's einfach. Let's go. Relax und ballert. Wohl Nona als nächstes. Wohl Nona, da könnte ich eigentlich auch drinbleiben. Aber wir nehmen wieder Young Marsh, hätte ich gesagt. Young Marsh macht das. Lass, naja, zu spät. Lugia, Lugia, Lugia. Jawohl, Mann, du hast gerade die Zeit seit des Lebens. Freu dich, nicht zu früh, bla bla bla, okay. Da muss es nur noch bei uns alles gut gehen mit unseren drei... Ich lasse das jetzt laufen. ...mit unseren wenigen Pokémon, die wir noch übrig haben hier. Aber stimmt, wir haben noch vier Pokémon übrig, stimmt, genau. Stimmt, 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 weil ich ja das Ding schon beerdigt habe. Landflamme. Top vier Melanie wurde besiegt, wunderbar. Da war auch Lappnass und Halles Gorgroink. Der Champ wartet auf uns, alright. Uiuiui, Freunde, gleich, gleich haben wir's. Falls ihr kommt auch für uns, die finale Kampf. Boah, wir sind sogar komplett voll, holy shit. Ich muss aber AP heilen. Dann haben wir was für AP. Ja! AP. Andere Attacken, wow, dann gibt es krass. Oh mein Gott, Screenshotted Das. Yeah! Die 1 zu 1 Pop und dauerhaft, hey, cool. Das können wir ja mal hier Ding geben. Äh, Eta, genau, der. Ding um 10, zack. Bei Young Marsh für Surfer einmal. So, und ansonsten müsste es ja eigentlich passen, AP. Technisch, wir waren, glaube ich, noch recht gut bedient. Du bist sowieso tot, spielt keine Rolle. Bei dir, äh, ja, ja, doch, mehr als genug, okay. Ansonsten, ja, Blizzard, okay, geht auch noch so weit, klar. Okay, du bist eh tot. Bei dir hast auch noch alles und du hast auch noch genug. Okay, perfekt. An sich zu... Danke. Vielen Dank für den Tipp. Here we go, Freunde. Werden wir es schaffen? Oder werden wir am Champ zergehen? Die goldene Halle. Gefühlt mit Ratin und unser alter Freund Siegfried. Was geht's? Mal schauen, wie der Drachenprofi. Der keine Drachen hat, wahrscheinlich. Oder vielleicht doch. Wir werden es sehen. Jetzt wird gefistet, Freunde. Das ist der Zeitpunkt, wo sich die Entscheidung... Ich möchte anmerken. Einfach mal ergibt. Wenn wir die Liga geschafft haben, gilt das als Big Checkpoint. Oh, right, absolut. Heißt, wenn wir ein Team... Shit. Ich hätte Luigi Mario nicht... Oh, mein Gott, das ist eh tot, fuck. Verschwendung. Habe ich was dagegen? Ah ja, zu Subschalten, stimmt. Können wir machen. MagnumEis könnte... Ich habe Angst, weil Scherox kriegt das halt wahrscheinlich weg. Notfalls YoungMash tankt sowieso alles. Das ist auch eine Option. Neu-Prisis-Stats, Gorgroink. Stahlkäfer, Stahlkäfer. Nein, da haben wir nicht wirklich viel dagegen. Notfalls YoungMash. Ich glaube, YoungMash macht das. War das ein bisschen dumm, dass ich Luigi Mario vorne hatte. Das war jetzt... Habe ich nicht aufgepasst. Eisenabwehr, wow. Das ist viel Boosted-Siege aber noch, Masha da. Bäm, bäm, bäm. So, äh, ist das einfach Spam? Meine liebste Attacke in dem Game überhaupt. Ich schätze auf die Score, wenn möglich, stimmt. Das müssten wir auch noch in Angriff nehmen. Mach jetzt aber... Yo, let's go! So, das macht viel Damage, holy shit. Mach das jetzt aber mal schnell, einfach kurz fertig. Und dann schauen wir, wenn es passt, ob wir auf Score... Also, nevermind, macht überhaupt Genesung. Aber wenn das passt, dann gehen wir auf Score, wir werden danach. Wer healt? Yep. Ist aber okay, wir haben es eh fast, äh, fast geboren, schaut. Das heißt, wenn der Drass hier seine Heimittel raushaut, vollkommen okay, vollkommen okay. Alright. Ja, genau. Consistently auf dem Damage-Level. So, perfekt. Jetzt hört er auf. Perfekt. Alright, Cherux down. Hatte ich große Angst davor. Cherux kann, glaube ich, schon ordentlich reinballern, aber hier zum Glück nicht. Zwei bis drei Heels hat er. Ja, ja, dachte ich auch sowas. Shaman, wow, hat er auch bei mir, holy fuck. Äh, Shaman. Ich würde sagen, wir bleiben drin, weil Ice... Das ist das Beste, was wir machen können, glaube ich, ja. Wir haben 49, Blizzard. Egelsamen, ja komm, fucken, Kerbmann. Ich finde es schön, wie diese Egelsamen-Samen einfach durch die... Alter, dankeschön. Durch die HD-Mods einfach nochmal schöner aussehen. Wechselscore, ja. Ich kill's lieber, ehrlich gesagt. Lockduft, ja, tu, was du nicht lassen kannst. Fluchtwert sinkt, ein und gib was schön... Alter, kannst du bitte treffen! Ah, Mann. Ja, du... Weißt du, du hast recht. Trick 17, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was Handy. Falls du nämlich jetzt gleich irgendwie ein Brutalande oder so oder Dragoran rausholt, will ich meinen Ice-Move noch lieber haben, tatsächlich. Deswegen lass ich das mal. Der letzte Frame, den ich im Stream hab von mir, ist der, wo Lugia noch gelebt hat, vor der Liga. Alright. F. Ich bin doof, wir haben ja Gift-Heap, mach' ich, Alter. Okay, dann boosten wir, boosten wir. Schwertanz, Gorgro, Gift-Heap und dann weg ist das Vieh. Und direkt danach wahrscheinlich Wasser-Pokémon und ich muss wieder ausrecken, das Ganze booste wieder. Alter, das ist so low-Quality. Der Screenshot, Tobias. Ich seh' aus wie ein Minesweeper. Ich seh' aus wie ein Minesweeper-Sprite. Und Magnet sieht aus, als würde es gleich kotzen. Geil. Das ist doch noch doof, mach' nur, mach' nur. Ich würde sagen, sogar das nächste Projekt, was ich nach SoulSilver mache. Das nächste, das nächste nach SoulSilver und nach der Chaos ist eine Blattgrün-Naslog. Das Besondere hierbei ist, dass es nicht emuliert ist, sondern auf echter Hardware stattfinden wird, weil ich Blattgrün hier hab. Das kannst du machen, klar, klingt cool. So, Gift-Heap. Skorkroink, mein Boy, my Love. Das, was ich in meinem, hatte ich glaube ich jetzt erzählt gehabt, in meinem original, privaten, damals als Kind, playfertigen Skorklau. Und ich hab's aber nie geschafft, einen Schafzahn, soviel, damit ich mein Skorklau zum Skorgo machen kann. Das heißt, das ist jetzt grad für mich so ein bisschen die Continuation meines Kindheitsträume, so ein bisschen. Bojelin, oder ich sag's doch. Kaum besiege ich das direkt Wasser-Pokémon, ich muss witzeln. Blattgrün ist eins der schwersten Games zum Nasslocken, soweit ich Bescheid weiß. Fuck, boah, Alter, du dummer Bastard. Even if, wenn wir es nicht schaffen, hab ich immerhin, äh, Bojelin, Alter, Bojelin. Hab ich eben, ist erneut versorgt, weil sonst spiel ich Blattgrün nicht durch, ich hasse Kanto. Ich hasse Kanto und ich brauch irgendeinen Scheißgrund, um Blattgrün durchzuspielen. Okay, dann, äh, Wir können auch, äh, das Setup mit Mammweiß machen. Just saying, Bojelin. Alter. Ich werde auch gegen Horten natürlich, ich wollte jetzt eigentlich hier fett den Horter-Aufbau machen, aber, you know, das trifft nicht, perfekt, Horter 2. Bum, bum. Schaffst du's, Sub? Wie viele Pokémon sind's denn noch? Äh, er hat noch, äh, das ist jetzt vier hier. Ja. Die hat er noch. Beim Scheißknüscher, Alter. Bugball, let's go. Bum, bapapau, bapapau. Oder macht Bodyslam vielleicht mehr? Vertrauen auf Bodyslam. Schön, dass er Knuscher zweimal verfehlt hat, das ist sehr gut. Großer Freund von Bojelin. Ich fand Barmelin im Anime einfach richtig cool. Okay, fast down. Bodyslam ist tatsächlich einfach hier die richtige Option. Bam. Schau dich das an. Nichts bricht Mammweiß. Mammweiß ist zu OP. Let's go. Bum, bum. Regirock, holy shit. Regirock. Ich würd sagen, Yang Marsch macht das einfach. Wasser und Bäm und weg ist es. Ich lass die Credits mal fertig laufen. Er kann natürlich auch gefährlich werden, wenn uns eine Steinattacke trifft, aber das sollte möglich sein. Surfer. Yang Marsch ballert. Das Vieh ist auf Level 50, hell yeah. Oh shit, es überlebt. Okay. Was kommt als nächstes? Citrusbeere, okay. Antikraft, okay. Daumen drücken, Freunde, Daumen drücken. Yang Marsch, das schaffst du, du bist tanky. Jawohl, easy, Alter. Gar kein Problem, what the fuck. Yang Marsch fickt. Yang Marsch und fucking Ding. und relaxo, Alter. Die ultimativen Zerstörer einfach. Let's go. Ele Voltec. Da kann ich doch auch ganz easy mit Scoregrowing eigentlich rein, oder? Mit Magnum Ice. Ja, Magnum Ice kann was dagegen machen, tatsächlich. Okay, nur noch zwei, nur noch zwei. Ele Voltec einfach. Knochenkeule. Ende. Okay, er recalls, what the fuck. Scherox, er hat zwei Scherox. Ha, Nani? Ja, Dragodran. Oh, stimmt. Okay, dann, I don't know. Soll ich wechseln wahrscheinlich? Ja, wahrscheinlich schon. Vorhin hat das fucking, äh, Yang Marsch gemacht. Yang Marsch ist grad'n bisschen schwach. Ich probier's mal. Ich nutz' mal die Chance. Ich schau', was es macht. Und nutz' die Chance, mal, um mal zu heilen. Kann, glaub ich, nicht schaden. Immerhin weiß ich jetzt, was das für Pokémon hat. Das ist schon mal ganz gut. Kreuzschere, okay. Was macht das? Ja, ordentlich Damage. Okay, dann war mein, dann nutzt mir die Chance, heilen. Heilen alle einmal und dann geht's wieder zurück. Nee, alle MVP. Ja, ja. MVP hätte ich eigentlich gesagt, war... Okay, ich mach's jetzt, warte, warte, warte. Ein Wirbelwind, interessant. MVP war ja eigentlich... Death war MVP und, äh... Hier, äh... Landflamme, Landflamme. Genau, unser Landturm. Genau, unser Landturm war sowas von MVP. Es hat das heile Spiel gecarried. Und Death so oft gerettet. So. Death? Surfer. Heilige Scheiße. Bin ich traurig, dass ich so habe dumm sterben lassen. Hm. Weil das ist nie zum... Bei mir nie zum Desperter werden konnte, leider. Ich bin so dumm. Sehr schnabe. Ich war so dumm in dem Run. Was war das grad? What the fuck? Noch ein Surfer? Ja genau, er heilt wieder. Wusste ich schon. Dacht, hab ich mir gedacht. Ich nehm an, das war's wegen... Keine Ahnung, der fuck. Wie viel Damage war das grad, holy shit. Komm, Critter, hau's weg. Nee, leider nicht. Ah, ich heil mal lieber, weil ich trau der Scheißige nicht. Okay, okay, let's go. Da, 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 da. Okay, mach deinen Scheiß nochmal. Ist das dein letztes? Nee, vorletztes. So, Surfer, aber jetzt ist weg. Und dann das letzte. Der Sieg müsste in der Tasche sein, glaube ich. Ja, komm. Absolut. Was will er denn jetzt noch kommen? Er hatte noch EleVoltec halt noch. Oh, das hat er bei mir auch gehabt. Lol, nice. Wir könnten Score versuchen, aber ich weiß nicht, wie so ein Eisschlag oder sowas hat das. Ich weiß, dass es in der Liga definitiv drankam. Wir könnten natürlich ScoreGron versuchen zu boosten. Oder einfach mal am Feißen schauen, was das macht so ungefähr. Weil wir haben all die Mittel eigentlich. Ich nehme mal ScoreGron. ScoreGron macht das. Markum, hol die Gun. Los, ScoreGron! Gut so, gut so. So ist es richtig. Okay. Bertans. Lichtschild, alright. Wir beide fucken einander ein bisschen ab. Spezialverteidigung, juckt mich nicht. Wir machen Angriff. So. Nochmal Lichtschild. Die KI ist mal wieder hier am Gamen. Nochmal Lichtschild. Brudi. Die KI. Sie will einfach, dass wir es schaffen. So. Und Nachtieb. Hä? Brudi? Kann das Fieber Lichtschild? Der Fraud! Der Fraud, der weiß, dass er verkackt hat. Er hat einfach viermal Lichtschild eingesetzt hintereinander. Der Thraud einfach. One Shot. Er hat gethoht. Steakfüter hat aufgegeben. Es war vorbei. Er hat einfach bei uns beiden beim letzten Pokémon gethoht. Holy shit. Alter. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Er sagt es sogar. Er hat gethoht, Alter. Er hat Angst vor uns. Wir haben ihn gefickt. GG. 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 Fucking G. Wir haben es geschafft. Wir haben beide unsere erste Nasslog abgeschlossen. Das ist ehrlich. Ja. Stimmt. Let's go. Tatsächlich. Wir haben es bis zu dir geschafft. Holy shit. Das ist geil. Wie schön das wir zusammengetan haben. Holy shit, Alter. Wie geil. Ja, ich dachte, ich wollte sowieso auch mal eine Nasslog schaffen. Also warum nicht beide? Ja, ja. Es war so geil. Die Idee war super. Alter, wir haben es geschafft. Holy fuck. Yeah. Wie Siegfried am Ende einfach aufgegeben hat. Das sind Symptime richtig decent eigentlich. Zwei Scherungs waren ein bisschen mehr so ungefähr. Aber ansonsten war das ja mega krass. So, ich würde dann sagen, nächstes Mal Chaos Run komplett. So, als Fun. Zum Fun. Komplett. Wir können es probieren. Wir können es probieren, ja. Kanto durchruzzeln und schauen, was passiert. Nächsten Samstag dann. Alright, ja. Also nein, ich meinte, bei Chaos Run müsste ich eine komplett neue ROM machen. Achso, willst du es nicht bis Kanto weiterspielen und Rot besiegen? Ja, Ho-Oh ist tot. Was war dein Plan jetzt für weiter? Ich habe jetzt keinen Bock Kanto nochmal zu machen. Nicht? Nee, ganz ehrlich nicht. Oh, schade. Ich meine, wir können es von mir aus machen, aber Bock darauf habe ich jetzt nicht so. Ja. Alter, ein bisschen Rot müssen wir es eigentlich schon noch schaffen, weil, genau. Ja. Ja, Laprise ist auch tot. Die Sprites sind hier übrigens animiert. Warum auch immer. Sie sind voll cool aus dem Beweis. Warum auch immer die das nicht in das Kampfsystem übersetzt haben. Relaxo, ey. Hat sowas von reingeballert. Hat sich richtig gelohnt. Yeah. Yeah. Da, 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 da. Ey. Zwei davon sind tot. Drei von bei mir. Nee, zwei nur. Bei mir sind es drei. Bei mir sind es drei, weil ich habe dann Beerdigung während du in der Liga drin warst. Deswegen habe ich ja nur jeden Tag mal schon drin gehabt. Stimmt, okay, meine Beerdigung kommt jetzt. Ja, 32 Stunden, fünf Minuten. Speicherfach. Wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben es geschafft. Wir haben es fucking geschafft. Yes. Geil. Geil, 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 geil. Geil, 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 geil. Ich meine, was wir auch noch machen, schätze ich, machen könnten oder so, oder was ich machen kann, wenn du keine Lust auf Kanto hast, ich kann es auch privat weiterspielen. Kannst du machen, wenn du möchtest. Oder privat meine, meine, meine Naslogs ungefähr weiterspielen, schon habe ich es bis rot schaffe. Ja. Weil mir reicht es, dass ich eine normale Naslog ane. Ich brauche das Postgame für mich nicht, für mein Achievement. Okay. Mir reicht das Achievement. Alles klar. Alles klar, gut, dann können wir es so machen. Absolut, klar. Okay. Aber wir haben jetzt drei Wochen, wir haben jetzt zwei Wochen dafür gebraucht, ne? Also zwei Streams. Also drei Streams, zwei Wochen. Genau. Ja, genau, das ist Stream Nummer drei hier und das ist was. Krass. Krass. Zweimal irgendwie sieben Stunden gestreamt oder so. Ich habe noch nie so schnell ein Spiel durch gehabt. Und vor allem, wir haben ja echt nicht oft gestreamt, ja einmal pro Woche so ungefähr. Und dann hat man richtig fett und jetzt, Alter, das ging ordentlich. Bro. Ich vor allem, ich habe schon lange keine sieben Stunden Streams mehr gemacht, ne? Ja, ich auch nie. Noch nie. Tatsächlich war der letzte Pokémon-Stream, den wir hatten mit diesen sieben Stunden, sieben Stunden 15, habe ich nachgeschaut. Auch zu YouTube-Zeiten war das längste, was ich hatte, glaube ich, einmal sechs Stunden und danach vier Stunden oder so. Das war der längste Stream, den ich je gemacht habe. Ich glaube, der längste war, wo ich versucht habe, Odyssey durch zu rushen. All right. Ich erinnere mich an den Stream, aber ich weiß nicht, wie ich mir gehe. Wo ich gesagt habe, ich rush jetzt Odyssey durch. Also Speedrun, das war meine Bestrafung-Speedrun. Ja, ich erinnere mich an den Stream, genau. Ich weiß noch. Hätte ich aber eigentlich auch wieder Bock, Odyssey durchzurun. Warum nicht? Warum nicht? Biao, biao, die Rocket. Bitte auf, eh, die Credits sind auch so prozentig максимär. Ich meine, ich bin kein professioneller Speedrunner, aber was wolltest du dich mal von mir? Da, 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 da. Da, 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 da. Oh, hallolugia! Dich muss ich vielleicht beerdigen. Da, 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 da. Wir haben es einfach geschafft, Freunde. Let's go. Ich bin so gehypt. Hell yeah. Hell fucking yeah. Ich habe irgendwas Geschwissens runtergepackt. Ich habe das jetzt zwei Jahre nicht angefasst. Ja, ich habe das auch schon lange nicht mehr angefasst. Kann ich skippen? Nee, kann man nicht skippen, oder? Nee, kann man nicht. Na gut, egal. Ja, dann chillen. All right. All right, ey. Das war's. Das war's. Ende. Goddamn. Hey, Soup. Ja? Wollen wir die Samstagstreaks beibehalten? Klar. Ich brauche so eine gewisse Regelmäßigkeit bei mir. Ja, also wenn wir noch irgendein anderes Projekt zusammen spielen wollen, können wir das gerne machen. Können wir. Wäre ich dabei. Alles klar, gern. Können wir uns ja später noch im Discord noch mal unterhalten und ein bisschen Brainstorming machen oder so. Jo, klar, können wir machen. Gern. Perfekt. All great. Perfekt. Dann würde ich sagen, mit dem Screen auf jeden Fall, ja, kann man es erstmal dabei belassen. Ich werde jetzt schauen, vielleicht werden wir, werde ich zumindest privat das irgendwann noch weiterspielen. Können wir schauen, vielleicht vielleicht noch nicht, auf jeden Fall. Aber geschafft ist es auf jeden Fall. Erstmal noch vielen, vielen Dank auch an dich, Mann, dass du generell die Idee vorgeschlagen hast, die Roms hier gemacht hast und Ding und alles. Und generell schon dabei sein. War super episch. War richtig cool. Das erste Together-Break auf dem Kanal, mega episch. Hab mich richtig gefreut. Auch generell, dass wir so viele coole Leute gefunden hatten. Das tatsächlich war ein Spiel, das mir so eng am Herzen liegt. Einfach, dass es einfach so viele Leute immer noch gibt, die Spiele schauen, auf Twitch schauen, rein joinen. So mega cool. Das hat so viel Spaß gemacht. Vielen Dank an alle Zuschauer auf jeden Fall. Ganz kurz, ganz kurz. Ich bin, ich hab grad den Emulator beendet und selbst der Computer dankt mir. Echt? Wieso? Hier, guck in meinen Stream. Selbst mein Computer. Selbst mein Computer. Dann ist dein Ding vorbei. Ja, nee, in meinem Twitch-Stream. Warte, warte. Haben wir sich Twitch, haben wir sich hier rüber, zack. Selbst der Computer hält es in Ehren. Oh, wie schön. Wie schön. Wie geil. Das ist doch super. Mann, das ist geil, das Stream hat richtig Bock gemacht. Yes, absolut. Das ganze Projekt hat mega Bock gemacht. Das war so cool. Ja, wirklich. Auch, das ganze Projekt hat Bock gemacht. Ich hab kein einziges Mal an einem Abend gedacht, ach scheiße, morgen ist Samstag oder so. Ich hatte jedes Mal richtig Bock drauf, war richtig gehypt. Super viel Fliegen. Es war einfach so cool. Ungelogen. Dauerhaft Spaß. Einfach dauerhaft Adrenalin und Bäm und Jawoll und Spannung und Pool. Das war so Hammer. Ja. Mega. Wie ist denn der Stand jetzt eigentlich? 6 zu 3, ne? Äh, warte, ich hab glaub notiert. Äh, 7 zu 4. 7? 7 zu 4, ja. Hä? Du hast 3 jetzt gekillt. Und davor hast du Death gekillt. Es stand 3 zu 4, am Anfang des Stinkes hast du Death gekillt, dann war es 4 zu 4. Ja. Und dann hast du dann wieder 3 gekillt. Nämlich, äh, Landflam, dann, äh, Lapris und, ähm, OO und Lugia. Plus 3, aber es sind 7. Also ich hab 6 zu 4. Bei mir steht 6 zu 4. Dann hast du, hast du Death mitgezählt. Death hab ich mitgezählt, ja. 3 zu 4. Äh, du schimpfst mit zu, oder? Diesen Stream hast du Death, dann Lapris, also Lapras, dann Landflam, dein, äh, hier, dein, 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 dein Feueraffe und, äh, und, äh, Ding. Das ist was anderes, ich hab's wieder vergessen. Andere Ding. 4, 4 sind heute gestorben bei dir. Und am Anfang des Streams waren es 3 auf deinem Counter. Bin ich, bin ich lost? Es sind 7, ja, es ist, also ich glaub, meine müssen richtig sein, tatsächlich. Ich glaub, du bist ein klein... Naja, egal, ist eh vorbei. Egal. Ja, tatsächlich, na, geil, nach, nach, nach meinem, äh, Chaterra-Sweep, der mich total schockiert hat, äh, ist nichts mehr gestorben bei mir. Das ist cool. Schön. Aber man, sieh mal wieder, was für'n Skill ich im Pokémon hab. Nämlich gar keins. Es war ja auch, war ja auch, ist ja total glücksabhängig. Also hier zum Beispiel hier mit Ding, dass jetzt, äh, beispielsweise in der Liga so abgehen oder so, das ist ja echt hier... Ja. Ich hätt's jetzt einfach, ja, von Schleswig-Creature hat gethroned, gethroned so ungefähr, die ganzen anderen waren auch okay, ich bin durchgekommen und wie gesagt, hier, fucking, wahlreiser und relaxer haben sowas von gecarried, Alter, ohne die, wär's gefickt gewesen, wahrscheinlich. Ja. Deswegen, ja, ja. Also egal, und wir haben's geschafft, scheiß der Hund drauf. Ein paar sind gestorben, egal. That's the sacrifice I'm willing to make. Ja. Some of you may die. Dann mach ich mal die Up-Mod, ne? Alright, dann mach die Up-Mod. Alles klar. Ich bedanke mich herzlich, dass ihr alle da zugeschaut habt und als Besondere bedanke ich mich an Soup, dass er hier mitgemacht hat und, äh, überhaupt, äh, mit, äh, unter das Projekt überhaupt möglich gemacht hat, dass er dem Ganzen hier zugestimmt hat, dass das Ganze hier stattfinden konnte, etc. pp. Dass ich die zweite Gen nochmal erleben konnte, es hat mich sehr, äh, es hat sehr Spaß gemacht. Doch, danke nochmal, natürlich an jeden, der gefollowed hat, der dabei war und das Ganze mitgefiebert hat. Und natürlich auch an die stummen Zuschauer, die zwar nichts im Chat gestreamt haben, aber den Chat trotzdem durch ihr Dasein unterstützt haben. Ich hab mir auch geliebt. Ihr seid auch cool. So, und dann bedanke ich mich für heute und wir sehen uns mit, äh, wir sehen uns entweder, ja doch, wir sehen uns morgen wieder, weil, wenn es wieder heißt, Minecraft-Zeit mit Max. Ja, Minecraft-Zeit, hu. Äh, und Samstag, keine Ahnung. Ich berede mich jetzt nochmal mit Zub und, äh, dann sehen wir uns am Samstag wieder. Und das war's von mir. Bis dann. Genau, seid gespannt, Freunde. Macht's gut. Adios, Amigos. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.